Wollt ihr noch Titel machen, Chat, also Mods? Frag nicht Mixery, frag bitte nicht. Okay. Nööööööööööööö. Okay, fertig. Welche Mods? ein punkt da ist okay kann das zu not sonst auch machen so schwer ist es jetzt auch wieder nicht was alle ausgebucht glaube auch das okay die dürfen auch ein leben haben an einem mittler was soll die lautstärke chat die namen ja kann ich das auch in groß spielen oder muss ich das in trittig stream bei blind muss ich jetzt immer daran denken als hätte ich die augen verbunden oder so ich weiß aber ist halt das wort dafür ich weiß razer bb steht für razer beatbox ein kanal der auch noch bestimmt kommen wird oder für bbl okay hast du alles ja ja oh gott ich sehe nichts wegen dem mikro spielst du immer mit deinem mikro in deinem gesicht ja okay so macht mehr sinn hallo freunde was zwischen dir stehen willst weißt du ja wie alles läuft ne ja soll ich die fenster offen lassen oder ist zu kalt mach gerne zu ich meine ich war gerade gut luft hier drin dachte schon groß genacken vielleicht finden wir auch noch einen razer bum bum okay chat ich wünsche euch viel spaß ich darf gut und träum spielen wenn irgendwas ist schreibt mir ja ich mach mein handy extra laut ja dir auch viel spaß dankeschön und ihr macht das chat ein kaufland ich kann nicht beatboxen ihr wisst was ich meine kaufland kaufland unendlich Pfandflaschen kekse essen energy hast du ja hast ja ich meine ich am ende des tages bin ich auch eine erwachsen selbstständige person ich werde überleben na gut okay okay Freunde wir müssen uns erst mal mein team angucken das ist nämlich wichtig und zwar fühle ich mich jetzt wie so ein krasser shiny hand aber er ist zu allem maskagato ich liebe maskagato mein lieblingsstarter ich bin dann um 21 Uhr wieder zu hause der babysitter ist im fall der fälle wohnzimmer meine nummer hast du die notfallnummer ist auf der kurzwahl 1 ich wünsche dir viel spaß ich habe mich noch nie so warum ich will nicht mehr oh Hefel ehrlich so wir können gleich Hefel shiny handen das ist der Plan ich habe dir den Plan gehört jetzt geh alles klar bis gleich oder auf nimmer wiedersehen oder wie auch immer man das sagt spätestens um 20 Uhr ja okay also 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 Freunde maskagato mein neuer lieblingsstarter wir müssen nicht darüber reden wie unhip und edgy das ist dass ich einen der neuen monsters lieblingsstarter habe guckt euch maskagato an guckt euch mich an mehr muss ich nicht sagen wir sind literally ein und dieselbe Person aber sagt das bitte nicht Michi so dann haben wir Knaborn weil Azuglades sehr sehr cool ist und ich liebe Azuglades und ich bin mir sicher wäre ich ein Kind dann wäre Azuglades einer meiner favorite Mons geworden weil das ist so das ist irgendwie mein Geschmack wenn ihr wisst was ich meine hi Cap dann haben wir Razor süß keine Ahnung ich glaube weil ich doch einen Feenmon haben wollte und weil Timo dieses Mon sehr cool findet also testen wir mal ne jetzt alles klar ne kleine Schwesterfrage für Michi ne ich hab einen kleinen Bruder ich meine ich weiß nicht welche welche Curve Michi fährt aber mein Bruder ist auch immer noch minderjährig also bitte nicht okay dann haben wir den hier den haben wir nämlich out of context random irgendwo gefunden deswegen ich fühl mich wie so ein Shiny hinter diesem Spiel weil ich keine Shinies aktiv suche aber Spoiler schon zwei gefunden habe wow so dann haben wir den da das ist Razor Beatbox den hab ich eigentlich nur im Team weil Timo sagt dass er dieses Mon hasst und ich möchte dass er jedes Mal in sein Gesicht gucken muss wenn wir irgendwo fighten und das macht mich glücklich mein Schaudel sein kleines Gesicht und dann wäre Razor hübsch das ist das zweite Shiny was ich gefunden hab weee I mean das kann männlich sein fair enough ich meine sowieso da mach ich ja gar kein Auge Michi kann den Grind fahren den er möchte mein Bruder ist trotzdem er ist 16 den Grind soll er bitte nicht fahren okay ich glaub wir haben jetzt gegen Schlurm gekämpft macht das Sinn ja das ist die Schlurm Area okay ich muss erst mal ein bisschen kurz in die Controls reinkommen ich hab das wirklich schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt und wenn spielen wir es meistens oh hallo Digna spielen wir es meistens um irgendwie so 4 Uhr nachts damit wir noch irgendwelche Zeit zusammen verbringen können weiß den mal weg Wassermarsch okay das kriegen wir hin hi Liebling was geht schlag gute Träumchen ganze 2 Shinies ja ja aber du hast nichts von Mixery also ich sag laufe in derselben Area für irgendwie 20 Minuten rum und du findest safe eins ich meine ich hab auch random eins gefunden Gott ich liebe Maske Garton das ist so ein Vertiefer und endlich Kanal du tust nicht achso wir fahren jetzt diesen Grat ja genau ja okay okay Freunde ich hab gehört wir fangen uns jetzt einen Hefel wie kommt man nochmal auf die Karte das war glaube ich Plus ne das war nicht Plus war es Minus nein das war nicht Minus da ist die Karte okay Hefel gab's am Anfang aber wo ist der Anfang sind wir von da gekommen müsste ja irgendwo Zone 1 sein ich muss schlafen jetzt Augen zu Mordabstück ey danke danke für nichts okay wir suchen Zone 1 da ist eine Zone 1 dann ist Hefel bestimmt irgendwo hier um den Dreh wir fangen einfach mal da an die Karte ist so gedreht sorry irgendwie macht das in meinem Kopf mehr Sinn wenn ich die drehe oh danke Nerolin aber hatet ihr nicht weil alles er Liebe verdient sei denn das ist eure Love-Franquage dann hatet weiter okay das ist am Anfang ich glaube hier gab's Hefel da war Vermiebst warte mal das ist sehr sehr süß vielleicht finden wir auch einen Shiny-Zweeps obwohl die würde ich eh nicht erkennen außer dass sie ausländisch hätten sie sich in die Hose gemacht aber das respektlich das ist okay das ist sehr süß am schönsten wird's eh sollten wir an einem Shiny vorbeilaufen und ich erkenne das nicht weil die meisten Shinies würde ich wahrscheinlich eh nicht erkennen okay wir gehen jetzt mal zum Anfang zurück das ist der Plan ich hoffe da lang geht's zum Anfang ja man ich hoffe dass gleich irgendjemand in diesen Stream kommt und sich denkt oh da ist ein krasser Pokémon-Streamer und sieh mir dabei zu wie ich so absolut gar keinen Plan habe das würde mich glücklich machen ich weiß nicht was du meinst guck mal wie flüssig die läuft die Windmühle okay ja das wäre gut bitte brüll Shiny wenn da was ist wie viele Orden hast du denn ich glaube zwei also wir haben gegen Enigmare gekämpft und wir haben gegen diesen Künstler Gras ich habe eine Peitsche mit Dornen Sadomaso Herren gekämpft daher zwei denke ich und Gewürze haben wir glaube ich auch zwei und Team Star haben wir die Dame mit den roten Haaren die Feuerdame besiegt was ziemlich witzig war weil wir eigentlich echt underlevelt waren aber unser Knaborn gegen ihr finales Pokémon halt bis sie gecarried hat weil sie da halt nichts machen konnte wiii Gaming der Fede ist einem Künstler genau der ach Robert ich glaube ich bin eh so langsam und holprig in dem Game wenn ihr brüllt würdest du noch rechtzeitig sein wiii okay ich freue mich wenn ich irgendwann fliegen kann sieht alles irgendwie zu sandig aus ich glaube nicht dass Hebel hier ist nee hier war Klippe oder wie Timo machen würde aber wir gehen einfach mal weiter irgendwas finden wir schon oh Pocanus ich muss sagen als ich das damals zugeschaut habe das Spiel weil ich habe das eine Zeit lang Let's Plays geschaut fand ich immer dass das sehr leer und leblos aussieht weil ich finde es auch oft sehr sehr schwer in Open World nicht leer aussehen zu lassen ähm aber es selber zu spielen macht einen sehr großen Unterschied ich fühle das sehr sehr viel mehr und natürlich verstehe ich alle Arten von Kritikpunkten hundertprozentig so ich meine Windmühle eben war genug um das alles zu untermalen aber es selber zu spielen macht echt Spaß und es fällt mir sehr schwer auf Dauer wirklich Auge über etwas zu machen wo ich generell nicht Spaß beim Spielen habe hast du Hilfe schon gesehen man kann im Dex schauen okay dann machen wir das der Pokédex war auf Minus glaube ich ja oder ja also ich meine wir hatten es gefangen besiegt auf jeden Fall da oh mein Gott das ist so süß okay aber wo ist das am Ende des Tages weiß ich wenn alle Stücke reißen unsere Seele wird uns zu Hilfe finden also wenn du wissen willst wo Hilfe ist sag ich es dir ansonsten Stopp ab hier und nicht weiterlesen ist im Süden wo auch dein Haus im ersten Buch sind yes 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 ich dachte aber ehrlich gesagt wir wären gerade da hingeflogen aber der war weit ähm Süden nie ohne Schuhe also runter oder was ist damit der Plan so an alle Leute die es hassen wenn man die Karte dreht wie heißt der Ort ist das einfach so östliche Zone 1 oder sowas kommen wir da her ah ihr habt doch keinen Plan ich hab doch keine Orientierung vor allem wenn wir da lang nicht mehr waren wenn du im Dex bist dann Plus steht dann da die Route sonst teste ich das nochmal weil ich mich auf der Karte zurecht finde oh hallo Klippe du bist in mir gespawnt Kudi was ist denn los mit dir ich stürze mich gleich von der Klippe meine Karte ist auf dem Kopf ja wir finden das schon wir finden das schon gleich nie ohne Schuhe wie geht es ich sag immer nie ohne Schuhe wandern aber man kann auch nie ohne Seife waschen nimmt sich glaube ich nicht so viel oh ich liebe Scheinux irgendwann brauchen wir auch einen shiny Scheinux Scheinux ist wundervoll warte ich hab einen Gearspins gehört hat man so Gearspins oder trippe ich einfach nur ich meine da war ein Tastengeräusch ein Geldgeräusch da ist er shiny da ist er sehr süß okay also ihr sagt die Karte ist falsch rum die ohne Schuhe war schon genauso also so rum und dann runter kommen wir da her ist das so Mann wo bin ich geboren ich weiß noch nicht wo ich herkomme I guess ja okay okay dann denke ich mal dass es da reicht der grüne Pfad ist Norden fair enough das macht sehr viel Sinn okay wäre meine Mission ihr wisst was diese Mission ist eigentlich würde ich das Spiel heute weiterspielen aber jetzt jetzt bin ich gecatcht das war eine gute Idee und das rocken wir jetzt werde ich shiny Hilfe wahrscheinlich nicht erkennen absolut ich meine der hat so der ist halt leicht dunkler ja aber egal wir werden ihn dann sehen wenn er vor uns ist okay dafür müssen wir aber absteigen ich meine zur Not können wir einfach Maske Gartoff alles hetzen was nicht bei 3 auf dem Baum ist da wissen wir auch wer shiny ist und wer nicht wenn du den rechten Stick reinduckst Norden du deine Karte uh das ist sehr sehr gut zu wissen ja Timo ist auch immer sehr mad wenn ich die Karte drehe aber irgendwie I don't know ich weiß nicht ob das sogar Tick ist aber es macht viel zu sehr Spaß an diesem See wurde ich übrigens das erste Mal zu Tode verraten weil bevor ich Timo kannte habe ich bei einer Freundin das Spiel angetestet und ich gehe jetzt so lang mal mit meinem Starter und sehe dann dieses schwarze Felino und ich weiß Felino ist eigentlich nicht schwarze shiny aber ich war so der absolut feste Überzeugung dass ich einen shiny finden würde und ich war so happy und richtig in Ekstase zu drehen und versuche ein guter shiny aber naja das war kein shiny sieht mir aber auch noch ein bisschen zu wenig heflig aus ich rieche das Gebäck noch nicht wenn man die Map auswendig kennt das ist schon ein Trigger wenn man dreht aber sonst fein fair enough wurde es einfach hops genommen ich merke das schon wir müssen ihn jetzt erriechen auf überhaupt nicht komische Art und Weise wie süß die Babys ach da versteckst du dich bei focus on the dot was da gerade war da ist eins Fragezeichen also wieder da runter es ist schon funny wie buggy dieses Game ist das war ein hoher Jump okay okay meine ich rieche die Hefe noch ein bisschen mehr hallo random kind ich finde es so wild dass man die Trainer jetzt ansprechen muss um gegen die zu kämpfen das ist sehr sehr wild ein Barmelin und ich mag die Diversität die man am Anfang hat im Moment finde mal ein Game wo du schon am Anfang so eine große Auswahl an Pokémon hast das ist crazy oh Sisu Kids oh ne komm mal wieder her mhm ihr seht mir alle zu wenig nach Gebäck aus yeah eine Wildbierbeere die wurde schon mein Leben lang mhm wir haben uns mit einem Mona getroffen das weiß ich noch war das hier ich glaube das war hier kann man da wieder rein oh man kann da wieder rein ich bin da gar nicht mehr reingegangen danach holy shit nice es geht ja das sah geplant aus weee okay sieht nicht aus gäbe es hier irgendwas interessantes ich mag die Höhle die ist cool süß die sich liebe Hundemann oh den habe ich jetzt händel übersehen nicht genug Diversität das beste ist du wählst einfach am Anfang aus als was du angesprochen werden willst schade dass es keine empty option gibt aber dennoch dass man freigeschalten kann ja safe 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 ich sag sowieso bis wir irgendwann halt alle Arten von Pronouns und mehr Arten von Geschlecht und als zwei in Games haben wird es eh noch Jahre dauern daher ja piu ich meine ich bin halt in der Szene glücklicher weise wo eigentlich jeder von Anfang an als neutral angesprochen wird und wenn er als was anderes angesprochen wird dann halt eher sagt yo by the way ich sehe mich auf das und das und das ist dann eigentlich chill so kann man niemanden offenten aber ich glaube da sind wir in der Gamebranche generell in jeder Branche noch sehr 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 weit von entfernt ich weiß hier drin ist kein Hefel aber ich muss diese Höhle nochmal erkunden ich wurde viel zu schnell dadurch gerusht mit der Cutscene der Ambuluki rose to grün grün sitzt hier gerade im Stream und guckt zu grün ist ein großer Fan vom Razor Stream du darfst grün nicht so runter machen was für grün das gerade hört ja save das stimmt aber Baldur's Gate kannst du nicht als Standard nehmen leider so das ist ja nochmal sehr andere Save ich meine das Team was daran gearbeitet hat war da komplett drin in der Szene sag ich jetzt mal und das ist ja also du kannst jetzt so ein Baldur's Gate niemals mit keine Ahnung einem Super Mario oder einem FIFA vergleichen man muss auch sagen Baldur's Gate wurde ja von Anfang an es war klar dass das gesamte Game für eine sehr viel diversere Audience gemacht wurde als jetzt so ein was weiß ich Sonic Superstars was natürlich keine Ausrede für irgendwas ist aber ich glaube da sind wir trotzdem noch ziemlich weit von entfernt oh kleinies ich hätte gerne einen Hundooste in echt weil to be fair ich glaube ich fast jedes Wesen gerne in echt hätte ich glaube der Fakt dass ich nie ein Haustier haben durfte hat mir eine sehr negative Eigenschaft gegeben dass ich alles adoptieren möchte warum bist du so alleine kleiner Homeboy geh zu deinen Freundies ok 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 sein Arsch joha wenn Grün das gerade sieht hoffe ich dass er das nicht so persönlich nimmt oh ich habe wieder irgendwas gehört es klang nach Geld wo ist er da ist er oh Gott die sind so knuffig ey so kleinie deine Superkraft ist cool ich muss Lego Ninjago irgendwann mal gucken ich habe das als Teenager so ganz bisschen geguckt und ich fand es auch da eigentlich schon ganz cool aber ich habe mir in Deutschland schon draußen weil ich gucke immer mit meiner Mama und meinem Bruder und ich freue mich da sehr drauf Conferpanda ist actually einer meiner Lieblingsfilmereien überhaupt so hier muss doch Hefel sein ich meine ich erinnere mich dass es hier Hefel gab hier roch es nach Gebäck oder es ist irgendwie die falsche Tageszeit für Hefel da ist einfach der Mona das Anwesen läuft bei ihr das ist nämlich hoch gerade ich bessel ok dann lasse ich euch eure Beef ich freue mich für euch ich weiß gar nicht mit welcher Farbe ich Beef hätte ich glaube ich bin nicht mehr so krass der Fan von Neontönen wobei ich da auch sagen muss wenn man sie richtig stylet können sie sehr banger aussehen ich glaube actually das dürfte Bunta aber nicht sagen ich bin nicht so der große Fan von Orange aber ich weiß dass es bei Bunta auch an Naruto liegt deswegen kann ich da eigentlich auch nicht so judgen weil ich verstehe das aber sonst ich weiß ich mag eigentlich was jede Farbe Hefel gibt es in der Area nicht wo gibt es Hefel denn safe dass ich hier Hefel nicht gefunden habe ich bin mir sehr sicher dass ich Hefel hier gefunden habe ist auch nicht gesehen das ist nicht mein Style mehr ich gucke ältere Sachen so was wie die Teenage Blut Ninja Turtles von 2003 welche Meinung macht die besten mit ok ok sehe ich da kann ich nichts zu sagen ich bin 2002 geboren das heißt das habe ich alles nicht mitbekommen ich liebe Neongrün das ist ok ich gönne euch eure Lieblingsfarben sowieso es gibt Hefel bei der Liga ok ich schaue jetzt beim Pokédex ihr habt recht das war nicht der Pokédex der Pokédex war minus ja ok ihr habt gesagt plus oh Gott ok ja lebt in der Nähe vom gewohnt das freut mich für dich Hefel my boy ok wir merken es jetzt wir haben da ein Schloss mit einem Pokéball drauf und wir haben einen roten Leuchtturm der ist unten von den vieren ok kriegen wir hin Orientierung ist sehr sehr stark bei uns so jetzt haben wir es genau dazu wie OBM sagt danke OBM in der Nähe von gewohnten Gebieten schauen sie Pokédex nach das Spiel das Game blind somit auch ohne jemand der ins Offlust hat alles gut Pfanda Leuchtturm denke ich am leichtesten aber Leuchtturm waren wir doch eben oder war das da wo ich meinte wir haben da Nemona getroffen oder war das da nicht und man kann mir gerne ins Offlust sagen solange man nicht komplett Backseat Gaming macht bin ich da fein ich meine ob ich jetzt 30 Jahre lang Hevel so suche oder ob mir jemand sagt yo guck vielleicht mal danach nimmt sich jetzt auch nicht so viel außer dass wir Zeit sparen zu meiner Verteidigung ich habe dieses Game kaum gespielt ich erinnere mich an gar nichts und Orientierung war noch die meine Stärke ich werde gleich googeln wo es Hevel gibt Ok Das heißt wir sind doch nicht ganz falsch Das heißt wir gehen jetzt einfach den Weg wieder ab Da ist ein Leuchtturm Ok 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 Fokus Center Also muss das hier irgendwo sein Aber wahrscheinlich ist der ein Tag Encounter Wie lange dauert das denn bis wieder Tag ist Weißt du irgendjemand wie lange dieser Zyklus geht Der Ort müsste sein Ok Perfekt Perfekt Oui Ja 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 Das macht Sinn Ok Ist ein Tag Encounter Ok 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 Dann dann chillen wir einfach noch ein bisschen Vielleicht finden wir in der Zeit irgendwas Anderes Es gibt so viele Orte und Gebiete die dann noch zu erkunden sind Ich meine es wird ja auch langsam heller wie man sieht Also easy peasy 20 Minuten Tag 20 Minuten Nacht angeblich Ja Save Wir haben ja Zeit Irgendwas finden wir schon in der Zeit Ich bin sehr sehr happy wenn man auch einfach Grind und Ariels erkunden kann Bin ich ganz ehrlich Das habe ich eh mal gemacht Ich meine wie oft habe ich obwohl ich keine Ahnung von irgendwas wirklich hatte Pokémon durchgespielt und es dann trotzdem noch ewige Stunden danach gespielt obwohl es gar nichts mehr zu tun gab Ich habe ins So Silver damals Ich glaube irgendwie 100 Ponitas gefangen ohne Grund einfach weil ich noch irgendwas zu machen wollte und dann hat er weitergespielt habe als Kind und da habe ich nach all meinen Freunden und Leuten die ich kannte Ponita genannt und hatte so mehrere Ponita-Boxen und war richtig glücklich damit So jetzt steigen wir mal ab weil wer weiß was noch kommt ganz viele für euch vielleicht sollte ich wieder einfach anfangen random Asker Garde auf alles zu hetzen oh ich mache ihn fertig oh nicht das Ponita Mädchen nee 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 ich glaube es gibt schlimmere Titel außerdem ist Ponita ziemlich cool man hat mich vom Titel denken lassen dachte die du spielst ich spielst blind ich kenne das Game nicht also habe es noch nie gespielt aber klar ich spielst jetzt ich mit Augen bin das wäre viel zu wild ich glaube ich muss wieder die andere Taste drücken ich wollte jetzt nicht alle einzeln weinen ich hätte gerne Ponita Ranch oder so eine Backelbäckerei auch süß wäre oder was weiß ich ich meine ich liebe Geist-Pokémon am liebsten und bin generell Horror aus dem Lieblingsgenre in sei es generell Filme Bücher alles mögliche das heißt wenn hätte ich wahrscheinlich irgendwie so eine creepy Villa wo ich die ganze Zeit irgendwas an Kunst mache und dabei bin das sehe ich sehr für mich da ist ein Flamingo ich glaube wir haben noch nie diesen Flamingo getroffen Maskerate wir müssen jetzt Flamingos jagen los Razor let's go das ist das Viech was wir letztens als Mini Shiny gezogen haben das ist cool der Nachthyrmle ist schon sehr schön das gefällt mir ich finde in diesem Game muss man jede Textur die nicht ranzig aussieht appreciaten und das machen wir jetzt ein Friedhof oder das mein Friedhof wir sind sehr sehr schön und wenn jemand die in Ehren hält und sich gut um die kümmert sehe ich mich auch ich könnte die Skulpturen dafür machen deswegen ich sage ich wäre easy Geist oder Feentrainer 100%ig oder beides kein Plan let's go Schutzschild wow muss noch was trinken mhm 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 echt da gibt's Sternschnuppen das ist mega nice das dauert mir zwei Minuten bis wir mit allen nicht ranzigen durch sind ich wäre Käfer das ist auch sehr sehr cool ich habe schließlich hätte das wie viel liebe Käfer Pokémon bekommen weil als ich ein Kind war haben alle Käfer Pokémon immer gehasst aber da gibt's so banger Käfer Pokémon Designs ich mag die Themes von Käfer Pokémon immer richtig doll sowieso Drache wäre glaube ich mein zweiter Platz weil ich liebe Drachen über alles wiii bin's VGC ja man sag dich ich bin ready mit meinem Team ich glaube schon dass Racer süß die alle klatschen würde ich lasse Maskegato gerade seine Rache er wurde so oft fast von denen geklatscht als wir am Anfang hier waren jetzt darf er sich ausdoben aber wir müssen trotzdem es ist immer noch ziemlich nacht ich bin so irritiert weil es irgendwie heller ist als vorher aber nicht hell genug ich dachte gerade er hat irgendwie Pilze auf dem Kopf weil die Blumen so hinter ihm waren kann das ist eine Perücke ich habe alle Perücke an es ist sehr sehr sweet dass du fragst aber ich habe sehr sehr viele Perücken die ich immer regelmäßig trage daher yes that's the secret es kann sehr oft sein dass ich nochmal komplett anders aussehe und hier reinkomme und so das ändert sich sehr sehr oft und sehr sehr schnell in Baby VGC glaube ich Entschuldigung wenn dann wäre ich Profi nächste VGC Championship gewinne ich easy peasy wird beim Team was aus Hefel Pseao zur Ruhe besteht 100 pro und Zuruag und Uhafnir dann bin ich happy ich weiß gar nicht mehr wer das war ich glaube Curvy meinte man könnte eigentlich sogar Zuruag oder Uhafnir Team bauen und da sehe ich mich wenn ja dann sowas von Nee Baby VGC was aus Baby Monster besteht wo ach so oh okay okay das klingt sehr sehr cute das klingt cool das gefällt Das ist sehr sehr lieb erstens danke Panda und zweitens auch generell danke dass du das so fragst weil ich hab da natürlich kein Problem mit aber sollte das irgendwie das Problem für irgendjemanden sein ist das eine wirklich sehr sehr sweet Art und Weise das nachzufragen das ist sehr 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 bedacht finde ich sehr sehr cool Good Job Da hab ich sehr sehr viel Respekt vor Generell ich will nochmal sagen also ihr alle generell Team Community ihr seid so unendlich swede Leute ich bin das gar nicht gewöhnt ich bin ja eigentlich nie auf Twitch gewesen und da wird man nur generell grobe Sachen mit mit bekommen und so wie man von Social Media mit bekommt und ich bin es echt nicht gewöhnt wie sweet Communities sind und ihr seid so Nein es ist leider noch Nacht Tima hat sich verändert seit gestern naja es geht mir jetzt Moini Freunde es geht mir jetzt wieder besser genau so klingt der doch oder und yes mir geht es wieder besser ich meine ich habe auch eine Schmerzabette genommen es geht mir noch leicht so aber genug um das hier zu rocken Timo meinte es kann daran liegen weil wir Kartoffeln die eventuell schon ein bisschen am Knospen waren gegessen haben die teilweise ein bisschen grün waren und das kann sehr sehr gut sein weil ich habe keine wirklichen Krankheitssymptome ich habe keine laufende Nase oder so aber ich habe sehr starke Migräne Augenschmerzen meine Wiedersinn schwach in der Nacht hatte ich so richtig crazy Schüttelfrost dass ich gar nicht schlafen konnte es war echt ein bisschen gruselig aber jetzt geht es mir um was das angeht auf jeden Fall wieder besser daher kann gut sein dass ich uns fast vergiftet hätte aber es war trotzdem sehr lecker wo Razerbonus ich glaube Razerbonus auf der Box sehr viele Razers sind gerade auf der Box ich weiß gar nicht welche alle da sind aber einige wird es langsam Tag sieht das aus würde es Tag werden I have no idea okay okay was kann ich den gemeines über Raver sagen Raver ist eine wunderbare Seele wirklich Raver ist die reinkarnation einer problemlosen Person je so wenn ich ihn getroffen habe absoluter Sweetie und versteht so sehr was so Raver kann den Room sehr gut reden und versteht sie sehr gut was gerade deine Comfort Boundary ist und so und irgendwie I don't know Raver ist die reinkarnation von Chillic kann ich sagen richtiger Zuhause aber ich meine natürlich ey Raver ist voll doof haha ja genau das okay ist ja richtig dumm KGE zu heißen haha I don't know Raver ist safe der Beste Raver ist ziemlich cool ich muss mit Timo immer noch unbedingt einen neuen Ghibli Film gucken ich kann irgendwie nicht psychisch damit klarkommen dass er noch nicht geguckt hat stimmt aber du Raver da reden wir echt oft drüber also oft geht jetzt übertrieben aber sollten wir mal über dich reden sind wir jedes mal beides so yo das ist voll der kollege ja aber okay ich meine ja KGE hahaha nee kein Plan du bist auch ein korrekter Homie kann man nix sagen jo was war das denn gerade Hilfe ihr seid doch alle Sweeties ey also brauche ich immer so ein bisschen bis ich ins Roast reinkomme ich habe aber auch oft das Gefühl dass ich die Grenze zwischen was okay ist was nicht okay ist nicht ganz verstehe deswegen lasse ich sehr oft weil ich mich so schlecht fühle es habe ich schon oft vorgekommen dass ich angefangen habe Leute zu roasten und die das dann sehr persönlich genommen haben was aber glaube ich auch daran liegt dadurch dass ich so selten Leute roaster ist das so nichts was erwartet wird und wird dann oft zu ernst genommen wisst ihr was ich meine das problem habe ich sehr oft weil ich brauche immer so eine gewisse zeit bis ich damit komfy bin Leute zu ärgern und ich glaube dadurch wird es halt nie erwartet und wenn ich es dann mache ist es direkt zu ein was aber naja der todesboilern hab Bock auf spin mit lua ach so ne ne team hat ja gesagt das sollte jetzt irgendwas kommen dann würde er das eh machen wenn er wieder da ist weil er uns nicht vertraut genau das ist es na alles gut ich verstehe das schon das ist ja sein ding ich will ihm das noch gar nicht nehmen außerdem befriedigt das ja auch zum gewissen hat seine sucht und das können wir ihm nicht nehmen müssen doch suchtprävention betreiben sollen wir das kind da mal richtig auseinander nehmen das satz den wir nicht aus dem kontext nehmen sollten aber das will gar nicht kämpfen oh man der beste roaster kann einem weh tut nah im mor seh ich aber ich weiß nicht mir würde das wehtun hat Spaß ich finde irgendwie ich weiß nicht warum ich weiß mogel ist ein harmloses wort pipapo aber irgendwie desto öffentlich das wort höre desto mehr finde ich klingt das ein bisschen kritisch dieses wort aber ich kann es nicht in worte fast ich meine zu gewissen gar das ist auch eigentlich nur ein weirdes rassentrennwort ne aber ja wo ist team momo eigentlich äh der ist schlafen der braucht mal eine pause der will seinen schlafrythmus wieder zerstören für das dalukar event oh mein Gott ein trassler ihr wisst nicht wie lange ich trassler hier gesucht habe als ich noch rumgelaufen bin und jetzt kommt die olle möv ich locker eine halbe stunde oder so extra auf den trassler gewartet ist der gambersüchtige nicht wie er genau das ihr wollt ihm eigentlich nur helfen und das verstehe ich das ist sehr sehr nett von euch um was vertrauen zu nehmen aus tivo mimi ne 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 alles gut ich meine natürlich ja oh mein Gott ein hefe sorry wir sind ganz ruhig du bist nicht shiny er muss sterben eigentlich soll ich alle hefels fangen aber ich hab glaube ich nicht genug bälle Gott ich liebe hefe guck die noch nicht an das ist einfach Perfektion das ist einfach eine gottes gleiche form das ist so genau du bitte töte ihn nicht du kannst einfach weiben danke er ist einfach perfekt oh mein Gott okay wir müssen ihn beseitigen sonst werde ich ihn ewig angucken oh mein Gott es kommt er mehr okay wir finden heute einen shiny hefel hundertprozentig so wahr ich Razor Data heiße einfach in den Kopf beißen ich weiß es nicht ich sag auch ich glaube von allen pokémon würde ich am ehesten hefe oder backel essen aber dann würde ich auch gleichzeitig sehr hart weinen weil gleichzeitig könnte ich die irgendwie auch nicht essen aber das ist mindestens Gebäck und kein Fleisch macht das besser nein eigentlich nicht aber keine Ahnung ist ein bisschen schwierig Gott ist gleiche Form habe ich heute Morgen Salami gegessen nein die kannst du nur ey wenn ihr mir Hefe bastelt das also ich würde euch auf ewig lieben fuck it safe so tasty ja safe ne aber gleichzeitig mein armes Herz Masker Gato ach so ey na ja kein Ding Homie das ist ein Indie Game okay wir müssen das respekten keine Shinies also natürlich wir finden jetzt Shinies okay wir sind optimistischer hier so ne Shigi Suppe weiß ich nicht ich glaub shit cool ist auch gerne nicht so tasty Ditto Pudding das das für die schon wieder eher das schmeckt bestimmt einfach wie Götterspeise da ist bestimmt kein Unterschied oh god ich liebe Hefe so sehr das wirklich also du stehst richtig auf der Kippe das geht sogar noch oh diese Kleinies okay also ich Scheine Hilfe ist einfach nur leicht dunkler ne so war das ja soweit ich weiß also ist halt auf der Karte so ja ist ja ich bin das würde halt für mich glaube ich raushauen ja ich könnte gar kein Pokémon essen ich kann auch keine Tiere essen dementsprechend mein Tiny Backel heißt wie mein alter Rottweilackel oh Bubi das ist sehr sehr süß das fühle ich sehr kann dir ein Sandwich ausgeben wenn du eine Butter hast oder Tomate oder sowas boah Panda ich wünschte ich könnte dir da irgendwas zu sagen aber ich habe keine Ahnung von diesem Game ich habe das angefangen und irgendwie so keine Ahnung sechs Stunden Spielzeit da drin Sandwich ich liebe Sandwiches ich weiß dass wir das zum shiny hatten benutzt aber habe doch gar keinen Plan wie das geht tut gut und so fahrt einen dunkel bernsteinfarben aussehen einen sehr aromatischen geruch und einen speziellen pikanten geschmack ok sehe ich aber ist halt immer noch so ein Tier keine Ahnung ich kann dunkle pikanten geschmack bestimmt auch anders bekommen aber safe klingt lecker ich mag generell pikant sehr gerne meine beste freundin liebt scharfes essen extrem und die kocht immer so über über scharf das heißt ich bin da sehr gut abtrainiert ricks und beutel ja ich guck gleich mal alles gut hat bis jetzt auch für zwei shinies gereicht also ich stresse nicht oh Gott er schläft nein er ist gedießt Bond ahhh mein Herz wollte doch nur das schlafende Backel Hefel angucken sorry da ist sehr süß wenn er schwimmt frag mich ob alle Monsten Schwimmanimationen haben reptile isst man nicht reptile sind Freunde isst Säugetiere man isst gar nichts die Osefreunde kann essen ohne jetzt die große Propaganda Kolde schwingen zu wollen spicy Umami also Chili und Pilze ja safe wie auch immer Umami schmeckt danach klingt es ja man Gott er ist so süß was ist das ich kann das nicht mein Herz ich hab Gott die ganze Zeit so Schmerzen in meinem Brust kommen was ist so süß ist die anzugucken ich weiß nicht ob das so gesund ist eigentlich wollte ich mir wenn ich nochmal ein Pokémon Tattoo steche halt die zwei verschiedenen Siaugons stechen aber vielleicht soll ich mir ein Hebel stechen genau das genau das Nerolin denn ich bin ein wahrer Hai uuuh schnapp schnapp Umami ist die Pfiffgeschmacksrichtung mit in gewisser Hinsicht mit Fleisch und Geschmack ja ja ich ich weiß was in der Theorie Umami ist aber ich kann mir halt unter Umami nichts vorstellen weißt du weil immer wenn ich Leute frage wie schmeckt das sage ich halt ja wie Umami oder so ja leicht salzig deftig aber es ist halt schwer wenn man sein Leben ohne das Wissen von dieser Geschmacksrichtung verbracht hat und dann plötzlich gesagt kommt yo das existiert und wie beschreibt man das hier daher kein Plan aber ich glaube euch dass ich gönne euch euer Umami vielleicht sollte ich einfach so aus Prinzip anfangen zu gatekepen und die ganze Zeit sagen Umami würde nicht existieren ich glaube das würde richtig viele Leute mega triggern nein es wird Nacht meine Hefels Alter so kleine Beinchen das ist wirklich Gott guckt euch das an als ich damals noch Zeichenunterricht hatte auf der Akademie haben wir immer über verschiedene Kanons geredet Kanons sind so die Proportionen eines Körpers je nachdem wie viele Kanons du in einen Körper packst hat das halt eine andere Wirkung Kanons packt die Größe eines Kopfes und zum Beispiel ist irgendwie so keine Ahnung der Standardkanon sechseinhalb also der Standardkörper ist glaube ich sechseinhalb Köpfe groß so vom Verhältnis her irgendwie sowas ich habe die exakten Zahlen nicht mehr und es gab bei uns auch den heroischen Kanon und Buckle hätte einen heroischen Kanon uuuh Mami genau das ja man diesen Satz höre ich auch sehr oft uuuh ei 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 die beste Soße immer noch von Knorr Brandstifter schön scharf und lecker klingt sehr sehr nice habe ich keine Ahnung aber klingt sehr lecker trippig oder sind die unterschiedlich groß ich meine vielleicht sehe ich es auch einfach nur falsch aber die haben doch safe eine unterschiedliche Größe das ist ein sehr guter Spawnhut hier ich bin glücklich glaube ich wäre echt der geborene shiny hand da hätte ich mehr Zeit und keine andere Arbeit zu verrichten weil ich könnte das jetzt ewig machen die ganze Zeit team ey ne wir judgen da nicht kein kink shaming außer dein kink ist kink shaming dann werde ich ihn shamen wir können unterschiedlich groß sein okay okay dann trippe ich nicht wollen wir den größten shiny buckle haben lass mal Weltrekorder aufstellen wir fangen jetzt das größte shiny buckle was existiert Hefel meine ich ihr wisst was ich meine ihr wisst doch was ich meine muss zu meiner Verteidigung sagen ich glaube ich habe höchstens irgendwie drei Stunden geschlafen um den Dreh weil dadurch dass ich halt durchs krank sein den ganzen Tag gestern geschlafen habe konnte ich halt nachts absolut gar nicht schlafen was bisschen nervig war aber dafür habe ich dann ganz viele Videos schon mal in meinem Kopf geschnitten manchmal wünschte ich wenn ich über Dinge lang genug nachdenke und sie in jedem Schritt exakt überdenke würden sie einfach passieren weil wie oft ich in meinem Bett liege und in meinem Kopf die ganze Zeit Zeichnungen zu Ende mache oder Videos schneide und warum ist das dann nicht einfach so ich habe das doch dann schon alles durchgeplant ist ja voll kompliziert also ja er hält jeder wie er möchte ja das sowieso das sowieso aber es ist schon lustig zu haten ich weiß was du meinst ohne darüber lustig zu machen ist super aktiv denke ich okay okay so viele Hefels das sollte ich einfach ein Team nur aus Hefel und einem Maskagato machen das wäre auch wundervoll süß Mäuse ich glaube der Sternenhimmel der eben war war einfach nur noch der alte Sternenhimmel kann das sein bist du wieder fast ertrunken mein Baby Gott ich liebe Maskagato ich muss Maskagato unbedingt cosplay das war ja so ein Banger Cosplay ich stelle euch vor ich mache so die Maske und mache das Cape aber mache da extra so Draht durch dass das Cape auch so richtig cool hinter mir steht ich glaube das wäre Banger hi Toki stop ich weiß nicht was du meinst du wirst ja jemand hat Maskagato ein bisschen für mich versaut fair enough aber Filios war nicht Maskagato lass mein Baby Maskagato da raus okay es ging da nur um Filiospa man muss auch sagen und das meine ich gar nicht schämen weil ich habe absolut nichts gegen Furries auch nur ansatzweise Furries sind ein sehr wichtiger Part der Szeno Community in der ich dran bin aber Filiospa ist ja literally einfach nur ein Fursona das ist ja nicht mal irgendwie so ein Pokémon Design es ist ja einfach nur ein Furry Design es sieht ja einfach nur aus du könntest Filiospa vor ein paar Jahren einfach im Furry Forum posten und es wäre dann eine Furry Aussie und keiner würde sagen ja mann Pokémon nee das ist meine Love Language okay das sage ich das sehe ich das fühle ich viele meiner Freunde sind so meine Freundesgruppe besteht so entweder es Leute die ganze Zeit schreiben ich will ein Kind von dir oder es Leute die schreiben ich will dich mit einem Bus überfahren und das ist appreciated das kann ich nicht nein du musst das auseinanderhalten das ist wichtig hier sind so viele Hefels das ist so ein wundervoller Tag das ist der beste Tag in meinem Leben oh da schläft er wieder okay warte bitte die spawn nicht ich will ihn angucken wie er schläft wehe du die spawnst nein warum die spawnt der immer ich sage komm ich irgendwann gehen wir wieder lang und dieser Schlafnäfel da ist einfach shiny und dann gehen wir hin und dann die spawnt er wieder und wir können nichts dagegen tun absolut gar nichts aber das ist okay hast du die Haare an das Headset angepasst oder das Headset an die Haare ich habe das Headset ja selber gehekelt damals und das war ich habe ja jetzt seit keine Ahnung vier Jahren ich weiß es gar nicht aber sehr sehr lange zwei verschiedene Haarfarben diese Splithair und dann habe ich das damals dafür gehekelt weil erstens konnte ich mir diese ganzen Ohrensachen nicht leisten weil die sehr sehr teuer sind und ich wollte halt wenn dann gute Quality haben das heißt ich habe mir gute Quality Kopfhörer geholt und dann habe ich einfach die Ohren selber gemacht und ich wusste halt eh dass die Splithare sowieso bleiben das heißt dann habe ich einfach schwarz und weiß gemacht weil das auch für alles passt daher jetzt und die Perücke ist eine Perücke von einer sehr guten Freundin von mir aber die braucht sie gerade nicht mehr deswegen ich wollte mehr Perücken mit diesem Split kaufen weil das eigentlich sehr cool ist weil das ja eh einfach meine Haare sind und da fühlt sich das irgendwie nochmal persönlicher an das Split ist richtig cool dankeschön 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 und Savewaver lass mal zu unserem Sonntagabendplan machen klingt doch Banger ne ich liebe den Split auch sehr ich weiß so das einzige was so ein bisschen nervig ist aber ich versuche es einfach als Kompliment zu nehmen weil ich glaube die Leute schreiben das eh nur um einen abzupacken und ich versuche alles als Kompliment zu nehmen ist das seitdem ich das habe klicke ich glaube ich als ich noch Aktivcontent auf allen möglichen Tenels gemacht habe so jede Woche ist das ein Kommentar was sagt so Melanie Martinez und ich verstehe das das ist okay die meisten Leute kennen diese Haare dadurch und Melanie Martinez ist eine wunderbare Künstlerin aber es gibt mehr Sachen mit Split Haaren als Melanie Martinez und man muss dazu sagen diese Split Haare die habe ich mir schon halt im Kindergarten immer gezeichnet ich könnte euch jetzt irgendwelche Zeichnungen von meinen Kindergarten Zeichnungen und Dossiers raussuchen und die hatten halt alle Split Haare also hat Melanie Martinez das von mir geklaut nein aber aber ja aber ich meine es ist eigentlich ein sehr krasses Kompliment ich meine sie ist sehr sehr nice safe Lord nein nein ich schon gesagt das ist doch eigentlich sehr sehr sweet weil sie eine sehr talentierte ist sie eine Dame identifiziert sie sich noch als Dame ich bin mir nicht sicher ich glaube weiß ich nicht ihr wisst was ich meine oh my god so ich mag die Haare auch sehr bitte ertrinkt mich wieder ich glaube an dich nein okay gucke ich diesen Stand an Maskagato könnte safe bei Jojo mitspielen Maskagato sieht aus wie dieses Meme so identifiziere den Stand User in der Crowd hast du Zeichnung vom Kindergarten ja ich habe noch Zeichnung vom Kindergarten von der Grundschule ich war auch in der Comic AG in der Grundschule hell yeah und wisst ihr was die Story von meinem Comic war denn ich war sehr original und diese Story hat bestimmt nicht jedes Kind mal gehabt meine krasse Story war das mein Original Character also ich weil meistens waren die Original Charakter die wir erfunden haben in der Grundschule wie selber hatte keine Eltern mehr und ist im Wald aufgewachsen bei Wölfen und ja das ist halt so shit passiert und konnte mit Tieren sprechen hell yeah und dann war das Cover so so ein edgy Bild von so einem Felsen wo so ein Wolf den Mond dann heult und mein Charakter da ist neben dem Wohnen mit seinen schwarz-weißen Haaren und ja das war das war sehr original ich hätte es eigentlich patentieren lassen sollen jetzt wäre ich nämlich sehr reich und berühmt damit scheiße da wäre ich auch dabei gewesen ja komm her wir gründen immer noch einen Comic AG Club was auch immer ich sehe uns da wir werden noch Mangaka noch können wir das aber wir müssen extra schlecht sein damit Mappa uns nicht findet sonst ist es aus klar wo du hast nicht viel verpasst Luke ich meine natürlich wir haben 30 Shiny Hefe gefunden und das hast du verpasst ganz ganz viele ja Mappa ja genau du weißt was ich meine oder wie Timo sagen würde ihr versteht mich nicht vielleicht sollte ich ihm wirklich so ein Shirt bedrucken oder so nein Mappa wird uns alle knechten ja irgendwann versklavt Mappa uns alle wir können alle mindestens einen Strich zeichnen und das reicht denen allen hallo was machst du da hinten ich weiß es ist ein schöner Zaun aber okay na dann oh Gott das ist mein Paradies oh bitte nehmt mich mit zu eurem Anführer ey ich kann nicht mehr ich fang gleich an zu weinen ihr müsst wissen wenn ich starke Emotionen fühle dann weine ich das ist das ist einfach so da ist so ein Ding ich hab mal überlegt deswegen zum Therapeuten zu gehen aber ne also stört mich ja nicht ist halt einfach nur nass aber stört ja nicht deswegen ja ich werde auch bei Sinobet wenn wir weiter Sinobet spielen hundertprozentig sehr oft weinen wenn ich wütend bin dann weine ich wenn ich traurig bin dann weine ich wenn ich glücklich bin ich weine ich bin überrascht ich weine aber das ist gut vielleicht wäre ich wasserbändiger in einem anderen Universum aber mit meinen Augen wir sind ja ihr wisst gar nicht wie sehr ich mich auf die LBM freue Gummus Nächse weil ich hab ja das Privileg da zum Glück wieder zu arbeiten am Nintendo Stand und ich freue mich da sehr drauf ich liebe es auf Messen im Convention zu arbeiten das ist das Beste überhaupt und es ist halt jemand der eigentlich nur am PC arbeitet und die Außenwelt sehr selten sieht ist das immer sehr 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 nice weil ich sehe dann die Außenwelt auch sehr extrem und sehr sehr viel von der Außenwelt aber halt trotzdem sehr gefiltert weil natürlich treffe ich da nur Leute die so ein bisschen den Shit feiern den ich feier oder Leute die das alles noch kennenlernen aber generell einfach sweet Leute Leute auf Convention sind so unendlich süß ich liebe Leute auf Convention und das ist einfach das ist sehr sehr cool und irgendwie ist das so das macht sehr viel Sinn in meinem Storyark ich meine sonst bin ich immer zu Convention gegangen und gehe immer noch zu Convention aber jetzt auch da arbeiten zu können das macht sehr viel Sinn Team Slash Staffel 4 wird auf Mai verschoben ui oh no das tut mir leid ich meine wenn es dafür halt quality mäßig delivert dann ist es gut lieber haben wir dass sie es irgendwie ein bisschen verschieben und es dafür wirklich banger wird als dass sie es nicht verschieben und dafür es gerusht ist und einiges halt fehlt oder nicht so gut ist ich meine es soll nicht irgendwie enden wie Seven Deadly Sins oder so oh hey y'all oh ich muss Cornflakes jetzt mit einem kleinen Löffel essen weil meine Schwester das schmutzige Schirrkort hat das ist ja das beste Nerolin wie kann man das denn haten das ist so wundervoll ich liebe kleines Besteck ich esse nur mit kleinem Besteck es gibt noch nichts cooleres als wenn du da mit deinem riesigen Pott hängst und mit so einem kleinen Löffel bist du das ist ja so cool ich fühle mich dann immer wie in einem Ghibli Film oder wie so ein kleiner Troll oder so ich kann das wirklich also du wirst da süchtig nach ich sag's dir du machst das jetzt und hatest das und in einem halben Jahr sitzt du da und hast nur noch kleines Besteck vertrau mir dauert doch ewig mit kleinem Löffel aber das ist ja cool dann kannst du ja so genießen dann kannst du ja gar nicht schlingen dann ist das so eine ganz lange Experience da ist halt übel nice ich hab vor Corona damals auf dem Japan-Tag mit Sam aka immer als Lucy da von Appleware abgehangen vor dem damals auf dem Japan-Tag echt das ist sehr sehr wild weil Samuel ist einer meiner besten Freunde also Sam deswegen das ist sehr sehr wild ich hab letzten Japan-Tag haben wir ihn mitgenommen weil er eigentlich eigentlich will er ja nicht mehr auf so Events gehen aber dann sind wir halt trotzdem als Gruppe gegangen und haben ein bisschen protected und so deswegen das ist wild ich wusste gar nicht dass du ihn auch kennst weil das ist halt basically der beste Freund von meiner besten Freundin und dadurch hab ich ihn kennengelernt und jetzt sind wir halt auch giga close gerade callen wir auch jeden Donnerstag du fühlst dich da mal groß Entschuldigung ich bin relativ groß weil ich bin jetzt niemand der irgendwie so Größenkomplexe hat aber ich sag euch ich bin wahrscheinlich größer als die meisten von euch in 5 Minuten warten da kann man die Cornflakes trinken oder so was mit einem Esslöffel essen nein, nein, nein Teelöffel ist Banger Teelöffel ist die Antwort und Kuchengabeln das ist das Beste essen müsst ihr aber normal immer mit einem kleineren Löffel ja, safe das ist ja auch das Wichtigste I guess das macht uns zu freuen im dritten oder vierten Grad ist das ziemlich cool let's go oh no du bist wirklich groß das ist nicht das einzige an mir, was groß ist ja der ist Level 6 da können wir auch mal ein bisschen reinschallern denn ich habe ein sehr großes Gehirn aber nicht so groß wie die Hände von Timo nein ich glaube niemand ist so groß wie die Hände von Timo egal wie groß du bist Timos Hände sind größer das ist immer so ein bisschen so die Regel das ist ja auch ein altes letztes Sprichwort das kennt ja eigentlich jeder dieses Sprichwort Maskagato so cool ich sage Cosplay von Maskagato wirklich Banger dann noch irgendwie so ein nice Kleid oder so eine schöne Strumpfhose Banger hohe Schuhe würde so rocken ich glaube das Design von Maskagato weckt einfach dieses Theater hinter mir auf ja kennt das auch aus der Schule das Sprichwort ja eben easy also das kennt ja wirklich jeder das ist glaube ich so basic nicht mal Eisenhand nee nicht mal Eisenhand Timos Hände sind größer als komplett Eisenhand ich muss aber auch sagen den Spitznamen Eisenhand den haben ja auch schon echt viele Timo gegeben also das ist ja selbst seine Eltern haben ihn schon immer damals Eisenhand genannt das ist ja halt so ein Ding ja okay wir müssen immer Ausschau halten oh ja so süß seine kleinen Beinchen ich finde wenn ein Wesen so dargestellt ist dass es von Polygons einfach nur so kleine Dreiecksbeinchen hat dann ist es perfekt einfach nur perfekt Peak Design Peak von AOT okay das ist sehr unlustig aber mindestens eine Person hat gerade geschmunzelt und das reicht mir das einzige was das aus war so Dios Händen hat sind meine Depressionen nein nach die Outgame wichtig das Outgame war wichtig das ist so basic wie Pummskinacken halt ja save eben jeder kennt das jeder kennt das jeder weiß das das Allgemeinwissen würde ich sagen wenn nicht schon Kulturgut das ist einfach Teil der deutschen Gesellschaft wie groß Timo in real life schon recht groß ich habe jetzt keine Ahnung über die genaue Größe aber ich achte da auch so nie drauf bin ehrlich mit euch es gibt echt nicht viele Dinge die mich so wenig jucken wie die Größe von Menschen es kommt auf die Größe des Charakters an okay das ist jetzt ein wacker Spruch aber ihr wisst was ich meine kann dabei glaube ich eh nicht so viel sagen weil I don't know mich juckt sowas wirklich gar nicht aber schon recht groß ich glaube er wirkt manchmal ein bisschen kleiner weil er halt ein kleiner Shrimp ist aber wenn er sich mal gerade entstellt ist er schon recht groß eh du hast nie ja ich glaube 1,90 1,92 irgendwie sowas I don't know also ich bin 1 ich glaube 72 war es letztes Mal als ich gemessen wurde ja aber gar kein Plan okay was denn genau das wenn ihm was Freude bereitet dann ist das wundervoll mein erster hat dauerhaft am Chillen und das ist wundervoll besser ist der Kompli als irgendwie ne mein Gott jemand hat AOT gesagt ja richtig so ich liebe AOT immer noch sehr nein läuft noch nicht vorbei okay gut was fliegt denn da oben nein Hopspross irgendwo I guess da da hinten okay mich immer alle klein fair enough das ist ja auch vollkommen valid ich weiß nicht wie groß du bist aber ich gönne dir das doch schön gesagt ich glaube Größe juckt echt gar nicht Leute die irgendwie so pseudomäßig auf Größe schauen I don't know ne was auch immer da ist diese gruselige Oma die immer bei BGC Turnieren im Hintergrund cheert aber fünfmal vielleicht sollte ich die auch cosplayen das wäre doch Banger Cosplay auf dem BGC Turn damit verstehe ich auch die ganze Zeit so oder das verstehe ich also es ist wirklich sehr sehr lange her und ich habe den auch nicht durchgeguckt aber erstens schwärmen da sehr viele von und das was ich gesehen habe fand ich sehr sehr cool ich mag es wie irgendwie jedes Gespräch was wir haben zu einem gewissen gerade wieder zu Anime zurückführt und es erinnert mich für immer daran ich habe mal auf einer Automobilmesse gearbeitet keine Ahnung das war irgendwie eine Messe da war ein Saal der ganz viele Vintage und normale Autos gezeigt hat und dann war da ein Saal wo einfach nur Rennsimulationen rumstanden und man die testen konnte das war sehr sehr crazy keine Ahnung warum da Nintendo stand war aber war ziemlich cool jedenfalls Wange Rede kurz zu sehen dann kam so ein recht großer Autostreamer kein Plan an mir vorbei und dann hat die ganze Zeit diese Messe live gestreamt und kam so an mir vorbei habe ich angeguckt und habe einfach nur gesagt das das passiert wenn man zu viel Anime schaut an sich rumgedreht und ist gegangen und ich kannte den nicht hatte keinen Plan aber das war irgendwie so das war eine der schönsten Interaktionen die ich in meinem Leben hatte ja das war wild das war es hat mich sehr glücklich gemacht ich hoffe ich werde ihn irgendwann in meinem Leben mal wiedersehen das war sehr sehr witzig ich weiß noch bis heute nicht ob das nett gemeint war als das nicht nett gemeint war ich habe keinen Plan aber ne ich kann eben das das war Timo ja man ja man Automobil der Benachtigungen der Benachtigungen Wingsbums wegschalten oh das geht glaube ich von alleine weg da kann ich wieder alles lesen aber wer kennt es nicht Razor der die ganze Zeit shiny Hefel jagt und so ich meine der fehlt hier bestimmt noch besonders wegen Dex daher oder shiny Dex oh krass das klingt wie ein Satz den ich fair enough da wird man einmal inaktive Timo wird zur Frau ey was soll ich sagen woran hat es gelegen ich kann es dir nicht sagen ich als Timo ich kann ja alles sein und wenn du nach Hause kommst dann bin ich nicht mehr Manuel Neuer keine Ahnung ob irgendjemand diese Reference versteht ne also Timo ist actually gerade sicher ausruhen weil er sein Startwort ein bisschen umformen will weil er bald das Dalu Card Event ist und das wird ein sehr crazy 24 Stunden Stream und dafür will er deswegen seinen Startrhythmus ein bisschen abändern damit das funktioniert Cola Werbung genau das liebe diese Werbung ich sollte vielleicht hingucken wenn Maskato anfängt Hefels anzugreifen damit ich auch sehe ob das die tötet oder nicht tötet ist so ein starkes Wort ich kann tötet irgendwie nicht im Kontext von Pokémon sagen besiegt ich habe damals mit meinem kleinen Bruder immer Pokémon gespielt und dann wollte ich dem nicht sagen dass die Pokémon sterben deswegen habe ich auch immer einfach nur die schlafen jetzt und so gesagt das geht nicht das wäre böse generell ich habe sehr schöne Erinnerungen mit meinem Bruder Pokémon zu spielen der ist halt fünfeinhalb Jahre jünger als ich und deswegen habe ich dem vieles zeigen können als wir immer waren das ist sehr sehr schön gewesen vielleicht bin ich nicht deine Freundin sondern Manuel Neuer genau das und wir sind gerade im Stadion und feiern unseren Sieg doch wenn du nach Hause kommst bin ich nicht mehr Manuel Neuer ich wäre gerne Manuel Neuer wo ich lieber Thomas Müller wäre glaube ich bringen sie zu den Bahamas du solltest Pokémon-Kommentator werden die dürfen dich mal töten sagen ok ok das sehe ich ich meine sie versuchen halt ein kinderfreundliches Franchise zu bleiben also macht schon Sinn und ich meine in Theorie sterben die ja auch nicht die werden ja nur besiegt weil wenn sie tot werden könnte man sie ja nicht heilen genau die werden ja nicht wiederbelebt kein Plan Feinsteigerbestes save das auch ich mochte ich mochte Ballack damals sehr gerne als Kind warum auch immer weil in dem Alter wo ich war konnte ich die eh nicht auseinanderhalten aber irgendwie fand ich den Namen so witzig und sonst ja 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 und Philipp Lahm war auch cool kampfunfähig genau das ähm actually Ballack war GoTo2006 ja das kann gut sein ich erinnere mich da nicht mehr genau dran aber ich meine schon ich habe immer die die Rewe Sticker Album komplett durchgesammelt weil mein Dad die immer gekauft hat für uns das war sehr cool ich mochte auch Ballack weil Namensfette ah ok ok sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich hey ich dachte du heißt dich Michael jetzt bin ich verwirrt ok ok spawnt mal bitte wieder ich brauche euch doch ich brauche euch doch oh was bist du denn für ein Kleini oh du bist auch ein Kleini so viele Kleinis ok wichtige Frage an euch ich mache mir da echt viele Gedanken drüber in der Zeit wer sind eure favorite Coverlegis Namensfette sagt man ja auch wenn man den Namen ah ok 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 sehe ich einmal Fußball im Leben gefeiert das war das Witz bei dem WM sie ja das fühle ich aber ich bin auch aus meiner Fußballphase komplett raus als Kind und Jugendliche war ich da sehr drin aber jetzt halt gar nicht mehr yo nein jetzt wird's laggen können Hefels auch im Sturm spawnen bestimmt die sind auch nicht aus Zucker obwohl die sind bestimmt irgendwie aus Zucker zum gewissen Grad nein da ist man drei Tage im Urlaub kommt zurück und Timo sieht plötzlich sehr anders aus hey ich weiß nicht was du meinst ich bin Timo moini Freunde ich bin Timo und ich kann alles sein was du willst seh ich in Sama Senta wahrscheinlich Ray Ivelta ist ein motherfucking Deathbird seh ich seh ich seh ich Koraydan und ok ok weil ich hab da wirklich viel drüber nachgedacht und ich dachte dass ich Lunala und den den Löwen Homie mögen würde weil ich liebe den Mond der Mond und ich sind so wir sind so Homies richtig aber ich muss sagen und vielleicht ist es einfach Nostalgie haftet aber Rechiram und Sekrum touchen mich irgendwie auf andere Art und das klingt jetzt ein bisschen komisch aber ich meine einfach damit dass ich für die sehr viel mehr fühle als für alle anderen daher ja I don't know ich glaube es sind Rechiram und Sekrum und ich kann es nicht ändern weil ich sowieso ich liebe die Designs an denen weil die so ein bisschen mehr mit Schnörkeln sind ich liebe Drachen sowieso über alles also ja aber sehe ich alles und die Weltall und Xeranias sind auch boah die sind so gut holy shit Timo ist der Mann im Mond oder genau das natürlich du kannst du bitte ein Daddy sein für mich ey safe gerne bin der Daddy für sehr viele Leute miteinander mittlerweile ich kann sehr gerne eine Tochter mehr haben ein Babygirl no wir sind gegen Hefe gestoßen ich werde dieses Jahr auf der Doku wie so viele Daddy Cosplays raushauen das wird wieder wundervoll du und du Nala ich meine es liegt eigentlich auf der Hand ne auch mehr für Rechir und Sekrum ne aber richtig so ich sag es geht eigentlich voll dafür dass es alle mal gesagt haben ist vielleicht so übel zum Regen und Sturm ich hab's schon um einiges schlimmer gesehen sag ich jetzt und gleich stützt alles ab True die passen wirklich zu meinen Haaren da hab ich nie drüber nachgedacht aber True das stimmt absolut ja okay jetzt lagts warum lagts ja jetzt hat aufgehört zu regnen was sammelt ihr euch hier an ist das hier der geheime Treff der Hefe wenn ich das fragen würde wäre es wenn du 21 ey ich ich nehm alles ich glaub fast alle meine Kleinies sind sehr viel älter als ich daher ne andere Weise ja ja ihr wisst doch was ich meine ihr wisst es doch ich sag euch ich sag euch ich träume heute noch von Hefe hundertprozentig gibt es gute Hefe Plüschtiere bestimmt weil ich bin immer noch sehr sehr traurig weil es gibt keine guten Xiao Plüschtiere selbst nicht irgendwelche guten wo du fischst deswegen überlege ich irgendwann jemanden zu commissionen oder selbst eins zu nähen aber ich glaub da macht es mehr Sinn eins zu commissionen weil so gut bin ich jetzt auch nicht im nähen aber mal gucken ja man dantje ich bin ganz deiner meinung danke für den Code danke für die Rose weiß ich mal was dieser Code macht ist das irgendwas gefährliches stürzt gleich alles ab yes yes ice cream yes yes genau das gang gang oh ihr süß ich lieb's wenn die so auf dem Haufen das sieht so knuffig aus als wäre das wirklich so ein kleines Rudel ich bin schon um BP-Farm das kann sehr gut sein kein Plan rar vielleicht soll ich Karriere wechseln vielleicht soll ich auch irgendwie NPC-Streamer werden hallo Anton was sind deine Mission oh ja erlöse ihn von seinen Kopfschmerzen der Code macht dich erst wenn ich dann aber stark auch steuern will oh nein dann lass mal lass mal bitte nicht nicht in die Insie falle steuern ich muss auch noch meine Steuern machen irgendwann bin so froh dass ich noch offiziell studiere das ist sehr sehr gut so viele Kleinies oh nein bitte trink nicht schon wieder du machst das okay gut oh ciao das ist so wild das ist so wild du seh ich so hart in your Pokemon Snap-Stream das wird nicht seh ich ey ich seh mich da auch ich glaub das macht Sinn ich wollte das eh schon immer mal spielen es gibt so viele Games die ich nochmal neu spielen will ich will auch Rumble und weg nochmal neu spielen oder Poké Park und alles 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 Safeway es ist also ich mein ich ich glaub wir sind langsam in diesem Zeitalter vorbei wo man dieses Spiel zu Tode hatet und sich über jede Bugs aufregt ich find's eher witzig ich mein das Spiel ist jetzt lang genug draus da nicht jedes Mal so zu tun als wäre das irgendwas komplett Neues das Verpackt ist aber witzig ist es trotzdem muss eh mal gucken wenn ich wieder anfange zu streamen was ich da alles streame ich mein ursprünglich ist ja der Plan vor allem halt Commissions und Kunstsachen zu streamen weil wenn ich eh schon daran arbeite dann kann ich das auch streamen da kann ich auch mindestens eine süße Zeit mit euch haben aber ja mal schauen da werden bestimmt doch irgendwann ein paar Games drin sein kriegen wir bestimmt hin und ich will ja ursprünglich war ja einfach der Plan dass ich ab September wieder anfange weil da werde ich ja tätowieren lernen und das würde ich halt sehr sehr gerne streamen weil das hält mich motiviert dann kann ich mich jedes Mal auch so ein bisschen erstens liebe ich es das zu lernen und zweitens ist es halt sehr sehr cool diesen Progress festzuhalten und das irgendwie noch so nachschauen zu können und es ist natürlich auch generell praktisch da dauerhaft so Austausch zwischen Leuten zu haben wenn man das lernt weil ich bin mir sicher da werden auch irgendwann mal random Leute kommen die nochmal mehr Ahnung haben als ich und die mir weiterhelfen können und so daher yes aber da werden es ja einfach ein paar Games bei sein ich mein es kommt das neue Professor Layton Game weil ich ehrlich bin ich weiß nicht ob ich bereit bin das zu streamen weil Professor Layton hat wirklich einen sehr 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 special Place in meinem Herzen und ich werde wahrscheinlich sehr sehr viel Dauers haben und das wird mich sehr krass bewegen und ich weiß nicht inwiefern ich dann noch so ready bin dann die ganze Zeit mit Leuten zu interagieren das hat gar nichts mit euch zu tun oder generell mit Leuten und ich rede generell ja sehr sehr gerne mit Leuten aber das bedeutet mir halt wirklich viel und vielleicht will ich das eher am stillen genießen ich guck mal je nachdem auch wie bei Timo dann ist weil wenn er auch schon am neuesten Stand ist wenn das Haus kommt dann können wir das vielleicht zusammen streamen aber mal gucken was die Zukunft bringt hast du nur Snap gespielt? ne ich hab gar nichts gespielt an den ganzen Snap-Teilen leider ich hab nur einmal den Stand betreut als wir den Stand dazu hatten und Sticker verteilt haben die Sticker waren sehr hübsch es ist so dass man die alten Games mit Bugs in den Armen nimmt statt die neuen zu zocken ja seh ich seh ich seh ich ich meine ich muss so viele Pokémon Games replayen solche ich würde sagen meine Faves sind schwarz und weiß und x und y und auch an die Spiele obwohl ich die so sehr liebe erinnere ich mich wirklich kaum noch immer wenn ich Sachen davon sehe denke ich mir so ich hab's irgendwo in meinem Kopf aber erinnern tue ich mich nicht wirklich und das kann ja eigentlich nicht sein oder auch Solatorobo ich muss unbedingt mal Solatorobo streamen damit Leute das einfach sehen und kennenlernen jede Person der ich dieses Spiel zeige dies wird das kennt ist ein Gewinn für mich ich wollte zumindest auch einen Late Marathon durchziehen bevor das neue Spiel kommt yes save hundertprozentig das war sowieso mein Plan aber durch das ich jetzt eh dazu Timo zwingen kann die alle zu spielen ist das praktisch dann kann ich jetzt mehr Sachen vereinen und go Vanny hallo ich hoffe es geht dir gut ich hoffe du hattest einen sweeten Tag bis jetzt guten Abend oder guten Morgen was auch immer für dich gerade deine Phase ist ich appreciate es sehr wie lange es gerade Tag ist das ist sehr sehr praktisch kann gerne noch länger Tag bleiben aber jetzt habe ich es ausgesprochen das heißt wahrscheinlich wird es jetzt Nacht yes yes gut das freut mich das ist sehr sehr gut wir shiny hatten gerade Hefel weil ich könnte die Story weiterspielen ich bin auch irgendwie nur bei zwei Orden oder so aber wir könnten halt auch shiny Hefel fangen und das ist halt also man muss ja einfach sagen so Prioritäten da ist ja ist ja gar keine Frage was eine höhere Priorität ist ne ich habe jetzt auch überlegt für die ganzen Sticker aus den Blistern diesen Stickerboard zu holen weil normalerweise klebe ich alle meine Sticker mal auf meinen Koffer was sehr sehr cool ist aber langsam ist der so zugeklebt ich glaube es wird sich mehr lohnen schöne Sticker an der Wand zu displayen deswegen überlege ich mir irgendwie so ein Pappboard zu holen oder so keine Ahnung muss ich noch ein bisschen kochen was genau ich damit mache aber kriegt man schon hin ich habe mir letztens so ein Board aus Stoff selber gemacht wo ich meine ganzen Pins und Buttons dran hängen kann damit die nicht einfach random im Haus rumfliegen und das ist schon sehr cool und man kann das einfach irgendwas mit Stickern machen dann habe ich einen Hefel-Sticker so warte mal nicht der mich kurz hin dann lese ich und dann esse ich einen Keks dabei das wollte ich eh schon die ganze Zeit Waloo ich musste ich was fragen wegen Cosplay kannst du was empfehlen wie man zu guten Cosplays kommt also gibt es eine Website oder mehr DIY ähm ich würde sagen gerade für den Anfang hängt es halt sehr davon ab was du cosplayen willst weil solche jetzt wenn wir von kaufen reden natürlich gibt es nur die wirklich bekannten und okay was gargacho ich meine same ähm gibt es natürlich nur die die gerade wirklich beliebt sind zu kaufen wenn es jetzt zum Beispiel nehmen wir mal Genshin Impact als Beispiel Genshin Impact wenn du daraus was cosplayen willst würde ich dir eigentlich vor allem am Anfang empfehlen was zu kaufen weil erstens das selber zu machen ist wirklich schwer und meistens sehr viel teurer als das zu kaufen und da gibt es halt auch wirklich sehr sehr gute Cosplays zu kaufen aber wenn es jetzt keine Ahnung nehmen wir Chainsaw Manus dann kannst du es safe selber machen weil es vielleicht irgendwie so ein Hemd und eine Hose oder so das kriegst du ja fast in jedem Laden da würde ich dann einfach ein bisschen improvisieren und wenn du Cosplays kaufen willst würde ich dir Doki Doki empfehlen als Webseite das Problem ist die sind manchmal nicht so hundertprozentig zuverlässig aber selbst wenn die dir mal was schicken was nicht so cool ist kannst du es eigentlich immer zurückschicken und refunden und was Quality angeht haben die eigentlich die besten Sachen die ich kenne also eine Freundin von mir bestellt da eigentlich alles und die ist sehr sehr happy ja deswegen ich würde sagen es hängt halt immer ein bisschen davon ab was so dein Ziel ist also die meisten Cosplays die ich selber mache liegt dann meistens halt eher daran dass es die einfach gerade nicht zu kaufen gibt weil je nachdem was du machst ist halt selber machen auch teilweise noch teurer ich verstehe wenn man das macht wegen Stolz und weil es halt cool ist und weil das Crafting auch wirklich Spaß macht aber ich habe da meistens weder Zeit noch Geld für deswegen würde ich dir so eine Seite wie Doki Doki oder My Costumes empfehlen schau vielleicht einfach mal auf Instagram und guck da viele Leute verlinken da entweder die Cosplay Seiten wo sie kaufen oder gib einfach oben in der Leiste Cosplay ein dann werden dir eigentlich recht viele Shops angezeigt ja nicht Literal Club nein obwohl ich das Game auch sehr liebe ich habe da letztens mit Timo mal drüber geredet weil er dachte das ist einfach nur so ein Dating-Simper und ich war so nein nicht so ganz und sehr sehr gerne du kannst mich gerne auch so immer alles fragen sonst wenn du irgendwas spezifischer und Fragen hast und ich vielleicht mal nicht im Stream bin es leider auch immer gerne in meine DM oder so was solche Fragen angeht helfe ich immer sehr sehr gerne weiter und jetzt machen wir eine Kekspause hm aber ich liebe Zitronensachen diese Kekse machen mich echt happy liebe auch so Zitronenkuchen generell alles was irgendwie mit Zitrusfrüchten zu tun hat ist immer Banger hmm hmm mal vor mein erstes Cosplay war mehr oder weniger selbst zusammengestellt und gekauft und Dienst hat jeder safe hatte mir die Jacke von Desmons Miles Assassin's Creed ah gekauft und gehabt der Bezettium abschließt noch die Klinge und fertig ja solche sowas geht auch mega nice das ist auch sehr sehr gut auch so eine Mischung aus allem oder so man muss einfach gucken was man findet was man hat ich finde immer Cosplay ist halt für Improvisation da gibt es kein richtig und kein falsch Hauptsache man ist happy und ist zufrieden ich kenne auch sehr sehr viele Leute die sagen dass sie zum Beispiel halt nicht das Geld für ein Cosplay haben wie jetzt im Kauf und zu sagen machen dann casual Versionen von Cosplays machen und das verstehe ich auch komplett wenn du halt zum Beispiel keine Ahnung ne casual Version von irgendeinem Naruto Charakter machst und was anziehst was so die Color Palette von dem Charakter ist und was irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht was der Charakter tragen würde weil du was anderes nicht leisten kannst das ist ja auch voll fein und man kann trotzdem richtig slayen damit ich mein momentan wird gefühlt jeder Charakter in den Bunny Suit gesteckt und man nennt das plötzlich Bunny Suit Version wenn man das kann dann kann man dem auch in Anführungsstrichen casual Klamotten anziehen und es juckt weil ich das teilweise über den Bunny Suit bisschen kritisch finde war das auch bei sehr vielen minderjährigen Charakter gemacht wird aber naja das ist ein anderes Thema aber Assassin's Creed ist generell sehr sehr cool Respekt dafür Frischgemachtes Zitronenwasser genau das oh Gott ich liebe sowas hmmm mein Cosby ist ein Relax und mit Crocs finde ich auch gut immer dieses Jahr auf dem Japan-Tag mal O geht doch ich mache dieses Jahr auf dem Japan-Tag Mimikyu bzw. Mimikma auch einfach nur mit so einem Cape wo dann halt so die Ohren und so weiter davon drauf sind bei Japan-Tag ich bin ehrlich ich gehe jetzt schon seit so vielen Jahren auf den Japan-Tag ich werde einfach einen schönen Kompli-Tag haben und natürlich trotzdem Cosplay aber ich habe nicht mehr so hohe Slayer-Ansprüche an den Japan-Tagen natürlich will ich mich cool fühlen ich will mich badass fühlen aber es soll auch zum gewissen gerade Kompli sein ich meine wie viele Stunden hänge ich da und auch nachts um das Feierwerk anzugucken da muss vor allem auch gefehl sein Zitronenkuchen zum Geburtstag ist sehr so nice das feiere ich meine Mama hat immer so einen richtig leckeren Zitronenkuchen das ist gar nicht mein Lieblingskuchen Dankeschön Neuronen meinst du Toga von My Hero Academia wenn ja dann stimmt das nicht ganz ich fand My Hero Academia ehrlich gesagt echt wack deswegen habe ich doch nichts draus für Cosplay aber wenn ich irgendwas aus Cosplay würde wahrscheinlich Toga daher ich weiß was du meinst den Spirit fühle ich die Idee fühle ich und ich glaube es würde mir wirklich sehr gut spielen aber ich fühle den Spirit Dankeschön und das ist natürlich gar kein Hale an irgendjemand der den Anime mag feiert was ihr feiern wollt das ist wundervoll jetzt wird es wirklich langsam Nacht alle Mützis weg ah okay warte habe ich noch zu trinken ich habe nichts mehr zu trinken warte ich muss neues Wasser holen ihr müsst mich ganz kurz entschuldigen schaut mal Skagato kurz dabei zu wie er sein Ding macht dieser Keks war echt lecker bin gleich wieder da trinken ist wichtig wuuhh tadaa Ah, so. Okay. Jetzt muss ich kurz trinken. Gib mir eine Sekunde. Vielleicht jetzt Mimo-BM. Im Steam hätte er das bestimmt gesagt, aber ich kann nicht sagen, einer der Gründe, weshalb ich Timo sehr, 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 sehr liebe, ist, weil er einer der chillsten, tolerantesten und zuvorkommendsten Menschen ist, die ich kenne, auch was so andere Meinungen angeht. Und das habe ich schon am Anfang sehr, sehr appreciated. Ich habe ihn ja kennengelernt und hatte keinerlei romantisches Interesse an ihm. Erstens, weil das halt Gamescom war und ich komplett überarbeitet war und komplett überfordert und sowieso gar nichts gecheckt habe an den Tagen. Aber das ist, wenn ich ihn kennengelernt habe. Und ich würde sagen, von meiner Seite aus habe ich ihn erst einmal freundschaftlicher Basis kennengelernt. Desto mehr habe ich halt immer mehr alles in seinem Charakter appreciated und da hat auch sehr krass dazu gehört, wie respektvoll und tolerant und generell... Ja, das war einfach sehr, sehr sweet. Ich meine, bei uns ist es auch relativ einfach, weil wir bei den meisten Dingen eh dieselbe Meinung haben. Aber er ist sehr, sehr calm und sehr respektierend, was alle Meinungen angeht. So. Und das fände ich sehr, sehr schön und sehr, sehr süß. Ich glaube, wir bonden sehr darüber, wie sehr wir einfach weiben mit der Meinung von Leuten. So. Ja. Ja, ja, ja. Wir schauen, wie er sein Ding macht. Ja, Timo geht erst mal in den Ball zurück. Also. Er hat bestimmt trotzdem wundervolle Dinge gemacht, ne? Vielleicht habt ihr ihn nur nicht genug angefeuert. Timo ist super chill, einfach safe sowieso. Und so lieb, so ein wundervolles, liebes, warmes Herz. Bitte ertrink mich schon wieder. Ich mag es, weil er jedes Mal ertrinkt, dann wieder oben ist vorne und so eine Pose. Und so, ey. Ne? Es geht. Fühle ich. Hatte meine Meinungen akzeptiert. Fühle ich persönlich jetzt nicht. Ey, und weißt du was, Maya? Das akzeptiere ich. Ja. Okay, okay. Noch spawnen Hefe. Das ist unsere Time to Shine. Come on. Endspurt. Ich sag, wenn dieser Tag vorbei ist, dann können wir die Story weiterspielen. Dann warten wir, bis es wieder Tag ist und so. Und dann machen wir weiter. Aber so sehr ich das hier auch fühle, es sei denn, ihr sagt, es juckt euch nicht. Ich könnte jetzt hier eine halbe Stunde weiter chillen und warten, bis es wieder Tag wird. Aber ich glaube, das ist für euch halt ein bisschen boring, ne? Weil ich sag, was so Shiny-Handen generell Sachen angeht, bin ich halt sehr geduldig. Ich meine, ich bin ausgebildeter 3D-Artist. Wir mussten manchmal mehrere Stunden für einen Frame-Render warten. Ich bin gewöhnt zu warten. Aber, ähm, ihr müsst halt sagen, wie Entertaining das für euch ist. Und ihr wollt doch bestimmt Gameplay und Content sehen. Wuhu. Meinungen. Die Meinung von anderen. Ja, es ist okay. Ich gönne euch das. Wo stehst du denn da? Du machst ja richtig den Michael Jackson. Das geht sogar noch. Zwei Arten von Meinungen. Es gibt deine Meinung, die richtige Meinung. Ach so. Ach so. Ja, alles fein. Komm, hast du mit, du Beste. Okay, okay. Sonst warten wir vielleicht. Wir gucken mal, nachdem, wie lang die Nacht ist. Weil wir müssen ja bei Maskugat... Mas... Ba, ba, ba. Genau das. Ja. Ne? Ich glaube, ich höre einfach auf. Ja. Also, ich kenne Timo nur Ultra-Mad, sogar schlimmer als Edo-Tricks. Ja, safe. Wunderpo. Definitiv. So kennt man ihn. Connet gab's noch die hier. Ach so, Soju. Erstmal gu. Kommst aus dem Nichts, schreib nicht. Und dann schreibst du sowas. Ich verstehe schon, du Halunke. Ein Taugenichts bist du. Ein Tu-Nicht-Gut. Mehrere Stunden für ein Render war. Das ist normal. Hat er die Kartoffeln? Das ist sehr normal. Ab einem gewissen Level, sag ich jetzt mal, ist das leider sehr normal. Das war hier für mein Demoreal, was ich damals gerendert habe. Demoreal ist praktisch so... Wie beschreibe ich das jetzt? Das Abschlussprojekt ist vielleicht ein falsches Wort dafür. Ich würde es so beschreiben, wie Demoreal ist das, wo du dich mit Firmen bewirbst. Das ist praktisch so ein Video, wo du zeigst, was du alles schon gemacht hast und was du alles kannst. Und so ein paar Breakdowns davon. Da hat es auch teilweise Stunden für einen Frame gebraucht, zu rendern. Das ist leider wirklich sehr normal. Ihr müsst euch vorstellen, als ich eine Zeit lang texturiert habe, ich habe eine realistische Schildkröte für mein Demoreal texturiert. Und es war so, dass auch als ich im Programm gearbeitet habe, wenn ich texturiert habe, wenn ich eine Sache geändert habe auf irgendeiner Ebene, musste ich manchmal eine halbe Stunde warten, damit das lädt, damit ich überhaupt diese Änderung sehe. Oder wenn ich versuche, das Model zu bewegen, dann musste ich auch wieder 5 bis 10 Minuten warten. Das war sehr, sehr crazy. Das heißt, ich habe basically einfach nur gewartet, die ganze Zeit, um nur minimale Changes zu machen. Daher, ja. Oh, jetzt kommen nochmal viele. Bin ich geholt. Das ist Mascarato, Bato, Bato. Genau das. Das ist unser Mon. Ich weiß es gut, 6, aber statt hier spielst du mit Lu, das wäre Gott denn. Weiß ich nicht. Ich kann mir ein Bestes geben. Irgendwann werde ich es bestimmt lernen. Ich liebe zu lernen. Ich mag es nur nicht zu lernen, weil ich nicht genug Zeit dafür habe. Das ist dann ätzend. Weil ich nehme mir sehr gerne in Ruhe Zeit für Dinge. Das ist mir sehr wichtig. Weil das ist so meine Art, Sachen zu respektieren. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde das sehr, sehr wichtig. Weil ich will ja auch nicht irgendwas einfach so nebenbei random machen. Du musst dir eine... Warte, ich darf mir die Arbeit kaufen. Ich habe... Also mein PC ist wirklich Banger. Mein PC ist ultra gut. Ich weiß, bei der Akademie damals hatte ich eigentlich mit den besten PC. Ich glaube, mein PC war sogar besser als die Akademie-PCs. Aber, ne? So ist das halt. Ich freue mich schon, wenn irgendwann mal richtig der Zeichen-Stream von Timo kommt. Das wird wild. Ich auch. Ich freue mich auch sehr auf den Zeichen-Stream. Ich meine, ich habe jetzt auch ein Bild gewonnen. Dementsprechend, ich freue mich auch sehr darauf. Ich kann das von nur unterschreiben. Ja, safe. Was kann ich jetzt dafür? Dass du mal Content redest, wenn ich hier reinsteppe. Jaja, würde ich jetzt auch sagen. Würde ich jetzt auch sagen. Als Renea-Artist, wie würdest du Game Freaks Arbeit bewerten? Das ist eine sehr komplexe Frage. Da gibt es eigentlich kein Gut und kein Schlecht. Aber es gibt sehr, sehr viele Aspekte, die sehr, sehr gut sind. Und sehr, sehr nice sind. Zum Beispiel die ganzen Pokémon-Model, die ganzen Attacken-Animationen und so. Und generell, der Aufwand, der da drin steckt, ist sehr, sehr crazy. Ich meine, die haben angefangen mit einfach nur stillen Sprites, die sich nicht wirklich bewegen. Und immer wieder dieselben Bilder für eine Attacke. Du konntest einen Pikachu nehmen und du konntest einen Lantur nehmen. Wenn die Donnershock einsetzen, hattest du immer wieder dieselbe Animation. Du musst jetzt keine neue Arbeit machen. Und jetzt ist es so, dass du für jedes Mon eine eigene Arbeit hast. Und für jedes Mon die Attacke praktisch mit dem Mon ein Einzelanime hast. Das heißt, der Workload, der dazugekommen ist, ist wirklich crazy so. Und ich finde immer noch, dass die Pokémon sehr, sehr gut aussehen. Natürlich gibt es aber auch sehr viele negative Aspekte. Die kann man auch nicht verschweigen. Ich glaube, da muss ich teilweise gar nichts mehr zu sagen, weil ich glaube, die sind jedem bewusst. Aber deswegen. Es gibt Aspekte, die ich nice finde und Aspekte, die ich nicht so nice finde. Ich meine, solche viele Texturen mag ich halt persönlich nicht so gern. Auch der Stein da zum Beispiel. Ich mag diese Steintexturen gar nicht. Erstens ist die Auflösung echt wack. Zweitens ist da kaum Diversität drin. Und ich finde, vieles könnte man einfach ein bisschen detailreicher gestalten. Nicht unbedingt, dass man so viel mehr Arbeit hat. Einfach, dass man Sachen an Details anders platziert. Und dadurch sieht die Map schon voll an lebendiger aus. Aber gleichzeitig gibt es halt auch richtig viel Arbeit, die die sehr, sehr gut machen. Deswegen. Das ist eine sehr komplexe Frage. Aber ich muss dazu auch sagen, ich habe mich damals auf Character Modeling und generell Stylist Modeling und Asset Modeling spezialisiert. Und da sind die sehr, sehr gut drin. Und ich will jetzt auch nicht so viel aussagen zu Dingen, von denen ich keine Ahnung habe. Und zum Beispiel, was jetzt irgendwie Bounding Boxes oder Dynamics und sowas angeht, wo ja die ganzen Bugs immer reinfallen. Das ist halt nicht mein Spezialgebiet. Da will ich jetzt auch nicht zu Tode haten, weil ich kann das selber nicht. Daher hios, hios, hios. Texturieren, das ist praktisch wie dieses, solche diesen Weg hier. Die Farbe von dem Weg, die Grundierung in dem Weg, diese Steine auf dem Weg. Alles, was auf diesem Weg angemalt ist, ist die Textur. Und texturieren ist praktisch etwas anmalen, etwas die Farbe geben, etwas die Grundierung geben, das Bild auf etwas packen. Sagen wir es mal so. Ja, das texturieren. Cheerio. Genau das. Ich glaube, es kommen gar keine Backe mehr, äh, Hefe. Oh doch, da ist einer. Never mind, ich habe nichts gesagt. Du warst bei Pixel Vision, oder? Ja, ich war bei Pixel, genau. Genau, genau, genau. Okay, ich habe ein Medium-PC aus Aldi. Ey, Aldi hat manchmal bänge Angebote. Ich glaube, viele meiner Kollegen hatten damals auch PCs von Aldi oder so, wenn die mal ein Angebot hatten. Daher, solange es klappt. Timo meinte, dass er gerne zu NRW-Cup kommen würde, zum Zuschauen. Wärst du dann auch da, wenn Timo kommen sollte? Ich wäre da, definitiv. Ja. Vor allem, weil einen Tag davor oder danach auch eine Convention ist, wo ich hingehe. Und dann werde ich ihn auch mitschleppen. Hihi. Das heißt, ich begleite ihn auf den NRW-Cup und er begleite mich auf die Con. Das wird sehr, sehr cool. Sehr, sehr gerne, Lord. Generell, wenn irgendetwas ist, was ihr nicht wisst, fragt immer gerne. Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal erstens sehr viel Englisch rede, was mir sehr leid tut für alle Leute, die nicht so im bilingualen Drive fahren. Und dass ich halt auch teilweise... Ich versuche immer, um die Fachberufe so rumzukurven, aber manchmal kann ich das nicht so ganz. Deswegen fragt immer sehr, sehr gerne nach. Fühlt euch niemals irgendwie blöd oder dumm, deswegen... Da habe ich gar kein Problem mit erklären. Da schlägt wieder einer, aber diesmal ist es nicht Hefe. Also ist es okay, wenn du despawnst. Hihi. Yes, save Bunny. Ich freue mich auch sehr. Das wird sehr cool. Generell freue ich mich immer, jeden von euch zu treffen. Das ist immer sehr, sehr cool. Warte, ich ist doch richtig im Kopf, dass du da warst. Yes. Yes, yes, yes. Da war ich. War eine sehr, sehr schöne Zeit. War einerseits manchmal ein bisschen schade, weil ich das Gefühl habe, dass ich einen großen Teil meines Akademie-Lebens verpasst habe. Weil ich war der Corona-Jahrgang auf der Akademie. Das heißt, wir haben uns halt nie gesehen. Wir haben auch nie auf der Akademie Unterricht gehabt. Mein gesamtes Schuljahr war Homeoffice. Aber gleichzeitig war es halt sehr, sehr cool. Ich meine, ich konnte komplett von zu Hause alles machen. Das war auch ein großer Luxus und hat mir sehr, sehr viele Freiheiten gegeben. Aber, ja. Gleichzeitig ist es ja auch schade, weil ich sehr viel Positives... Sorry. Sehr viel Positives. Ich muss was trinken. ...über das Akademie-Leben gehört habe. Weil das halt sehr cool ist. Ich meine, es ist sehr, sehr stressig. Aber gerade dann, wenn man aufeinander hockt und teilweise in einem Gebäude zusammen übernachtet oder irgendwie so ein bisschen in die Nacht da sitzt und arbeitet zusammen. Das ist, glaube ich, schon cool. Und das hatten wir halt alles leider nicht. Ja. Ich habe den Begriff Texturier noch nie gehört, deswegen gefragt. Aber sonst passt alles. Okidoki. Yes, jetzt weißt du mehr. The more you know. Ist ein sehr cooler Job. Ich kann es nur weiterentwickeln. Ich liebe Texturieren. Ich liebe vor allem so handgemalte Texturen. Ich versuche das jetzt gut wie möglich zu beschreiben. Das ist immer. Es gibt halt eine Art, wie du einfach ein Bild von einem realistischen Stein auf einen Stein packst. Basically, in Anführungsstrichen. Aber du kannst auch alles von Hand an malen. Und das mag ich sehr gerne. Das ist sehr, sehr cool. So wie es euch hier bei League of Legends. Da ist ja auch die ganzen Texturen handgemalt. Und das ist my cup of tea. Hier kann jeder Englisch, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, nicht alle können immer komplett Englisch. Und ich glaube, manche trauen sich auch nicht immer, das komplett zu sagen. Deswegen fragt bei allem immer gerne nach. Ich weiß, in anderen Communities, wo ich teilweise drin war von Kollegen von mir, anderen Streamer-Kollegen, solche auch Animike, auf dessen DART-Turnier ich bald bin, die können zum Beispiel kein Englisch. Und er kann selber auch kaum Englisch und so. Und deswegen will ich da immer ein bisschen aufpassen. Ich will halt nicht, dass sich irgendjemand ausgeschlossen fühlt oder an Kompi fühlt. Aber ich sag eh die ganze Zeit irgendwas auf Englisch. Daher, ich kann da eh nicht raus. Genau, das ist das, was sie in Holland reden. Ja. Wenn die dann die... die Klörebrook hier essen oder was auch immer. Das heißt, ich weiß es nicht. Eigentlich müsste ich mich besser mit Holland auskennen. Meine Familie kommt zu einem großen Teil aus Holland. Aber na ja. Frikandel, das essen die. Genau. Zu Glück hat Theo mich in Dortmund vorgestellt. Yes, das ist immer sehr, sehr praktisch. Fühlt euch aber auch nie schlecht, euch selber vorzustellen. Ich meine, ich habe sowieso sehr oft Struggle mit Namen. Deswegen nehmt das bitte nie persönlich, wenn ich euren Namen mir nicht sofort merke. Aber ich werde mein Bestes geben. Mein Bruder war sehr arm da, um 5 Bezies gleichzeitig zu rendern. Ja, das glaube ich. Das, das glaube ich. Das klingt nach dem Pixel-Vision-Lifestyle. Mein Englisch ist not the yellow from the egg, but I think spider. You are fox devil's wild, my dear. You don't want me. I believe my pig is whistling. Finde ich gut. Fällt dir Pokémon Violet? Ich muss sagen, ja. Ja, also ich verstehe, wie schon lange viele Kritikpunkte daran. Aber zu spielen macht es Spaß. Dementsprechend, ja. Meines Erachtens nicht, dass ich die negativen Seiten ignorieren werde. Aber warum sollte ich irgendetwas jetzt auf dem Pseudo haten, wenn ich einfach Spaß daran habe, ne? Da sehe ich so den Grund drin. Hat mir Englisch selber beigebracht, weil ich das nie in der Schule hatte. Das hattest du nie in der Schule? Das ist crazy. Also ich hatte es in der Schule, aber ich habe in der Schule echt gesackt da drin. Ich hatte sogar Englisch-Nachhilfe eine Zeit lang. Oh, das wollte ich nicht, sorry. Hatte Englisch-Nachhilfe eine Zeit lang. Und dann war ich sehr, sehr lange gesundheitsbedingt krank. Also ich habe die Mandeln rausgenommen bekommen und war deswegen sehr, sehr lange im Krankenhaus. Und dann habe ich die ganze PewDiePie und Markiplier-Videos geschaut, weil ich schon eigentlich liebe Horror-Games. War schon immer eine Horror-Person, die alle Horror-Games und alles dann Horror-Franchises konsumiert, auch Horror-Filme. Und dann habe ich so halt automatisch Englisch gelernt, weil dafür macht es schon Sinn, Englisch zu können. Und desto mehr man das hört, desto mehr versteht man es halt auch, ne? Daher ja. Aber das ist crazy, wenn du es selber beigebracht hast. Good job. Du meinst genau wie Timo Franzose ist, du bist Holländerin. Ungefähr so, ja. Also es ist wirklich so, dass wir hatten letztens so ein Ahnenforschungsding. Und ehrlich gesagt, es ist eher ein Meme bei uns in der Familie und keiner glaubt so genau daran. Aber meine Oma glaubte sehr fest daran. Und zwar hat sie so Ahnenforschung der Art-Test-Dingsbums gemacht. Was auch so richtig professionell war, kein Plan. Und da kam raus, dass meine Oma irgendwie auf der 27. Stelle wäre, die holländische Königin zu werden. Und dass wir irgendwie mit der holländischen Königsfamilie verwandt wären. Keine Ahnung. Ist das ehrlich gesagt eher bei uns? Meme, wenn alle nicht so ganz dran glauben. Aber I guess wir sind Teil der holländischen Königsfamilie. Was bringt es Timo, mit dem Marshall-Navermann zu sein, wenn ich die Prinzessin von Holland bin? Ja. Ich fand das immer gut, weil das macht mir auch Spaß. Let's go! Ja, ich sag auch also, wie schon gesagt, ne? Pipapo. Muss ich aber nicht so viel sagen. Aber das Spiel macht Spaß. Deswegen judge ich da nicht. Weißt du, Horrorgames? No, yes! Horrorgames sind meine Lieblingsgames. Ich spiele eigentlich... Also das ist eigentlich das, wie ich meinen Tag verbringe. Wenn ich arbeite, ich schaue die ganze Zeit mir an, das sind Horrorgame-Let's-Plays. Oder spiele halt irgendwann Horrorgames. Ja. No, no, no. Und da auch von allen möglichen Genren. Also sei es Knapp oder irgendwelche alten Horror-Japanese-RPGs und so. Das war der gute Shit damals. Ich habe ein übelst deutsches Kartoffel. Alle Verwandten, die man noch kennt, sind deutsches Fuck. Aber das ist auch krass. Ich kenne einen Kami-Mann, bei dem das so ist. Also let's go, I guess. Ich war schlecht in der Schule in Englisch und dann habe... ...es 2020 mehr gelernt, indem ich eigentlich Content reingezogen habe. Yes, hey! Sag ich doch. Also es ist wirklich... Das ist so der Key, um Englisch zu lernen. Einfach viel englischen Content gucken, dann passt das. Mino, hab da Englisch-Englisch-Unterricht schon im Kindergarten gehabt. Oha! Das ist strong. I wish. Was ist gerade? Wo bist du? Ach, da hinten. Das ist sehr, sehr strong. Respekt. Ich glaube, mein Problem war halt, dass ich... Ich kann mir einfach Begriffe nicht gut merken. So weder Namen noch Vokabeln damals. Aber durch das, um es halt durchs Schauen von Content die ganze Zeit aktiv in Anführungsstrichen anwendet, geht das halt dann irgendwann easy peasy. Weil so das Väterliche, seit die Familie eine übelst bekannte Raubrittergruppe war. Oha! Das klingt ziemlich cool. Ha, ich bin Maya. Ich bin mit Raubrittern verwandt. Finde ich cool. Finde ich gut. Sollte es sich bitte bei Bewerbungen immer so vorstellen. Fände ich Knorke. Oh, geil Maya. Hä, das klingt cool. Oder ist eigentlich gerade irgendwas richtig Offensives und Raubritter so richtig schrecklich. Wenn ja, dann tut mir das leid. Hast du ein Lieblingshorror-Game? Boah, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Hm. Ich glaube, das ist zu einem gewissen Grad auch immer ein bisschen Nostalgie behaftet. Ich liebe die FNAF-Series, einfach weil das so ein großer Teil meiner Kindheit war. Und ich liebe sehr viele alte Horror-RPGs. Aber, boah, Lieblingshorror-Game. Ich mag White Days sehr gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. Weil ich es liebe, da die Geister zu collecten. Hm. Outlast ist auch so ein Big Teil meiner Kindheit. Aber ich finde, es ist strong, zu sagen, dass Outlast mein Lieblingshorror-Game ist. Hm. Ich habe League-Carried. Sehe ich, sehe ich, sehe ich. Ich versuche gerade, alle eure Nachrichten hinzubekommen. Ich gebe mein Bestes. Wir sind der kunte-bunte Mix. Meine Ua-Oma ist aus Ukraine. Dann haben wir noch Welch aus Italien. Co. Wir sind ein Mix aus was allen. Das ist auch cool. Ich glaube, das ist schön, ein Mix aus vielen Kulturen zu sein. Yes, yes, yes. Ich konnte mir auch die Namen merken. Immer nur Spitznamen. Ja, safe. Das bin mir auch so. Hundertprozentig. Ich bin sogar noch eine. Ach so, Maya. Let's go. Finde ich gut. Roboter waren früher schon nicht so cool, weil die immer so Dinge an sich reißen. Ach so. Ja, okay. Dann ist es wirklich nicht so cool. Dann bitte sei mal nicht, Maya. Danke. Raub, alles töten. Werge. Ja, okay. I see, I see. I see. Mach mal bitte nicht. Haha. Oh ja, FNAF hat echt Spaß gemacht. Safe, safe, safe. Ich habe auch die neuen FNAF-Games sehr enjoyed. Und auch da. Natürlich sind sie sehr verbargten. Natürlich gibt es viele Kritikpunkte. Aber sie machen genuinely Spaß zu spielen. Also mache ich da. Keine Auge. Sind doch wie Kreuzritter oder nicht die Raubritter. Kreuzritter ist aber, glaube ich, nochmal was mehr Religiöses, oder? War das nicht so ein Ding? Meistens aber kein Plan kann ja sein, dass Mayas Pam eher so Robin Hood war. Bestimmt. Maya ist einfach mit Robin Hood verwandt. Das war einfach ihr Uropa. Ich bin richtig urösterreichischer Verwandte in Ungarn, Italien und Deutschland. Aber das ist auch cool. Meine Tante wohnt in Österreich und die ist so sehr happy. Ich sage auch, wenn alle Stücke reißen, ziehe ich nach Österreich. Ich mag Österreich sehr, sehr gerne. Also vor allem Bienen und so. Ich meine, das ist wahrscheinlich eine Standardantwort, weil Bienen einfach sehr hübsch ist und sehr kultiviert, sage ich jetzt mal. Aber, ja. Ja, ja, ja. Jetzt stehst du da wieder, Schatzi. Ich sag's dir früher, weil anders wild. Das glaube ich. Das glaube ich. Das glaube ich. Ja, okay. Kreuzritter ist, glaube ich, eh so ein wildes Ding. Ich erinnere mich halt nur an manche Storys, das ist im Geschichtsunterricht. Wie ist das einzig gut an Österreich? Oh nein! Gemein. Wie ist die letzten Wochen 20 Morde passiert? Ach du Scheiße. Okay, dann lass mal doch nicht nach Wien ziehen. Das ist ein bisschen Kacke. Vielleicht soll ich meine Tante nochmal anrufen. Ah, da wird's gut gehen. Das wüsste ich das eh schon. Aber damn. Das ist ziemlich uncool. Wie kann es eigentlich sein, dass die ganze Zeit Nacht ist und so viele Hefel spawnen? Ich meine, ich beschwere mich wirklich absolut gar nicht. Aber ich bin verwirrt. Eben ist gar keine gespawnt in der Nacht und jetzt juckt es die einfach gar nicht. Die sind ja immer nachtaktiv geworden für uns. Finde ich sehr cool. Das ist sehr, sehr nett. Entschuldigung. Wie krass als Frankfurt. Wien ist schon... Also ich mag Frankfurt, aber ich mag Wien halt einfach sehr, sehr gerne. Deswegen würde ich safe über Frankfurt ranken. Wanken! Ein Horror. Ja. Aber sonst lass mich überlegen, meine Lieblingshorror-Games. Boah. Das ist echt schwer. Ich weiß es nicht. Ich habe aber auch schon so viel mittlerweile konsumiert. Ich glaube, das ist alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ich habe Timo doch schon voll auch von einigem erzählt. Boah, kein Plan. Ich werde irgendwann bestimmt wieder drauf kommen. Hey, Drakul. Was geht? Ich hoffe, es geht dir gut. Oder wie Leute sagen würden, Moin anscheinend. Ein österreichischer Freund meinte, dass Wien nicht so ultra ist, wie man denkt. Also I guess bei dem New York und Berlin, also halt das normale Gipfelteil. Ja, okay. Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Ich war halt nur echt oft in Wien, halt um meine Tante zu besuchen und meine Family fährt da auch sehr gerne hin. Und ich fand es da immer sehr, sehr schön. Wobei man sagen muss, ich glaube, als Touri ist das sowieso immer noch mal anders, als da eigentlich zu wohnen. Ja. Vielleicht wegen Chain, glaube ich, da hat man höhere Sponshows, aber keine Ahnung. Das kann sehr gut sein. Stimmt ja, es gab irgendwas mit einer Chain, wenn man genug Mons vermöbelt hat, ne? Das kann sehr gut sein. Nein. Oh, tut mir, mir tut Lenny leid, der will da hinziehen, der Verräter ist Deutschland. Das ist echt ein witziger Satz. Aber ja, ich meine, er wird schon seine Wunde haben. Und wie schon gesagt, ich finde Wien trotzdem sehr, sehr schön. Und das mit den Morden ist natürlich sehr, 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 sehr schrecklich und gar nicht cool. Aber es ist ja nicht so, als ob das nicht auch in anderen Städten leider genauso passiert. Deswegen, ich glaube, das ist weniger ein Wien-Problem und mehr ein Menschen-Problem. Jo, ist natürlich trotzdem sehr, sehr schlimm. Und mein Beiler, dann alle Angehörigen sowieso. Aber Frankfurt würde ich auch. Ne? Ja, Mann, Frankfurt. Uh, ich liebe das Bahnhofsviertel von Frankfurt. Obwohl Frankfurt auch sehr, sehr hübsch ist. Ich war vor zwei Jahren noch für ein paar Wochen in Frankfurt, weil wir da die Wohnung von der Schwester meiner besten Freundin gesittet haben. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Daher. Ja. Ja, ja, ja. Aktuell spiele ich gerne World of Horror. Sehr cooles Junji Ito-Vibes. Ich habe da schon echt viel von gehört. Aber ich bin da selber noch gar nicht reingegangen. Ich musste auch mal rein. Weil, wie schon gesagt, ich habe sehr, sehr viel Positives davon gehört. Aber mal schauen. Ne, das ist nur eine Blume. Ich fange schon an, Dinge zu sehen. Hm. At least haben wir eine Ultimate-Szene in Salzburg. Let's go, gönnt euch. Das sind viele Häfe. Boah. Ja. Das ist wundervoll. Fußball. Ja, Mann. Abseits. Kopfballtor. Schiri. Finde ich gut. Mein Bruder und mein Dad sind so obsessed mit Fußball und ich gönne denen das. Aber es ist auch sehr, sehr wild. Also das ist wirklich deren ganzes Leben steht gefühlt nur aus Fußball. Mein Bruder kriegt so am Tag 30 Notifications und ich denke immer, boah, der hat richtig viele Freunde. Aber nein. Das sind einfach nur ganz viele Apps, die ihm gerade Fußball-News erzählen. Und das ist vollkommen okay. Das freut mich wirklich sehr für den. Ich bin happy, wenn der Hobbys hat. Aber damn. Aber damn. Guten Tag, Snow. Hallihallo. Ich glaube, der heißt Arno. Ihr macht das, ne? Schiri, ich weiß, wo dein Auto steht. Genau das. Anka, Ramessi. Ja, Mann. Was sehen meine Augen? Endlich guter Content. Ja, Mann. Wach. Wir finden heute Schein die Hefe. Das ist der gute Content. Genau das. A-Safe. Ich zucke auch lieber. Und deswegen würde ich da auch nichts judgen. Generell Fußball zu haten ist auch stupid. Teile der Fußballkultur zu haten macht allerdings Sinn. Vor allem, wenn man sich so vergangene Ereignisse anschaut. Und was da alles akzeptiert ist. Aber generell Hobbys zu haten ist sehr, sehr wack. Sehr, sehr doof. Sehr, sehr lame. Mach mal nicht. Ich liebe diese Musikers Kapu. Save. Ich finde die sehr entspannend. Ich finde, die kann man machen. Und da fällt es gar nicht so krass auf, dass sie in Dauerstreife läuft. Das ist vollkommen okay. Ich liebe es, wie ihr gerade am Bonden seid. Das ist wundervoll. Hallo, Mulei. Ich hoffe, es geht dir gut. Und bis zum Ende. Schönen Tag heute. Freut mich sehr. Willst du uns beim krassen Hefe-Shiny-Han zugucken? Bam. Danke, Bach. Weil du kannst du mal laut sagen, dass Mega-Absol besser ist als normales Absol. Hundertprozentig. Das kann ich auch schreien. Aber ich will jetzt nicht schreien, weil Timo schläft. Aber Mega-Absol ist wundervoll. Ich liebe Mega-Absol. Absol generell schon. Aber Mega-Absol. Ich liebe Mega-Absol. Mega-Absol ist wundervoll. Das ist Kunst. Das ist Design. Das macht mich glücklich. Mega-Absol ist ein Grund zu leben. Ich verachte nur Ultras. Ja, safe. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ich sage, jeder, der Ultras cool findet und supportet, generell's Hass. Oh. Wurde jetzt gar nicht so heftig mit dem One-Wi-One, aber... Da machen wir das halt. Warum nicht? Ach ja, die Shiny-Dog. Das ist echt crazy, dass er da so gottlos unlucky ist. Die Trainer-ID scheint ja wirklich gar keinen Bock auf ihn zu haben. Ich meine, ich fühle das. Ich war auch mein Leben lang, bis ich angefangen habe, Kapu zu spielen. Sehr unlucky, was Shinies angeht. Aber das ist schon wirklich illegal, was da passiert. Das ist doch kein einziges wirklich Unterort. Das ist... Bisschen grausam. Nee, Leprass hat leider noch nicht gegönnt. Ja, genau das wollte ich. Das war ein sehr dominanter, kraftvoller Nieser. Bin ich ehrlich mit euch. So. Okay, okay, warte. Gleich kommt by the way Timo und fragt, wie weit du gekommen bist. Und du sagst, ja, null Orden geschafft. Ja. Aber wisst ihr, was wir bis dahin geschafft haben werden? Shiny Häfel. Und das ist das Wichtigste. Genau das. Timo schlägt, wenn du musst schuften. Nein, ich schufte ja nicht. Ich schufte ja nicht. Ist ja auch für mich eine angenehme Pause von der Arbeit, wenn ich die ganze Zeit nur irgendwelche Thumbnails mache. Daher, ich genieße das gerade schon. Und wie schon gesagt, ich liebe ja eigentlich auch Streaming und sowas. Ich meine, ich habe das ja auch recht lange gemacht. Und bin auch happy, wenn ich wieder anfangen werde. Aber ja. Da ich sehe es gerade mehr als Training, da wieder reinzukommen. Und wieder kompy mit allem zu werden. Yes, yes, yes. Best you, dankeschön. Danke, danke, danke. Das ist ja lieb von euch allen. Du bist ganz bewiesen gerade. Ja, Mann. Uh. Shiny Hefel, so wie Shiny Lapras kommt. Dank, was dichs Nächste. Shiny Hefel kommt safe. Du darfst das nicht so schlecht drehen. Der kommt hundertprozentig. Du, mehr belieben. So dominant ist das, als er keinen Bock mehr hat. Flüchten. Ach ja, das kenne ich. Wenn ich so dominant bin, das sollte kein Bock mehr haben und flüchten. Das ist die pure Angst. Spür dir das, diese Angst. Mir gefallen deine Spitznamen. Dankeschön. Danke, danke, danke. Mir auch. Das ist ein Banger-Spitznamen. Der die Spitznamen ausgerufen hat, ist echt ziemlich cool und kreativ, habe ich gehört. Ich könnte dir ein Sandwich anbieten, damit mehr Hefel erscheinen. Das einzige, was du brauchst, ist Butter. Okay, okay. Ich meine, wir wurden ja eben schon ein Sandwich angeboten und es kommen ja auch eigentlich echt viele Hefels gerade. Wenn ihr es mir schafft, idiotensicher zu erklären, wie das mit dem Sandwich funktioniert, können wir es tryen. Weil jetzt machen wir es schon so lange, jetzt kann ich sagen, wir können in die Sandwiches reingehen. Außerdem gönne ich meine Hefels auf Sandwiches. Die dürfen ja auch essen. Ja. No, no, no. Der kommt über Orts. Nein, Wanni. Der kommt unter Orts. Safe. Das kommt mir schon gelaufen. Ihr dürft nicht alle so haten, was ist denn los mit euch? Ich habe dir jegliche Hoffnung verloren. Das geht ja gar nicht. Was passiert denn da? Oh, mein Rücken. Hierfür kommt der nächste 5 Minuten. Okay, das ist ein Call, den ich nehme. Soju macht hier die Call. So ist richtig. Hey, Yonatsu. Was geht? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis jetzt. Schönen Abend oder schönen Morgen. Nachdem wir die Zeitzone, du geistig gerade lebst. Da ist noch ein Kleini. Timo ist schuld. Oha. Das kann ja alles seine Schuld sein. Bis jetzt hat Kapu auch begonnen. Ich meine, ich habe in meinem normalen Playtool zwei random Shinies gefunden. Also, werden wir doch noch hinbekommen. Ich habe mehr Angst, dass wir ein anderes Shiny aus der Hefel bekommen. Das ist meine größere Angst. Ich meine, ich nehme alles, was ich kriege. Aber wäre schon nicht so cool, wenn jetzt was anderes kommt. Soll ich irgendwie spezifisch nur auf Hefels gehen? Funktioniert das so? Und dann kommen eher Hefels? Oder wahrscheinlich kann ich es eh nicht kontrollieren, was kommt, ne? Jetzt Hefel am VOD. Wir haben schon Razer VOD. Der ist aber, glaube ich, auf irgendeiner Box. Wir haben eigentlich fast alle Razer-Kanäle schon durch. Der braucht so lange in Hardcore nicht unsere Schuld. Ist ja auch nicht eure Schuld, aber ich wünsche, man könnte ihm irgendwie helfen. Es tut mir so leid für ihn. Dieses Stream habe ich alles, was Shinies angeht, außer Legends aufgegeben. No, sag das nicht. Ohne Auflauf und Sandwich bliebe ich gar nicht. Ich habe zwei Shinies im Team, die ich Rande bekommen habe. Und da habe ich nicht mehr wirklich getritet zu bekommen. Ich habe einfach nur gevibed. Und das war ohne irgendwas. Also kriegen wir das auch so hin. Easy peasy. Unzufrieden auf dem Bodenstapf. Ich sehe es vor mir und es gefällt mir. Da ist der Spirit. Oh, ja. Kannst du nur mit Sandwich kontrollieren, Alter. Aber kann ich das damit kontrollieren? Gibt es sowas wie ein Hebel-Sandwich? Klappt das? Ich meine, es gibt doch bestimmt irgendwie so ein Normal-Sandwich. Aber richtig viele hier sind doch normal. Sandwich kannst du es mehr fokussieren auf Hebel. Okay, okay, okay. Razor kocht. Ich würde ihn vielleicht Razor kocht nennen. Das klingt gut. I believe it. Lou, du machst das. Hefe wird kommen. Ich glaube doch auch. Weil wir haben jetzt schon so viele Hefels hier gesehen. Das war einfach Therapie für meine Seele sowieso. Egal was passiert. Meine Seele ist gereinigt und zufrieden. Das sage ich sowieso. Je mehr man etwas haben will, desto weniger... desto weiter weg ist es Safeway, aber das stimmt. Ich höre gerade so alte spirituelle Musik, wenn du das sagst. Du musst dich von deinen Träumen und Wünschen lösen. Und mehr Platz schaffen, dass sie wirklich kommen. Desto mehr du etwas erzwingst, desto mehr setzt du es unter Druck. Oder keine Ahnung. Überall, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine weitere. Ne, war Fee in Sandwich? Ist das der Fee? Ich hatte keinen Plan. Ich glaube, dass... So, das ist gepudert. Let's go. Ich hoffe, es hat gemundet, wer daher. Da hatte ich mir auch... Soul-Geclamps. Ja. Ich glaube, mit ganz vielen Hefels kann man meine Soul-Cleansen. Das Böse hat nun meine Seele verlassen. Ich bin frei. Ich habe am Start Easy-Chiny-Hopsprost und Frommel bekommen. Und sowas wie Hefe wollte ich mir auch nicht. Okay, okay. Dann schaffen wir das. Ich schaffe das jetzt für uns beide, Bach. Wir rocken das. Ich bin auch eine Fee. Natürlich bist du eine Fee. Aki! Oh mein Gott, warte, was? Hi. Ich weiß nicht, ob du die Person bist, die ich denke. Wenn du die Person bist, hi. Wenn nicht, wäre jetzt ein bisschen awkward, aber das wäre auch okay. Dann wäre auch immer, du gerade bist, fühle dich trotzdem bitte sehr gewertschätzt. Okay, es werden weniger Hefe. Das ist nicht so gut. Vielleicht sollten wir wirklich ein Sandwich machen. Dann müsst ihr mir nur bitte erklären, wie... Vielleicht habe ich sogar Butter. Ich habe keinen Plan. Oh, da spawnen trotzdem noch welche. Ich liebe Maskagatus-Catwalk so sehr. Hallo zurück. Ich glaube, ich bin auch nicht diese Person. Ach so, das ist okay. Soll ich mich jetzt trotzdem immer so freuen, wenn du kommst? Das wäre sehr, sehr witzig. Eine sehr, sehr gute Freundin für mich heißt, Aki. Deswegen. Egal, fühlen wir das trotzdem. Fühle dich bitte trotzdem so gewertschätzt. Ich bin schlank wie ein Fehl, wie ist das Tier mit dem Rüssel? Boah, absolut kein Plan. Aber ich bin mir sicher, irgendjemand hat diese Reference gerade verstanden und denkt sich... Ja, Mann. Genau das, Neolin. Einfach immer freuen, wenn jemand kommt. Safe. Soll ich jetzt jedes Mal so richtig auslöpfen, wenn jemand kommt? Damals habe ich das, aber ich war auch relativ klein beim Streamen. Da freue ich mich natürlich sowieso über jeden. Jeder Support ist wichtig. Auch von euch natürlich. Trägt diese Aki eine Brille? Nein. Nee. Ich glaube actually nicht. No. No, no, no. Wee. Okay, wie macht man ein Sandwich? Kann ich irgendwie auf Rezepte gehen? Kann ich einen bei... Keine Ahnung. Subway holen? Haha, Bangerwitz. Hihihi. Okay, kennt tatsächlich eine Aki aus Köln, aber sie trägt eine Brille. Ne, die Aki, die ich kenne, ist actually nicht aus Köln. Daher... Fast. Aber wer weiß, vielleicht kenne ich die Aki aus Köln auch. Kein Plan. Irgendwie kennen sich in Köln doch zum größten Jahr alle oder etwa nicht. Moin, Saffa. Halli, halli, halli. Ich hoffe, dein Tag war cool bis jetzt. Schönen Abend oder schönen Morgen. Wie auch immer dein Timeline verläuft. Aki aus Düren. Düren ist auch wild. Mein Onkel wohnt in Düren. Ich kenne mich in Düren sehr gut aus, weil ich sehr oft da war wegen meinem Onkel. Eine Tätowiererin, die ich sehr gerne mag, ist letztens nach Düren gezogen und arbeitet jetzt da im Studio. Was sich ein bisschen mad gemacht hat, weil ich sie eigentlich in Köln besuchen wollte. Und mir was von ihr stechen lassen wollte. Und jetzt ist sie in Düren. Aber ich habe gerade keine Zeit, nach Düren zu fahren für Tattoo. Köln ist wie ein Torf. Jeder kennt jeden Safe. Irgendwie zu einem gewissen Grad schon. Wir kennen doch unsere Leute. Halab. Ja, Mann. Köln. Zwei Spitzen. Dumm. Haha. Karneval. Sehr. Joa, eigentlich schreibt nur noch Deutschklausur am Freitag, aber wird Freestyle. Ey, du rockst das. Du rockst das. Deutschklausur ist immer zur Hälfte Improvisation. Du machst das. Einfach schön die ganzen Aufbauregeln beachten und dann passt das. Hier hinter dem Kölner Dom. Ist das jetzt ein Flachwitzel oder soll ich ehrlich antworten? Ich habe Angst. Danke, danke. Ey, gar kein Ding. Du machst das. Du rockst da. Hihi. Hier hinter dem Kölner Dom ist der Rhein und ein Museum. Das Museum ist sehr hübsch. Da ist einmal ein Museum für moderne Kunst und teilweise für so römische Architektur und so ein Dings. Das war ja aber auch eine coole, lustige Antwort, OBM. Oh. Oh, damn. Okay. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das war es für heute mit dem Stream, aber hat mich gefreut, ey. Schönen Abend euch noch. Okay, okay. Aber wenn wir einen Peen-Sandwich machen, kommt da nicht auf ganz viel... Keine Ahnung, ob der Knuddel-Fluffel oder Pummel-Uff heißt, aber dieser Homie hier. Ist der nicht auch fehl oder wird der erst bei den späteren Evolutionen fehl? Wusstet ihr, dass jemand den Kölner Dom um 360 Grad gedreht hat und niemand weiß, wer das war und wie sie so gemacht hat? Wild. Das klingt wie so ein Fakt, denn so ein Kölner Restaurant in der Wand hängt. Fluffel-Luff. Der ist auch schon fehl. Okay. Wie sieht Dan-Chiny aus? Weil wenn wir gleich einen Sandwich machen, dann sollte ich den vielleicht auch erkennen. Das könnte echt gefährlich werden. Aber wir tryen es. Vielleicht gleich. Keine Ahnung. Sehr unscheinbar. Okay, sehe ich. Ich meine, gut, Maskagato würde ihn halt nicht erledigen. Daher wissen wir es dann so oder so, I guess. Fluffel-Fluff, erkennst du dich? Nein! Sag das doch nicht! Ich meine, viele Shinies erkennt man leider wirklich gar nicht, ne? Aber wenn man es schafft, mit Teno zu handen, den man wirklich natürlich gar nicht sieht, dann kriegen wir das auch hin. Ich meine, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen den nicht bekommen. Nein, nein, nein. Sondern Hefe kommt. So wie der da. Ich frag mich, ob ich Shiny Hefe erkennen würde. Ich meine, I guess schon. Er ist ja wirklich signifikant dunkler. Maskagato würde ihn kaltwürdig ins Bett bringen. Genau das wieder machen. Dann war es so heller. Ja, ey, gar kein Plan. Wir rocken das schon. Haben nachgeguckt, statt pirsich-rosa-hotpink. Okay, gut. Das würde ich aber, glaube ich, actually erkennen. Das würde, glaube ich, eigentlich gehen. Knabern ist schlimmer zu erkennen. Wie sieht denn Shiny Knabern aus? Ich glaube, die Mini-Shiny-Card haben wir sogar. Hat der nicht einfach nur andere Augen? War das so ein Ding? Wow, 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 wow. Seine Augen ändern sich. Ja, da habe ich es richtig im Kopf. Ja, wild, ne? Gott, Hefe, das ist so unendlich süß. Diese Laufanimation. Erinnert sich irgendeiner von euch? Es erinnern sich bestimmt Leute von euch. Es gibt so ein Stream von Visenior, gab es damals. Da einfach nur hieß, Visenior läuft, bis ein Remake von Fall und Diamond kommt. Und dieser Stream lief irgendwie so, keine Ahnung, mehrere Jahre. Und sonst ist es so eine Zeit, wo Leute waren so, nee, das Remake kommt bestimmt nicht. Und es war einfach nur Visenior, wie er über eine Rolltreppe läuft, ewig. Und das war gigasüß. Und sowas bräuchte ich mit Hefe. Das würde mich glücklich machen. Was machst du so bei dir draußen? Hallo, du Mausi. Genau das, ja! Das war ich mit Hefe. Und ich nenne das dann einfach Hefe läuft, bis das Kapu nie mehr kommt. Weil das wird wahrscheinlich in naher Zukunft absolut nicht passieren. Sollte es überhaupt jemals passieren. Und dann läuft der für immer. Und das war wundervoll. Hefe wird dunkler, also shiny. Erkennt man gut, würde ich sagen. Ja, der wird halt dunkler. Ich habe ja die Mini-Shiny davon, deswegen. Ich sage, er ist ein bisschen mal roasted dann. Oder er hat ein bisschen Kakaopulver in seinem Teig. Ich weiß nicht, warum mein Hirngott das Wort Teig nicht finden konnte. Basically angebrannt. Achso. Natürlich mag ich Visenior. Visenior ist ein Süßi. Visenior ist cool. Liebe Visenior. Der ist ein Zuhause, würde ich sagen. Visenior ist so jemand, wenn ich so ein Willen in Pokémon würde ich Visenior dauerhaft in meiner Schulter liegen haben. Und würde mich ziemlich cool fühlen. Nein, nein, nee, Visenior ist ein wunderbarer. Hätte aber noch eins auf Level 1 übrig, wenn du willst. Alles gut, das ist sehr, sehr lieb. Aber ich will das selber finden. Das ist mir wichtig. Aber das ist ein sehr, 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 sehr nettes Angebot. Wirklich, ich appreciate das. Der Habertimo nicht. Der mag Visenior auch. Das ist demnächst im Gewissen gerade ein bisschen zu basic. Du weißt doch, er will LG sein. Und das lasse ich ihm auch. Muss ja besonders sein und so. Und das ist okay. Das ist respektlich. Man ist so wie Absol und Volnona. Er hatet Absol und Volnona nicht, aber die sind ihm halt zu beliebt und zu Standard. Ich liebe Absol und Volnona. Aber mittlerweile ist auch alles, was ich als Teenager mochte, sehr krass im Trend. Das heißt, ich musste mich eher an die Gedanken gewöhnen, dass ich nicht mehr special bin. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst doch, was ich meine. Versteht ihr? Absol und Volnona. Oh Gott, so viele Hefe. Ah! Das ist so ein schönes Leben. Mein Leben ist so wundervoll. Lieblingsmonster ist Greninja und Vani, was Besonderes. Ey, aber das ist trotzdem voll fein. Greninja ist nice. Greninja ist sehr, sehr cool. Meine Vibs sind Azumaren und Felinara. Auch sehr, sehr nice Pics. Sehr, sehr nice Pics. Vor allem Felinara ist ein Baby. Moin, ich bin zum Stream. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Soll ich Inku sagen oder Cook sagen? Was ist der Name, den du magst? Kennst du Absol-Lore? Nee, ich kenne Absol-Lore tatsächlich nicht. Ich kenne echt nicht so viel Pokémon-Lore. Deswegen hau sehr gerne raus, wenn du willst. Wow. Ich sag, die Musik ist wirklich sehr, sehr chillig. Vielleicht machen wir das in Zukunft auch beim Hintergrund, beim Arbeiten an. Weil das kann man sich ja giga auf Dauerschleife geben. Bam! Ich wünsche, wir würden immer noch diesen coolen Stand machen. Den, der ein Schwarz und Schild macht. Hallo, du Baby-Maus. Halbe Bibel, ganz cooler Typ. Okay, okay, warte, dich passiert. Obwohl, du machst das schon, Maskergato. Ich lese in der Zeit. Absol besitzt ein hervorragendes Gespür. So sagt man, es könne mit seinem Horn feinste Veränderungen der Luft und der Erde wahrnehmen. Und so Naturkatastrophen wie Sturmfluten und Erdbeben vorhersagen. Wenn es auf eine nahende Gefahr ansteigt, es in die Teller herab, um andere davor zu warnen. Wenn man scheiß... Das ist sehr, sehr cool. Let's go, Absol. Das klingt sehr, sehr sweet. Das ist sehr, sehr cool. Ich bin Absol sehr, sehr dankbar dafür. Ne, ich mag Absol sowieso sehr, sehr gerne. Ich dachte eine Zeit lang, als ich jung war, dass Absol irgendwie so eine verlorene Eevee Evolution ist. Wisst ihr, was ich meine? Und war sehr verwirrt, dass Absol nie irgendeine andere Entwicklung oder so hatte. Ich meine, es macht jetzt rückblickend Sinn, dass es alleine steht. Aber stellt euch so eine Basisentwicklung zur Absol vor. Wäre auch richtig wild. Oder eine Weiterentwicklung. Ich glaube, da könnte man einiges kochen. Aber dann kam Mega Absol und ich war sehr zufrieden. Und hi Zalinda! Wie geht es dir? Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis jetzt. Danke, aber reicht auch. Fair enough. Muss mal wieder was trinken. Ich kriege immer so schnell Kopfschmerzen in den Softboxen. Das vermisse ich echt nicht. Und als ich Sachen gedreht habe, war es so viel simpler. Aber dann konnte ich ein paar Stunden anmachen, das aushalten und dann war es gut. Ich weiß nicht, wie Timo das wirklich die ganze Zeit aushält. Mir geht es gut. Wie geht es dir? Das freut mich sehr. Mir geht es auch sehr, sehr gut. Wir suchen gerade Shiny Hefe. Und das macht sehr viel Spaß. Ich bin sehr glücklich. Ich enjoy den Vibe sehr. Und Shiny Hand macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich könnte das wirklich literally die ganze Zeit machen. Das ist einfach eine traurige Backstory. Oh. Es ist lieb und will. Menschen waren aber vertrieben und die Menschen checken. Oh. Oh ja, okay. Das ist ass. Das ist ass. Gibt es irgendwie eine Absol-Folge oder einen Absol-Film oder so? Weil das wäre voll gutes Material, um irgendwas zu machen in diese Richtung. Danke, Selina. Wir kriegen das schon noch hin. Vor allem jetzt, wo du da bist. Ich meine, Buck ist dein Favorite. Dann werden wir sein kleines Vorentwicklungsvieh finden. Ja, so süß. Ich muss ganz kurz gucken, weil ich eine Nachricht bekommen habe. Ich schaue kurz, ob sie von Timo ist. Ja, okay. Dann kümmere ich mich später drum. Ich will einfach nur gucken, sollte kurz irgendwas sein oder so. Ich meine, er hat mal seine Ruhe verdient. Und wenn irgendwas ist, will ich trotzdem ready sein. Der Enton steht da so richtig menacing rum. Ich wäre echt nicht gerne Enton. Ich glaube, dieses Kopfschmerz auf der Seite will mich echt abpacken. Genau, da ist der Spirit-Zylinder. Richtig so. Müssen positiv bleiben, dann kommt das. Meine Spawn ja genug. Also kriegen wir keine Ahnung hin. Easy, Puck, Pee, easy. Sollte irgendwann random mein Sprachbilder wieder auftauchen. Bitte wundert euch nicht, ich bin immer noch zu viel krank. Da gibt es eine Folge zu, da kommt mir bekannt vor. Misha hat gar keinen Plan, aber würde es hier sehr gut für eine Folge anbieten. Oh, guck, wie hier läuft. Das ist so süß. Ja, so ein Kleini. Ja, okay, das macht Sinn. Das klingt sehr, sehr cool. Ich sag, sowas bietet sich auch an für den ganzen Film. Weil es, glaube ich, viele Pokémon-Lore gibt, die in so eine Richtung gehen, oder? Es gibt echt viele, die sehr missverstanden sind. Aber ich meine, es ist ja im echten Leben auch nicht so anders, was Tiere und Menschen angeht. Oh, du Grenzer, du bist ja richtig Speed. Wird bestimmt unter Ort sein. Hi, ja, Mann. Tiny Heart Golderslog. Ist ein schnelles, einfaches Projekt. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, danke. Yes, yes, yes. Mir geht es auch sehr gut. Ich bin gerade sehr am viben. Ist gerade ein sehr komfy Vibe. Ich finde das sehr, sehr süß. Ich glaube, ich mache mir gleich Tee oder so. Das passt gerade. Ich habe bald Motto-Woche in der Schule. Und da müssen wir uns jeden Tag anders verkleiden. Und meine Eltern und ich haben extra für einen Tag ein komplettes Kostüm gekauft. Es ist heute angekommen. Es ist die Akatsuki-Robe von Naruto. Das ist sehr, sehr cool. Generell, Motto-Wochen sind immer sehr nice. Ich hatte meine leider nicht in der Schule. Weil genau dann, als wir unsere Motto-Woche hatten, hat Corona angefangen. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ihr alle schöne Motto-Wochen habt oder hattet. Deswegen wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß. Da sind die Akatsuki-Robes immer nice. Das wird bestimmt sehr, sehr cool aussehen. Hefe. Ich sollte eigentlich so einen Hefe-Counter machen. Ich habe sogar von Obito eine selbstgebaute Masse gekauft. Oha! Das ist sehr, sehr cool. Let's go! Das ist sehr, sehr cool. Obito-Cosplay ist sowieso immer sehr cool. Das ist vor allem, wenn man irgendwie so mal in Cosplay reindippen möchte und anfangen will. Immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und safe kann man das bestätigen. Let's go! Oh! Oh! Ich habe voll Angst, irgendwas zu übersehen und dann despawn das irgendwie. Ich traue mir das zu. Andererseits, nein, ich traue mir das nicht zu, denn wir believen. Wir schaffen das alles. Was auch immer, Maskagato. Also, guten Abend, Omi. Hallihallo. Ich hoffe, das ist ein schöner Tag bis jetzt und es geht gut. Wir hatten gerade shiny Hefe, aka wir bekommen ihn heute. Also, ja. Man tut, was man kann. Ja, natürlich sehr gut. So muss das. Chat, was ist euer Lieblingstee? Trinkt ihr überhaupt Tee? Mögt ihr überhaupt Tee? Weil ich liebe Tee. Und da wegstehen noch den Adventskalender, den mir meine Eltern geschenkt haben. Das ist so ein Tee-Adventskalender. Den habe ich immer noch, weil ich am Anfang vom letzten Dezember am Krankenhaus war erst. Und dann war ich zu depressed, dass ich die ersten paar Tage nicht mitmachen konnte. Dass ich gesagt habe, nee, irgendwann muss ich den machen und so passend mitmachen. Und ja, da habe ich bis jetzt gewartet. Und jetzt trinke ich den als Adventskalender im März und so. Hihi. Aber es ist sehr, sehr lecker. Weil ich bin happy, weil dadurch kann ich actually ganz viele verschiedene Tees austesten. Und das ist sehr, sehr cool. Gab es einen guten Trick, um shiny's zu handeln? Habe erst vor zwei Tagen mit Violet angefangen. Ich glaube, es gibt sogenannte Sandwiches, wo du dann eine erhöhte Chance für bestimmte Typen hast. Und dann einfach viele töten. Ich glaube, dann ist die Spawn-Rate höher. Soweit ich das richtig verstehe. Ja. Kirsch Früchtetee, das ist sehr, sehr nice. Früchtetee sowieso sehr, sehr solide Antwort. Ich würde auch wahrscheinlich irgendeine Art von Apfeltee oder Früchtetee sagen. Ich liebe Schwarztee auch sehr. Das ist ein Banger-Kaffee-Ersatz. Aber sonst würde ich, glaube ich... Es gibt so eine Sorte im Rewe, die heißt Türkisch-Apfel. Das ist wahrscheinlich echt ein bisschen weird, weil das wahrscheinlich mit normalen türkischen Apfelsorten, die wirklich aus dem türkischen Raum kommen, nichts mehr zu tun hat. Aber die Sorte schmeckt trotzdem Banger. Kann ich nur weiterempfehlen. Aber die Robe ist mit einem Ring gekommen. Aber der von Itachi ist... Also haben wir auch Haare gefärbt, Spraygold. Oha! Und Haare schwarz gefärbt. Das ist mega cool. Itachi oder Itachi auch Banger-Cosplay. Und vor allem cool, wenn ihr auch die Haare sprayt oder so mit dem Ring. Das ist sehr, sehr nice. Wirklich ganz viel Spaß. Grüntee auch. Sehr solide Antwort. Sehr, sehr, sehr gut. Ich mag auch Matcha-Tee sehr, sehr gerne. Dieser heiß liebe Himbeere mit Vanille, glaube ich. Den haben wir sogar hier. Deswegen, den mögen wir beide sehr, sehr gerne. Das kann ich sehr gut verstehen. Im Krankenhaus habe ich Chai-Tee getrunken. Der war Banger. Yes! Ich mag immer... Chai-Latteis, glaube ich. Das mache ich auch richtig oft gerne selber. Das schmeckt auch wirklich. Kann ich nur empfehlen. Grace, meiner Meinung nach, der Beste verstehe ich auch. Gut, ist den Wings-Tee meiner besten Freundin. Ich sage sowieso, wahrscheinlich egal, was ihr jetzt schreibt, würde ich sagen, Bang. Aber ich habe alle Tee, ich gerne mag. Schwarz-Tee, mein Faith. Wie schnack, verstehe ich sehr, sehr gut. Trinke ich sehr gerne morgens mit dann Hafermilch zusammen. Vor allem, wenn ich irgendwelche Messen-Jobs habe oder so, wo ich dann auf irgendwelchen Comments oder Messen arbeite, trinke ich eigentlich das immer Schwarz-Tee morgens. Ist irgendwie so richtig gut auf Start an den Tag. Und immer, wenn ich den trinke, verstehe ich, warum Leute Kaffee trinken. Weil ich glaube, so Schwarz-Tee ist mein Kaffee. Ich liebe Pfefferminztee. Okay, okay, das sehe ich. Pfefferminztee ist tatsächlich der einzige Kaffee, der, glaube ich, nicht so ganz meins ist. Aber manchmal ballert der sehr gut. Vor allem, wenn man krank ist. Und Granatapfel-Tee, save. Das ist hundertprozentig. Aber ich glaube, das geht vor allem wieder in diese alle Früchte-Tees in sehr, sehr heiße Tees-Kategorie rein. Grüne Tee, wie schnackt, sehr, sehr nice. Aber Schwarz-Tee gibt es viele. Das stimmt, mein Dad war letztes Jahr in Indien und hat mir zwei so richtig hochwertige, krasse Schwarz-Tees mitgebracht. Und die sind beide sehr, sehr lecker. Ich muss sagen, nennt mich Tee-Banause. Ich schmecke so gut wie gar keinen Unterschied. Und die sind beide sehr, sehr lecker, wirklich. Und ich finde, man schmeckt einen Unterschied zu Store, also zu Supermarkt-Tees, Schwarz-Tees. Aber von den beiden merke ich nicht so einen starken Unterschied. Aber sag das meinem Papa bitte nicht. Der war da sehr, sehr stolz drauf. Jo, danke, by the way. Mein Lieblingstee ist Apfel-Vanille, Himbeer-Vanille und alle anderen Themen, die Vanille gemischt sind. Das verstehe ich. Vanille ist auch meine Lieblingsgeschmacksrichtung, was süße Sachen angeht. Ich sage auch, actually, Vanille über Schoko. Ich habe mal eine Frage. Hat jemand das bestimmte Pokémon aus dem Pokédex Blaubeer-Pokédex? Kein Plan. Chat hilft ihm, wenn es irgendeiner von euch hat, die macht das. Sonst trinke ich Eistee, aber der zählt nicht. Fair enough. Aber Eistee ist auch sehr, sehr lecker. Ich mag Energy-Eistees sehr, sehr gerne. Wir haben ja zum Glück eine von Just Legends hier. die praktisch wie Pfirsich-Eistee schmeckt. Und das macht mich sehr, sehr glücklich. Ich mag actually nur Warentee. Das ist auch vollkommen okay. Das ist auch vollkommen okay. Wer bist du denn, du Kollege? Oh. Außer mediterraner Pfirsich. Oha, das klingt persönlich. Das klingt so persönlich wie die Farbe grün. Ich mag alle Tees, außer mediterraner Pfirsich. Ja. Aber, ey. Ich weiß nicht, was mediterraner Pfirsich die getan hat. Aber ich gönne dir das. Bief ruhig mit dem mediterranen Pfirsich. Der Ice-Eistee für sich von Just Legends ist hier von zehn hundertprozentig. Ich mag den auch wirklich gerne. Ich würde sagen, das ist meine Zweit-Lieblingssorte. Ja. Ich bin Safe-Sammler im Pokémon. Ich bin auch, also ich war als Teenager und als Kind. Gut ist ein starkes Wort, aber ich hatte viel Wissen, sagen wir es mal so. Ich kannte mich noch aus. Ich konnte alle Namen. Ich konnte alle Stats. Bis so nach X und Y konnte ich noch alles. Ich wusste alles an, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie man es heutzutage nennt. Und dann hatte ich eine sehr, sehr lange Pokémon-Pause. Und ich habe wirklich alles vergessen, weil ich seitdem so viele neue Sachen kennengelernt habe, und dass ich jetzt so Giga raus bin und nicht mal mehr die Namen von den Standard-Mons kenne. Was ein bisschen schade ist. Aber ja. Das heißt, ich würde mich eher als Sammler bezeichnen. Ich komme gerne wieder rein und lerne das alles gerne wieder neu. Aber gerade bin ich basically vom Wissen her wieder auf dem Standein des Newbies. Ich erinnere mich noch an alle alten Shiny-Hand-Methoden. Da bin ich noch drin. Ob ich Pen & Paper kenne? Natürlich. Ich und ein paar andere Freunde machen Avatar-Pan & Paper. Oha! Das ist mega cool. Ganz viel Spaß euch. Vor allem mit Avatars ist mega cool. Ich wollte schon immer bei ganz vielen existierenden Franchises D&D-Sachen machen. Weil das ist halt Banger. Wir haben ja auch überlegt, irgendwann mal Pokémon D&D zu machen. Was auch sehr wild wäre. Aber ja. Wir gucken mal. Ich meine, da lässt sich einiges machen. Generell alles mit D&D. So viele meiner Freunde sind da deep drin. Ich wünsche einfach momentan, ich hätte genug Zeit dafür. Dann würde ich, glaube ich, auch mal wieder rein dippen. Aber gerade auch mit dem Avatar-Franchise bietet sich da wirklich einiges an. Ne, ne, meine damit. Ich mag Grün, Schwarz und den Militäran für sich der Rest. Ach so. Ah, okay, okay, okay. Sehe ich, sehe ich, sehe ich. Dann also doch kein Beef mit dem Militäran für sich. Was gab, gibt es denn bei euch heute zu essen? Ich weiß, ehrlich gesagt, noch nicht. Timo meinte, er kocht uns später was von HelloFresh. Was sehr, sehr nett und appreciated ist. Ähm, ja. Ich weiß es noch nicht. Ich suche mir dann wahrscheinlich irgendeine Rezepte aus. Er darf sich natürlich auch gerne was aussuchen. Aber er meinte, ich soll aussuchen. Also, jo, 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 jo. Okay, sorry, Merolin. Ich gebe mein Bestes. Okay, also D&D, nur von Avatar, Herr der Elemente und ein Charakter aus der Gruppe sagt zu Tee Blättersuppe. Ah, okay, okay. Jetzt sehe ich, warum ich es zu Ende lesen soll. I'm sorry. Das ist sehr, sehr süß. Ich muss immer an Iroh denken, wegen Tee und dann werde ich traurig. Iroh ist aber einer meiner Lieblingscharakter überhaupt. Genauso wie Meister U-Ray von Kung Fu Panda. Das sind alles Babymäuse. Dann eher Pokémon Mystery Dungeon D&D, oder? Oh, das ist ja auch wild. Ich habe keinen Plan, was genau wir planen. Aber wir werden irgendwas planen. Das ist ein schöner Satz. Let's go. Selbstgemachter Hotdog. Oh, das ist lecker. Hätte ich auch mal wieder richtig Lust zu. Kann man ja auch so viel selber machen. Guten Appetit auf jeden Fall. Lass es dir sehr, sehr, sehr gut schmecken. Und genau, Ausrufezeichen HelloFresh. Verlue ich gleich die. Was war das? Vielleicht hole ich gleich die Rezepte, wollte ich sagen. Und dann können wir entscheiden, was wir gleich kochen. Können die mitentscheiden. Weil wir haben ja wirklich einige Banger-Gerichte dieses Mal. Ich liebe Olga gerade noch mit den Tacos. Ich bin aber auch ehrlich. Das sind die einzigen Sachen, die ich mich gerade erinnere von unseren Rezepten. Weil als es ankam, war ich immer noch ziemlich krank. Da habe ich gar nichts mitbekommen. Daher, ja. Kommen wir gleich gleich mal gucken. Okay. 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 So viele Hefels. Feier Lasagne. Verständlich. Lasagne war sehr, sehr lange mein Lieblingsessen. Kann man aber auch nichts falsch machen. Generell, ich finde, Nudeln sind so Peak-Essen. Es gibt so viele Arten von Nudeln und alle sind Banger. Nudeln sind wundervoll. Und dann noch Käse und Soße und irgendwas Leckeres dazu. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Es gibt, glaube ich, auch keine Lasagne... Lasagne? Lasagne, die eklig ist. Auf jeden Fall irgendwas mit veganem Mayo. Das stimmt. Das habe ich gehört. Und das sieht man auch sehr deutlich im Kühlschrank. Wir haben einfach im Kühlschrank was nur Volles mit veganer Mayo. Oh ja, Pferd mag ich auch. Ach ja, die Lasagnen-Pferd-Zeit. Ach ja. Hier, Omega. Und danach sprayt ihr auf der Kohlköpfe. Geil. Sehe ich, sehe ich. Soll ich den auch mal cosplayen? Das wäre auch Banger-Cosplay. Meine Kohlköpfe. Kann Nudeln machen warm, kann Nudeln machen kalt. Was will man mehr? Save. Du kannst alles mit Nudeln machen. Es gibt nichts, was du nicht mit Nudeln machen kannst. Die Möglichkeiten sind literally unendlich. Es gibt, glaube ich, auch so viele Subgerichte, die du einfach random mit Nudeln machen kannst. Du kannst Salat aus Nudeln machen. Du kannst Lasagne aus Nudeln machen. Du kannst Auflaufgut. Das ist basically Lasagne. Aber ihr wisst, was ich meine. Man kann normale Gerichte aus Nudeln machen. Man kann Nudeln als Hauptgericht. Man kann Nudeln als Beilage. Du kannst alles mit Nudeln machen. Nudeln sind unendlich. Meine Kohlköpfe. Genau die. Ich habe richtig Bock, Avatar nochmal zu rewatchen. Aber ich hatte nicht mal genug Zeit, das Remake jetzt zu schauen. Wann soll ich denn das Original bitte rewatchen? Ich ernähre mich eigentlich zu 80% von Nudeln oder Kartoffeln. Sehe ich. Verstehe ich hundertprozentig. Und auch das mit der Küche verstehe ich sehr. Du kennst Nudeln mit Milch. Ich meine, Timo kann das nicht oder mochte es bestimmt nicht. Also ich kenne Nudeln mit Milch, glaube ich, nicht. Aber je nachdem, wie man das zubereitet, kann das bestimmt schmecken. Ich meine, wenn Reis mit Milch schmeckt, dann werden bestimmt auch Nudeln mit Milch schmecken. Weiß ich nicht. Müsste man, glaube ich, mal testen. Ich meine, ich weiß, im Kindergarten werden richtig oft Kindern Nudeln mit Zucker gegeben. Ich weiß auch nicht, ob das so ein krummend Ding war. Aber bei meinem Bruder im Kindergarten war das jedenfalls so. Und meine Ma meinte bei mir auch. Und wenn man das macht, dann ist bestimmt dann Nudeln mit Milch was, was man macht. Kein Plan. True, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das wäre cool. Vielleicht pitche ich das mal als Idee. Wir haben sowieso noch einiges zu tun. Er wird da nicht drum rum kommen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich meine, erstens ist es praktisch, weil er eine Glatzer hat. Das heißt, wir können coole Glatzen kostbar machen. Aber dadurch, dass er eine Glatzer hat, ist es doch einfach, ihren Perücken anzuziehen. Das ist eigentlich perfekt. Tio macht eher... Buu, buu, buu. Tibu. Ah, es sah doch goldig aus. Oh, oder? Ich hab's geliebt. Ich war sehr, sehr glücklich. Du müsstest wissen, meine Eltern haben so eine riesige Kostümansammlung bei uns im Keller, weil wir wohnen halt in Köln und das ist da normal. Und dann durfte sie hier letzt aussuchen und hat sich für die Kuh entschieden. Finde ich gut. Da hatten wir beide Onesies an. Also für die Leute, die nicht wissen, es geht um ein Bild, was an Karneval geschossen wurde von Timo und einer Kuh-Wonsie. Ich fand das mega. No, BAM! Das ist auch mega. So, ich muss ganz kurz was trinken. Trinkt bitte auch was, meine Lieben. Hydration ist wichtig. Timo, Mami. Genau das. Genau, bei jedem Cosplayer, was ich jetzt mache, macht er einfach trotzdem eine Kuh. So, keine Ahnung, ich cosplay irgendwas von League of Legends. Er ist eine Kuh. In League of Legends gibt es eine Kuh. Dementsprechend. Es gibt bestimmt viele Franchises, wo random irgendwo eine Kuh ist. Und das passt jetzt. Stay hydrated. Genau das. Nach Tages, by the way, mein second favorite Pokémon war eine lange Zeit. Mein Favorite wurde von Absol abgelöst. Und jetzt ist es Platz 3 hinter Alola und Lona. Das ist sehr, sehr guter Geschmack erstens. Und zweitens verstehe ich das. Das war, glaube ich, auch eine Zeit lang mein Lieblings-Pokémon. Aber dann kam er zur Ruhe und dann ging es nicht anders. Genau, Miltang zum Beispiel das auch. Wenn wir am Japan-Tag Pokémon cosplayen, kann er Miltang machen. Weil ich ihn die ganze Zeit dazu versuche zu überreden, dass er einfach einen Pokémon-Trainer macht. Weil ein paar Freunde von mir und ich machen dann alle Pokémon am Japan-Tag. Und das wäre cool, wenn er dann den Trainer cosplayt. Deswegen. Das wäre sehr, sehr cool. Ah, mal gucken. Ich will auch immer noch unbedingt irgendwann Team Rocket cosplayen. Und das wäre auch cool, wenn er da mitzieht. Aber mal gucken. Will ihn natürlich auch zunächst zwingen. Das ist ja klar. You can't make those. Das stimmt. Timo ist N, das sehe ich. Aber ich bin ganz ehrlich mit der OBM. Ich sehe mich sehr viel mehr als N, als Timo. Ich hätte so Bock, N zu machen. Daher ja, aber auch nein. Ich denke immer, für eine Sekunde so, wenn er ihn hier angreift. Oh, vielleicht ist er shiny. Ich sehe es zwar nicht, aber könnte ja sein. So, random Q, die eine Mission behindert hat, weil sie auf der Straße rumstand und nicht gegangen ist. Genau das. Aber das ist bestimmt auch ein wichtiges Cosplay. Jo, mach N, wenn ich auch da bin. Das ist bestimmt so cool. Ey, sehr, sehr gerne. Sowieso. Ich wollte N schon immer mal cosplayen. Die Perücke sieht sehr, sehr spaßig auszumachen. Und ich liebe N. Und Timo hat gesagt, wenn ich hier Pokémon-Charakter wäre, dann wäre ich N. Also, es ist basically Ken. Also, bin ich N. Pew! Ich meine, ihr habt zwei Zuruhe. Ist ja so, wie erzählt das? Bin ich jetzt N? Mit Jappatak komme ich vielleicht wieder als Mimikyu. Muss nur das Kissen aus der Kapuze nehmen. Ich weiß, wie heiß Jappatak wird und will er nicht dem Poncho mit der dicken Kapuze dran ist. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ich bin actually auch Mimikyu am Jappatak. Das heißt, das wäre sehr, sehr cool. Und ich glaube, wir haben dann auch denselben Poncho. Aber das finde ich nice. Finde ich gut. Deswegen macht das sehr, sehr gerne. Das wäre cool. Dann können wir Mimikyu-Bilder machen. Genau das. Ich bin absolut nicht in Dings drin. Aber ich glaube euch. Ja, man. Kuh und so. Mu, mu, mu. Habt ihr auch? Das ist gut so, Saffer. Das ist auch Banger-Cape. Ich finde das richtig cool. Ich habe das letzte Secondhand geschossen auf Vinted. Und das ist wundervoll. Daher richtig so. Wir können alles Mimikyu's kommen. Oh, damn. Nicht so aggressiv, mein kleiner Freund, oder? Pew. Kannst du gerne machen, Zylinder. Ich meine, ich kann gerade nicht an meinen Discord, weil ich nicht in meinem PC hier sitzen, sondern Timo's. Ah, dann gucke ich es mir später an. Und ja, die Zora-Tattoos habe ich seit... über einem Jahr circa? Ich habe ein Jahr... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hatte ich die schon sehr viel länger, bevor ich Timo kennengelernt habe. Ja. Habe ich mir damals zu meinem Geburtstag selber geschenkt. Und weil mein Tätowierer des Vertrauens so eine Aktion hatte, wo er rabattierte Pokémon-Tattoos sticht. Und dann bin ich da mal ganz dezent in die DM. Und dann habe ich das geslidet. Deswegen, yes, 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 yes. Ich habe dann die ganze Zeit überlegt, ob ich Wulpix zu Ruhe nehmen will. Aber zu Ruhe ist halt mein Favorite Pokémon. Also war die Frage relativ klar. Und der hatte halt nur auf seinem Flash Sheet die ganzen Sachen aus der ersten und zweiten Gen. Deswegen habe ich halt überlegt, ob es okay wäre, wenn er mir die zu Ruhe sticht, wenn ich die dafür selber zeichne und designe und so. Und ihm halt die Blaupausen so schicke. Und dann hat er gesagt, ja. Und das würde keinen Unterschied machen, würde er auch machen. Daher habe ich die auch noch selber gezeichnet. Wenn ich habe einfach die normalen Sprites genommen und ein bisschen verändert, dass sie gleich aussehen, weil die Körper bei den normalen Sprites ja ein bisschen unterschiedlich aussehen von den Proportionen her und von den Beinen her. Und dann habe ich die halt so angepasst, dass sie basically exakt gleich sind, damit das cooler aussieht. Wenn ich nicht so ein Schisser wäre und Geld hätte, würde ich mir ein Time Gear tätowieren lassen. Ey, irgendwann bestimmt. Und wenn nicht, ist auch vollkommen okay. Ich liebe Tattoos. Ich habe die Kunst dahinter schon immer geliebt. Mir war schon als kleines Kind eigentlich klar, dass ich irgendwann wahrscheinlich vollgestochen bin. Und ich meine, es ist noch ein langer Weg bis dahin, aber ich genieße den Weg sehr. Und sonst, wie schon gesagt, ich lerne es gerade. Also gerade heißt es im September. Und wenn irgendjemand irgendwann mal Bock hat von euch, da ein bisschen vorbeizuschneiden und sich verstechen zu lassen. Ich bin glücklich für jeden Kunden. Und wenn nicht, ist natürlich auch vollkommen okay. Aber yes, die Tattoos waren so eine Sache, über die wir am zweiten Tag, als wir es kennengelernt haben, recht hart gebondet haben. Das war sehr, sehr cool. Weil da hat er erzählt, dass es auch eines meiner Lieblings-Pokémon ist. Und da war ich so, lol, da habt ihr eigentlich tätowiert. Und ich hatte an dem Tag auch, oder was am Tag oder Nacht? Ich weiß gar nicht. Aber ich habe auch zwei Zuha-O-Ringe. Die hat mir mein Dad aus Shanghai, glaube ich, mitgebracht. Und das ist halt ein Shizui-Zuha und ein normales Zuha. Und die kann ich dann matchen zu meinen Tattoos anziehen, was ziemlich cool ist. Und ja, das war wundervoll. Ich werde mir ein Kenntattoo machen lassen. Finde zwar vieles sehr cool und so weiter, kann mich irgendwie nicht mit dem Gedanken abfinden, meine Haut bemalen zu lassen. Kein Plan stört mich irgendwie. Das ist ja auch vollkommen okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Sowieso, jeder wie er mag. Einfach nur andere Leute nicht dafür irgendwie judge'n oder runter machen. Aber ansonsten, sowieso, wie man sich kompy damit fühlt. Das Einzige, was mich abturnt, ein Time Gear, sind halt die Farben. Ah, in Farbe verbessert. Also, das machst du einfach in Farben. Ich meine, das ist ja auch vollkommen okay. Es gibt schöne Tattoo-Farben. Ich habe geschickt. Sorry, das Bild ist ein bisschen vertronter, weil ich gezittert habe. Och, alles gut. Du musst dich dafür gar nicht rechtfertigen. Aber wie schon gesagt, das kann ich halt erst angucken, wenn ich wieder in meinem PC bin. Deswegen, wurde dich nicht, bis das bis hin dauert, bis ich antworte. Aber erst mal danke fürs Schicken. Ich bin auch dabei, meine Tattoos zu zeichnen. Soll ein Soulborn-Symbol werden, mit allen Icons von allen Spielen. Sind meine Lieblingsspiele, sogar mehr als Pokémon, als Dark Souls, als Elblin und Co. Das ist sehr, sehr cool. Das ist sehr, sehr nice. Und viel Spaß beim Design. Ich finde es badass, deine eigenen Tattoos zu designen. Finde ich cool. Wait, geht das? Dachte Farbe, wäre mit der Weitersboote. Nee, nee, nee. Also, es gibt ein paar rechtliche Sachen, die ein bisschen kompliziert sind mit Farbe, aber es gibt noch genug Studios, die da irgendwelche Loopholes finden, die mit Farbe stechen. Daher, ja. Ich meine meine, ich habe ja hier so rote Xe für mein Lieblingsanime Tokiui und für mein Lieblingscharakter Juzo auf der Brust. Die sind ja auch komplett rot. Und die habe ich auch diesen Herbst, ja, diesen Herbst stechen lassen. Das ist ein Sommerherbst und da war das ja auch schon seit einem Jahr verboten. Aber das war auch kein Problem. Ich glaube, es ist so eine bestimmte Marke oder eine bestimmte Anzahl. Ich weiß nicht mehr so ganz, aber es gibt jedenfalls noch genug Studios, die legal mit Farbe stechen. Oder gibt es wieder? Vielleicht ist es auch so. Ich weiß nicht ganz, ich habe das Recht nicht ganz verfolgt. Ich habe nur verfolgt, dass es geht. Ja, kurz hittet, weil Dragon Ball ja von Akira... Oh, Herr. Das verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut. Möge er in Frieden ruhen. Ja, er hat sehr, sehr viel Schönes kreiert. Aber ich wünsche ihm natürlich auch trotzdem sein Frieden. Maskagato sieht so fancy aus, wenn es läuft. Und da sehe ich wieder viele Hefel. Das ist sehr gut. Ich hätte halt nie so einen krassen Bezug zu Dragon Ball. Deswegen wünschte ich halt, ich könnte das noch mehr fühlen. Aber generell, Tod hat ja immer was mit Respekt zu tun. Egal, wie der ich jetzt in der Kunst kannte oder nicht. Yes, genau das Zylinder. So viele Kleinies. Aber würde jetzt ein Sandwich irgendwas so viel verändern, weil es spawnen ja schon die ganze Zeit viele Hefel oder endet ein Sandwich wirklich aktiv was in der Shiny-Chance? Weil sonst spawnen ja sowieso schon viele Hefel und Fluffluffs und Trasslers und so. Und das würde sich ja dann mit dem Feen-Sandwich glaube ich nicht so ganz verändern, oder? Ich habe halt keine Ahnung, ob das noch irgendwas verändert. Der erhöht die Shiny-Chance. Ach so. Ja, okay. Das verändert dann in der Tat etwas. Hm. Also wenn du das richtige Sandwich machst. Okay, okay. Sehe ich. Ja, wir gucken gleich mal. Ja, warte. Ja, es gibt Chiller-Kraft. Okay, okay. Ich bin wohl eine der wenigen Personen, die wohl keine Berührungspunkte mit ihm hatten. Außer über Dritte, wie zum Beispiel The Big Three, weil der war nie mein Anime. Aber ich weiß, wie war Odafülde. Ja, ja sehe ich. Ich sage es sowieso. Ich meine, Respekt vor Totsam und da halt, ne, sein Zuspruch ist ein falsches Wort, aber sein Respekt zu erweisen, ist ja, sollte ja auch einfach normal sein. Egal, ob man Berührungspunkte mit dem Artist hat oder nicht. Und ist eine Artist ein wichtiger Impact auf die Community, und auf die ganze Szene hatte. Das ist ja auch gar egal, ob man da drin war oder nicht. Ich habe mich dafür entschieden, weil er eine meiner Kindheit war, dass ich mir sein Gesicht auf die linke Schulter tätowiere. Let's go! Das ist sehr, sehr schön. Mach das. Also, ja. Okay. Vielleicht finden wir gleich in das Sandwich-Lore herein. Mal gucken, mal gucken. Das ist so schön, wie schnell Maskergato ist, weil ich habe ja schon von Anfang an, schon als er noch ein kleines Ich habe den Namen von der ersten Entwicklung vergessen, aber ihr wisst, was ich meine. Also noch ein kleiniger haben wir auch die ganze diese Methode benutzt und dann war er noch so viel langsamer. Jetzt ist er einfach Speed. Filori, genau das. Yes. Schon gesagt, Name und ich geht gar nicht. Ich weiß, Filiospa auch nur wegen einem guten Freund von uns, der sehr normale Emotionen gegenüber dieses Monst hat. Baby Weed Cat, genau das. Wir lieben unsere Baby Weed Cat. Selten sie von Gesichtstattoos? Ich glaube, ich habe da eine sehr neutrale Meinung zu. Ich glaube, die kann man weder positiv noch negativ finden. Hängt halt vom Tattoo ab. Es gibt welche, die sind schön. Es gibt welche, die finde ich persönlich nicht so ästhetisch, aber generell kann ich das schwer in eine Kategorie machen. Das würde ich jetzt irgendwie fragen, wie findest du Armtattoos? Auch da ist es halt so, es gibt schöne, es gibt nicht so schöne. Ende. So, ich glaube, ich kann da keine spezifische Meinung zu haben. Okay, dann haben wir die Beerdigung und dann würden alle Charakter erst mal, wo du bist zur Beerdigung gekommen. Save. Das würden sie Zylinder. Das würden sie bestimmt. Ich sag ja sowieso, der hat eine unsterbliche Legacy gebaut. So, seine Kunst wird hundertprozentig sowieso weiterleben und noch weiter expanden in wundervolle, kreative Dinge. Und das ist wahrscheinlich auch das, was er am meisten gewollt hätte. Aber könntest du dir das bei dir vorstellen? Puh, ich glaube, es kommt sehr darauf an. Auf das Tattoo und wie der Rest meines Körpers währenddessen aussieht. Ich sag Kleinigkeiten, keine Ahnung, bestimmt irgendwann. Habe ich mir noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, weil wenn es passiert, dann passiert es irgendwie einfach. Ich glaube, ich nehme Tattoos einfach generell nicht so ernst. Aber maybe, I don't know. Stimmt. Kein Plan. Vielleicht. Kann ich, glaube ich, jetzt noch keine guten Aussagen drüber machen. Ich weiß, was die nächsten Tattoos sind, die ich geplant habe. Und was danach kommt, das wird einfach passieren. Ich kann den neuen Pokémon Horizon-Anime empfehlen, aber eher auf Japanisch, das Roy, Frieden und den deutschen Roy, Frieden, Gattel und das... Oh, das verkabte ich nicht, oh no. Sehe ich, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Ich habe da noch gar nicht reingeschaut. Muss ich vielleicht irgendwann mal machen. Ich habe, der einzige Anime, den ich wirklich intensiv geschaut habe von Pokémon, war der X&Y-Anime. Da habe ich mit meinem Bruder viel geschaut. Das war sehr, sehr schön. Das war sehr, sehr cool. Teilweise finde ich das echt zu viel. Ja, ich sage, kommt drauf an. Wie schon, das ist irgendwie Geschmackssache. Ich mag generell die Kunst hinter Tattoos, deswegen, ja, glaube ich, ich habe da eine sehr neutrale Meinung zu. Der ist happy damit und ich fühle sehr den Vibe, dass er sagt, der möchte aussehen wie ein komplex desiginter Charakter die ganze Zeit und das fühle ich halt sehr. Deswegen finde ich das, glaube ich, generell sehr, sehr cool. Ich mag den Gedanken, jeden Tag aufzustehen und sich so zu fühlen, dass man sich irgendwie wie so ein Game-Character designt. Das finde ich sehr, sehr cool. Und das fühle ich sehr. Hat nur einen seiner vertrautesten Angestellten all seine Pläne verraten und alles weitergegeben wird. Yes, yes, yes. Das ist ja oft so bei etwas älteren Autoren. Und das finde ich auch sehr, sehr cool. Ich hoffe, das geht dann trotzdem alles in die Richtung, wie der Autor es gewollt hätte. X und Y war der beste Teil von Pokémon als Anime. Hui, gut zu wissen. Ich habe auch keine Ahnung, was so die General Opinion von Sachen ist, aber wenn das die General Opinion ist, dann habe ich ja das Beste geschafft. Ja, safe. Dann let's go. Muss, glaube ich, mehr trinken. Vielleicht auch gleich was essen oder so. Ich merke halt hart, wie mein Kreislauf immer weiter dippt. Ich hasse es, krank zu sein. Das ist echt sehr, sehr nervig. Oh, hallo, du Maus. Miau. Vielleicht esse ich noch einen Keks. Das ist Zucker drin. Das ist gut für den Blutdruck, Kreislauf, was auch immer. Zo. Schluctnormal. So. 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 Okay. Ah. So. Ja, aber am Ende des Tages, das darf man nicht vergessen, es ist immer noch eine Kinder-Seine, ne? Und irgendwie wollen die die Story ja interessant machen und über Pokémon erklären und erzählen und trotzdem so, ne? Ich finde halt keine guten Worte dafür, aber ich mein, der Pokémon-Anime ist ja sowieso nicht immer komplett canon mit dem Game und ich glaube auch nicht, dass man alle Regeln davon übernehmen kann. Und die wollen ja trotzdem auch ein bisschen so was erklären und in dieser Welt stattfinden und so. Daher ja. Natürlich könnte man es immer zum gewissen Grad besser machen, aber ich finde es an sich schon sehr cool, wie sie es gemacht haben. Ich finde alle drei sehr, sehr nice, aber du solltest sowieso vor allem für dich entscheiden, was du als Tattoo haben willst. Ich mein, das ist ja etwas, das nebenlang auf deinem Körper ist. Ich mein, du hast das Gefühl, dass du fühlst irgendwas sehr stark und irgendwas ist so das, was dir am meisten gefällt, was dir am meisten bedeutet, dann ist das schon noch das Richtige. Und das Design, da kann man ja eh ewig dran zwirbeln oder so. Also, das musst du ja auch noch nicht jetzt entscheiden. Das kannst du dann gucken, wenn es soweit ist. Und dann kannst du, da wirst du eh noch oft genug drüber nachdenken, glaub mir, wie oft ich schon meine Tattoo-Pläne und Ideen geändert habe über die Jahre. Deswegen stresst dich da bloß nicht. Und du wirst wissen, wenn es das Richtige ist, wenn es soweit ist. Das war bei mir auch so. Irgendwann macht es Klick und dann weißt du in dem Moment einfach, ja, das ist das Richtige. Und dann machst du was. Achso, das ist sehr, sehr süß. Mhm. Ich würde sagen, du guckst halt einfach mal. Ich mein, alle drei, wenn dir alle drei sehr viel bedeutender macht, vielleicht auch alle drei irgendwie Sinn. Ich sag, es hängt doch immer ein bisschen von den Designs ab. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, was Tattoos generell für dich bedeuten. Weil, ui, die meisten Leuten... Okay, was am Arsch, das sehe ich. Ich halte mich auch gerade fast verschluckt, jetzt. Das ist gut. Danke, Zylinder. Also, die meisten Leute lassen sich natürlich Tattoos stechen für Sachen, die für sie eine starke Bedeutung haben. Aber ich kenne auch genauso viele Leute, me included, die sagen, dass sie einfach sich Tattoos stechen lassen, die cool aussehen oder die sie mögen oder wo sie das Design mögen oder wo sie das Gefühl haben. Das passt irgendwie so zum Gesamtbild am Ende. Also klar, so kann ich in meine Tattoos auch eine Bedeutung reinreden. Aber es gibt jetzt eigentlich kein Tattoo, was ich mir jetzt unbedingt gestochen habe, weil das so eine mega-diepe Bedeutung hat. Sondern es ist eigentlich mehr so, ich mag das Motiv, ich find's cool. Ich weiß, dass das mit jetzt auch auf Dauer gefallen wird. Ist ein cooles Design, deswegen werde ich immer happy damit sein. Und, ja. Ich meine, natürlich sind es am Ende des Tages so ein gewisser gar doch Motive, die mir was bedeuten. Aber es gibt sehr viele Motive, die mir was bedeuten. Es ist, glaube ich, echt schwer, daraus nicht zu finden. Deswegen musst du halt gucken. Aber ich kenne natürlich auch sehr viele Leute, die sagen, ich lass mir nur was stechen, was mir wirklich was bedeutet. So, das ist mir sehr, sehr wichtig und das ist auch der Grund, dass ich mich ausstechen lasse. Aber ich würde trotzdem auch immer mit auf das Design achten. Egal, wie deep die Message für dich ist, wenn das kein Design ist, was dir auch in 30 Jahren noch gefällt, dann bringt dir die Message auch nicht so viel. Sag ich jedenfalls. Weil man kann in fast jedes Design eine Bedeutung irgendwie reinredetieren und reden, aber man kann ein schlechtes Design nicht plötzlich gutreden, wenn ihr wisst, was ich meine. Klar, sind das ziemlich viele Fluffelhofs. So wollen wir das aber nicht. Nein, nein, nein. Ich sag ehrlich, diese Kekse kann man wirklich gut essen. Oh, sorry. Oh. Hallo, was machst du denn hier? Oi, oi, oi. Ja gut, der Crunchyroll Disney Beef, ne? Da ist schon wild. So, wie und so wird, glaube ich, noch in Zukunft um einiges mehr an Beef für die ganzen Streaming-Service hochkommen. Ich rieche ihn, er wird kaum 100 pro. Und wenn nicht, dann machen wir gleich ein Sandwich. Da müsst ihr mir nur wirklich helfen, wie man ein Sandwich macht. Da ist absolut kein Plan, wie das geht. Aber das ist die Mission heute. Wir brauchen ein schillerndes Hefe. Anderes, vielleicht viel wichtigeres Thema. Hat sich irgendjemand von euch gemerkt, wann wir Timo zur Not wecken sollen? Ich hab's komplett vergessen. Oder versuche, einen Auflauf zu resetten. Was genau heißt, das heißt, ich soll in ein anderes Gebiet gehen und wiederkommen? Denn ich hab noch keinen Plan von diesem Game. Die Knusperkruste muss knuspern. Genau das. Meine Rede. Seine Hefe muss erst gebacken werden. Das dauert ein bisschen süß. Süß, süß, süß. Find ich gut. Wir backen ihn einfach. Wie lange wollte er entschlafen? Ich hab absolut keinen Plan. Ich hab im Kopf, wer hätte gesagt, wir sollen ihn spätestens um 22 Uhr wecken. Das könnte aber auch absolut gelogen von meiner Erinnerung sein. Daher lassen wir mal schlafen, I guess. Ich meine, er hat gesagt, dass er, glaube ich, normalerweise jetzt einfach versucht, um 20 Uhr hier zu sein. Aber dann würde es Sinn machen, wenn er gesagt hätte, dass wir ihn allerspätestens um 22 Uhr wecken sollen. Ich glaube, das macht Sinn. Das sind viele Hefe. Hallo, ihr Süßmäuse. Gott, das ist so gottlos knuffig. Ich kann nicht mehr. Mein armes Herz. Lieber später aufwecken, er ist früh. Ja, safe, 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 100%ig. 100%ig. Lieber gönnen wir ihm noch ein bisschen mehr Schlaf. Er hat das sehr verdient. Ich bin happy, wenn er sich mal ausholt und ich die ganze Zeit darüber nachdenke, dass jede Sekunde wohl sich nicht ausfut. Für den Stream genutzt werden muss und so. Genau das Zylinder. Und so machen wir das auch. Das sowieso. Wir werden ihn um Punkt 20 Uhr streamen zu Ende. Sehe ich. Danke, danke, danke. Natürlich ist immer noch Hefe. Es tut mir leid, Maya. Der muss doch schillernd werden. Und anders geht das doch nicht. Ich werde ihn jetzt nicht anfangen auszubrüten. Ich habe doch noch keine Ahnung, wo die Pension ist und ob das überhaupt geht in diesem Game. Hefe. Ah, ich wollte dich nicht ertrinken. Komm bitte wieder. Okay, meine Freunde. Hat irgendjemand von euch Lust, mir zu erklären, wie man ein Sandwich macht? Es gibt keine Pension. Oh. Ja, okay. I see, I see, I see. Geht aber nicht so spaßig. Ja, okay. Fair enough. Dann nicht. Absolut. Keine Ahnung davon. Das ist okay. Irgendjemand weiß das doch bestimmt. Weil dann ziehen wir jetzt an allen streng und das Menü gehen und picknicken. Die Monster-Poops. Alles klar, okay. Alles klar. Ich meine, ich gönne... Weiß ich nicht. Bei Animalie gönne ich dir die Fäde schon nicht mehr so sehr. Wir wollen einen Feentyp machen für Hefe. Also ihr sagt, Fee macht am meisten Sinn, ne? Ist der überhaupt irgendwas anderes aus der Fee? Ich hatte irgendeinen Kopf, dass der normal wäre. Aber gar kein Plan. Ich weiß, ich fand mich die Viecher während eines Picknicks alleine vor Ort. Äh, I guess mit Schillerkraft. Ich habe wirklich gar keinen Plan. Es tut mir leid. Ihr müsst mir alles erklären. Ich habe noch nie gepicknickt. Ich spiele dieses Game Blind und habe zwei Orden bis jetzt. Ich weiß nichts. Yes. Okay, wir gehen jetzt auch ins Benümen Picknick. So, warte. Kommen wir zurück. Maskegatum, affrendo. So. Können wir hier picknicken? Bestimmt. Das ist nicht das Menü. Aber das ist das Menü. Yes. Picknick. Okay. Und jetzt? Was tun wir? Okay. Oh Gott. Okay. Okay. Was jetzt? Schillerkraft geht nicht. Keine Herbs. Okay. Wir sprechen den Korb an. Wir möchten einen Sandwich zubereiten, nicht wahr? Erstmal Pokémon waschen. Man kann Pokémon waschen. Ich bin so verwirrt. Ich habe doch keine Ahnung. Ich bin doch kein realer Gamer. Mit Ballspielen. Erfolg. Wenn du möchtest, OBM, dann kannst du das machen. Das wäre sehr, sehr nett. Ich habe halt nur keinen Plan, wie. Ihr müsst mich da jetzt wirklich durchführen. Es tut mir leid. Ich mag, wie shiny Kram wuchs die ganze Zeit richtig hart am Weiben ist. Und jetzt steht er in der Luft. Aber das ist auch cool. Ich meine, nur wenn ihr wollt. Ich will euch zu nichts zwingen. Ihr müsst mir nichts geben, was ihr nicht könnt. Hast du Butter? Wo kann ich das nachgucken? Warte. Wahrscheinlich einfach in... Kann ich das hier nachschauen? Oder muss ich im Inventar schauen? By the way, danke, dass ihr mir überhaupt generell helft. Im Beutel. Okay. Ähm. Das wollte ich nicht. Aber Knarbon, es freut mich, deine Füße zu sehen. Okay. Wollen wir das Picknick beenden? I guess. Ich meine, wir können ja gleich wieder neu picknicken. Okay. Kram wuchs. Ja, ne? Ich bin dann auch richtig hübsch. Okay. Wo ist hier Butter? Butter. Das Butter. Wir haben Butter. Sogar dreimal. Kann man online, wenn man ein Simlish macht, Gewürze benutzen, wenn der Spieler die noch nicht hat? Okay. Wir ballen das jetzt. Wir machen das. Okay. Leitet mich hier durch. Ich finde generell, die Shinies, die ich habe, sind alle sehr hübsch. Dann geh online. Das darfst du doch nicht einfach so sagen. Ich habe doch keinen Plan wie das geht, O-Bam. Mit Freundeskreis. Wir speichern erst mal. Wisst ihr was? Es wird erst mal gespeichert. Okay. Und jetzt drücke ich L mit Internet verbinden. Ja. Oh Gott. Ich glaube da... Ich stimme, da ist noch kein Nintendo-Account verknüpft, weil das der neue Account ist, den wir jetzt erst erst erstellt haben. Dann ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Oh Gott, ich will jetzt nicht irgendwas leaken. Okay, nee, da wird es nicht gehen. Trotzdem, danke. Wollen wir dann trotzdem irgendwie picknicken ohne Stillerkraft? Macht das Sinn, oder soll ich da einfach so weiter handeln? Was sagt ihr? Scheiße. Wir kriegen das zur Not auch so hin. Das sowieso. Ich bin da immer noch guter Dinge. Wenn ich es schaffe, zwei Randoms zu Fullorts zu finden, dann werden wir auch shiny Häfel finden. Ja, ein Counterpower reicht. Okay, okay, dann machen wir gleich trotzdem pick. Ich kümmere mich nur kurz um die Häfel hier und entsorge die sehr liebevoll. Okay, Weg ins Café reicht auch. Okay, okay, okay. Ich meine, wir können es einfach mal testen. Ich meine, dazu lernen ist immer gut. Dann lerne ich, wie man ein Picknick macht. Ich kann mich nicht beschweren. Egal, ob das viel bringt oder nicht. So, dann kommen wir bitte zurück. Und wir picknicken. Wee! Cool. Süß dies. Okay, und jetzt mit dem Picknickkorb sprechen. Gehst du mal bitte zur Seite, Razor Beatbox. Wir müssen an den Picknickkorb. Oh Gott, der ist so süß. Ich will nicht sauer auf ihn sein. Okay, jetzt wollen wir einen Sandwich zubereiten, oder? Würde Sinn machen. Damn, diese Musik, hallo? Passt du nicht 30 Stunden auf dem Timer, da kann ich ja... Ey, wir wissen nicht, was passiert, Zylinder. Und außerdem, ich meine, Timo wird ja nicht aufhören zu streamen, sobald der Sabaton vorbei ist. So, ich bin mir sicher, irgendwann in den Sommerferien wirst du ihn trotzdem sehen können, selbst wenn der Sabaton bis dahin vorbei ist. Diese Musik ist ja so ein Vibe, hallo? Ja, genau diese Infos werde ich mir jetzt alle merken, wenn ich ihn da sehe. Okay, was ist der Plan? Sag mir, wie ich kochen soll. Oder soll ich googeln? Wenn das zu viel ist mit dem Chat, kann ich auch wahrscheinlich easy googeln. Ey, Whoopi, hallo? Hallo, Whoopi. Wups, da ist das der reale Whoopi. Ich drücke X. Okay. Wie geht's dir, Whoopi? Ich hoffe, du bist nicht überarbeitet. Der Allerächteste, genau der bist du. Diese Musik geht so hart, steil. Okay. Wir haben ganze drei Zutaten. Das ist wahrscheinlich nicht genug, oder? Kannst du Tomaten kaufen? Bestimmt. Ja, schon ein bisschen, aber Wochenende. Oh no. Aber immer ein Wochenende, das ist gut. Wir können bestimmt Tomaten kaufen. Aber wo kann man Tomaten kaufen? Fragezeichen. Oder wir bleiben hier im Outbreak, weil das cool ist. Meine Gäste, es hilft, aber macht das wirklich so einen riesigen Unterschied? Was sagt ihr? Weil ich habe jetzt getrennte Meinungen gehört. Deswegen bin ich nun verwirrt. In meiner Skala bestimmt. Da, da gucke ich gleich mal. Und so lange fällst ich ihn noch ein bisschen weg hier. Ja, weil das kein Outbreak ist. Oh, okay. Welp. Ne? Whoopi, wir hunden gerade shiny Hefel. Und das ist wundervoll. Ich liebe Hefel. Meine Seele fühlt sich gereinigt an. Mein Leben macht Sinn. Und das sind doch wundervolle Dignames, oder? Mein Leben ist wundervoll. Ich darf so viele Hefel jetzt angucken. Meine Depressionen sind geheilt. Outgame. Outingame. Oh Gott. Ihr wisst, was ich meine. Ihr macht das schon. Kannst du Razor Unite reinlassen? Was? Weiß ich nicht. Bis jetzt brauchte ich den eigentlich oft. Der ist ein wichtiger Teil dieses Teams. So wie Razor Unite ein wichtiger Teil der Razor-Ära ist. Ne? Und so. Genau das. Ihr werdet bestimmt richtig glücklich, wenn er wieder anfängt, Unite zu spielen. Noch mehr Hefel. Das Razor Cinematic Universe. Genau das. I really can't. Ja, Mann. So happy wäre ich dann, ne? So glücklich. Ich weiß gar nicht, warum er das alles so hatet. Also eine ernst gemeinte Frage. Ich meine, ich fand es jetzt auch nicht das beste Game, was ich je gespielt und gesehen habe, aber ist halt ein Game. Kein Plan. So. Gibt, glaube ich, auch Schlimmere. Oder? Und das ist die Ausgeburt der Fälle. Dann würde ich auch wieder anfangen. Ja, siehst du, da geht es schon ab. Er ist kein stützender Pfeiler, aber er ist ein Pfeiler. Ach so, du hast mit ihm geschehen. Okay. Dann sehe ich es. Hey, ich sehe es schon mal wieder auf Duo TFT. Ich brauche das. Ich habe das immer sehr gerne geguckt. Die Story ist mega. Ja, Mann. Die Unite-Story. Brrrr. Ich liebe es, wenn Miraydon, keine Ahnung, Trassler tötet. Banger-Story. Double Up. Ja! Das ist wundervoll. Ich merke hier halt bloß doof, dass die manche Mons immer Bastards sind, der sagt... Ja, stimmt. Ich habe jetzt schon oft gehört, dass die Meta gerade sehr komisch sein soll und irgendwas jetzt geändert wurde und irgendwas erlaubt ist und deswegen doof ist. Kein Plan. Aber hey, danke Razor Shiny für diesen Level-Upgrade. Für die Custom Games-Bag. Ja! Custom Games. Unite! Pew, pew, pew! Nein, es macht schon bestimmt alles Sinn, was ihr sagt. Wenn ich mir ausruhe, kann Unite oder Shiny handeln, würde ich immer Shiny handeln. Ja, same, ich auch. Ich finde das auch nice, aber... kein Plan, was so bei Unite abgeht und so, ne? Anker ab, was ist mit Timo? Oh, Herr. Timo sind schwerer Anker. Oha! Gemein. Gemein. Da ist er einmal am Schlafen und friedlich und schon machen wir seine arme Seele schwer. Ich sehe das schon. League einfach besser. Ja, das ist safe. League ist sowieso besser. Aber das stand doch nie zur Debatte. Natürlich ist League of Legends besser. Andererseits darf man nicht vergessen, wir reden hier von League of Legends, okay? Das ist jetzt auch... Also, wollen wir da jetzt stolz drauf sein, wie sehr wir das feiern? Weiß ich auch nicht. Meine doch nicht Unite, meine... Ach so, ach so. Ah, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Was ist deine Idee, Zylinder? Erzähl mir. Seitdem ihr Razor kocht und die Idee mochte ich sehr, sehr gerne. Die Jumannchen, da war es so sehr gegeist, Leid. Ich weiß, Muki, ich weiß. Aber war trotzdem cool zuzuschauen, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, Dero, ich habe so Angst vor diesem Streaming-Setup irgendwas einzustellen. Wir wollten ja eh eventuell heute Abend League spielen. Dann könnt ihr ja safe mitspielen, vermutlich. Also, theoretisch werden wir dann League spielen. Wir sind stolz auf unsere Toxic Girls. Wir sind über zehn Jahre zusammen. Das ist wundervoll. Das ist wundervoll. Hier für die Niator. Das ist auch ein Strong-Name. Wir werden mal gucken. Wir werden das denn, was Jumann richtig anfühlt, wenn es dann da ist. Denn es wird heute safe kommen. Der Off-Stream-Abend-Nacht mit der Zwölfer-Losing-Streak und ich durfte nicht schlafen gehen. Ich habe eine Stunde geschlafen. Ich weiß. Ich habe schon so einige Storys gehört. Und so, ja, ein Game noch. Komm, das muss man ja. Und jetzt gewinnen die. Und ja, man kennt es. Aber gib doch zu. Hast du schon genossen, oder? Ich muss dein Bag haben. Das ist mein Job. Aber hast du genossen, ne? War schon gut. Wie ist das eine, gell? Ich weiß nicht, was du weißt. Das war doch wundervoll. Hat doch richtig viel Spaß gemacht. Natürlich wird es kommen, Zylinder. Du musst belieben. Du warst hier meine eine Kraft, die mit mir 100% beliebt hat. Das darfst du nicht tun. Es kommt zu 1000% genau so. Das ist das, was ich meinte. Gut so, Zylinder. Ich kann immer auf dich vertrauen. Babymetal hat einen neuen Zorn ausgebracht. Uh, mit Affirate Body Slam. Let's go. Ich habe so lange leider nichts Neues von Babymetal reingehört. Ich muss das echt mal wieder machen. Werde sie eventuell bei Rock am Ring sehen. Ja, mal gucken. Mal gucken. Aber die sind ja wahrscheinlich da. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich die Lufttickets hole. Aber wahrscheinlich schon. Da ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich hatte den Spaß meines Fleeils. Das wusste ich doch, Wupi. Wupi, Wupser. Der einzig wahre. Der einzig, einzig wahre. Aber warum denn League unter der Woche? Da habe ich doch keine Zeit. Wir werden bestimmt auch League nochmal am Wochenende spielen. Aber du musst wissen, ich fahre diesen Freitag. Also wie ich Timo kenne, wird der selber am Wochenende wieder League spielen. Aber jetzt wollen wir zumindest noch ein bisschen auskosten, dass ich hier bin. Und dann bin ich ja vor drei Wochen erstmal weg. Und ich habe meinen PC nicht. Und ich werde so oder so nicht League mit euch spielen können, auch wenn ich weg bin. Nee, ich habe nicht gesehen, wo der Foxfest in Japan ist. Erziele es mir sehr, sehr gerne. Scheiße, ja. Ich habe aber leider noch andere Jobs nebenbei. Und ich war noch so mit meiner Family. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Aber das ist, glaube ich, das erste Mal seit so vielen Jahren, wo ich drei Wochen lang meinen PC nicht habe. Was jetzt echt ein bisschen stupid klingt, aber ich glaube, das wird einen großen Impact in meinem Leben haben. Ich werde zwar einen Abyss-Laptop mitnehmen, aber das sind ja trotzdem so viel weniger Möglichkeiten Hilfe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dann leben soll. Ich brauche doch meine Arbeit. Hallo? Wohin geht es denn? Oh, Electric Callboy! Ich liebe Electric Callboy, actually. Ich liebe Electric Callboy. Und ein Drunk League-Stream wird bestimmt nochmal kommen. Aber wohin es geht, es geht. Erst bin ich generell zu Hause und bin bei einem Dart-Event von einem Kumpel eingeladen. Der wird das auch streamen. Also generell, der ist auch Streamer und der von schreibt ein Dart-Event und ich bin eingeladen. Dann arbeite ich bei der LBM am Nintendo-Stand. Das wird sehr, sehr cool. Das sind auch nochmal einige Tage, die da hops gehen. Und dann fahre ich mit meiner Family noch in den Urlaub. Daher, joa. Joa, joa, joa. Und da bin ich dann circa drei Wochen mit weg. Ich werde trotzdem einiges an Arbeits-Laptop verrichten können. Ich habe mein Tablet dabei. Ich werde meinen Arbeitslaptop dabei haben. Aber trotzdem, es wird sehr ungewohnt. Ich werde vor allem Timo sehr, sehr, sehr krass vermissen. Als ich letztens schon nur einen Tag in der Stadt war, habe ich ihn schon sehr vermisst. Und das ist jetzt nochmal sehr viel krasser. Aber machen wir schon irgendwie. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wir brauchen einen Hefli-Mode, Luz. Vielleicht Hefli-Mode bei uns. Kann ich bestimmt irgendwann safer machen. Hätte ich sehr viel Bock drauf. Hefli ist wundervoll. Ich wusste seit 20 Minuten die Kack-Beziehung zu meinem Evo-Li. Aber es wird sich nicht entwickeln. Oh nein. Das ist mehr doof. Da begibst du dem Evo-Li doch bestimmt genug Liebe. Es soll sich nicht mehr entwickeln. Das war so lustig mit dem Evo. Das glaube ich. Wenn der Subathon irgendwann vorbei ist, müssen wir mal wieder in die Triple-Tür reingehen. Sehr, sehr, sehr gerne. Wirklich. Ultra, ultra gerne. Ich bin auch happy, wenn dein Leben generell wieder chilliger ist und du mehr Zeit hast. Der Geek-Callboy-Soy-Ner ist aber safe. Ich höre den voll oft beim Spazieren. Also die Gruppe generell. Ich mag das sehr gern. Außerdem muss ich mich da immer daran erinnern. Letztes Jahr auf der Dokumnie gab es eine Gruppe von Herren, die sich alle als Electric Callboy verkleidet haben. So in einer riesigen Boombox, die ganze Zeit über den Japan-Garten gelaufen sind und richtig laut Electric Callboy gehört haben. Und das war so ein iconic Cosplay, weil das einfach nur alles Dudes waren, die diesen Ball-Cut hatten und richtig laut die ganze Electric Callboy getanzt haben. Den ganzen Tag lang. Ich weiß auch nicht, wo die diese Energie hatten. Und das war sehr, sehr cool. Und seitdem bin ich sowieso noch ein bisschen mehr hooked. Hey, Metal und Electric Callboy auf demselben Festival findet das statt in Japan. Ey, fühle ich aber. Das macht zu dem Wissen gar nicht irgendwie eigentlich ziemlich viel Sinn. Aber ist auch sad, weil ich glaube, ich gerne dahin gehen würde. Aber naja. Und Buckel ist auch toll. Das sowieso. Das sowieso. Hefl und Buckel, beides Ikone dieser Zeit. Das wird ja nie wieder passieren. Entschuldigung, sag das nicht. Ich rede dich selber nicht so klein. Ich hoffe, dass es passiert. Du wirst safe nochmal Zeit haben. Spätestens wenn Ferien sind und so. Hast du da nicht mehr Zeit? Das ist nicht so ein Ding. Buckel entwickelt sich nur mit einem Entwicklungsstein. Egal, was ist meine Freundschaft. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Also es gibt ja verschiedene Mons. Ich glaube, Pelinara entwickelt sich auch mit der Freundschaft. Einfach so. Freundschaft und Level. Und nicht nur mit Stein. Willst du auch angreifen? Maybe? Danke. Daher es gibt viele Evoli-Entwicklungen, die sich nur mit Stein entwickeln. Aber einige auch nicht. Die Sommerferien vielleicht ein bisschen, aber dann erst wieder so Ende 2025. Boah. Aber sehr viel Respekt, wie hart du hustlst. Das ist sehr, sehr vorbildlich. You go. Du rockst das. Ein Maker bist du, wie ein Maker. Yes, hey. Hey, das wird safe irgendwie klappen. Ich meine, die touren ja mittlerweile auch immer öfter nach Deutschland. Also kriegst du hin. Die Naras Freundschaft-Max-Level mit Feier-Attacke. Ja. Genau. Das ist ja auch nicht Stein. Und yes, Hupi. Du bist ein krasser Carry. So wie in TFT und League. Alles gut zu den Namen. Man lernt immer dazu. Ich meine, es gibt mittlerweile echt viele Evoli-Entwicklungen. Der Animagic vor zwei Jahren gab es ja einmal... Ey? Hui. Das finde ich cool. Ich muss auch mal zu Animagic. Ich war actually noch nie mal in Animagic. Was ich nicht glauben kann. Was crazy ist. Aber muss ich da noch nachholen. Heute mit einem Kollegen gesprochen über die Auswahl der Jugendwörter. Und er, welche Jugendliche sagt denn bitte Macher? Ich so, jeder. Ich kenne auch eigentlich... Also in unserem Alter kenne ich fast niemanden, der nicht Macher sagt. Oder Maker oder irgendetwas in die Richtung. Daher. Hm. Man hängt da ein bisschen davon ab, in welcher Bubble du bist, I guess. Ich meine, ich kenne Leute in unserem Alter, die sagen, dass sie gar kein Social Media verwenden. Und natürlich werden die dann halt das Social Media Lingo wahrscheinlich eher weniger kennen. Ich meine, ein guter Kollege von mir, von Nintendo, der leider nicht mehr bei uns arbeitet, aber sehr lange da gearbeitet hat. Und mein Lieblingskollege war. Der hat jetzt auf jedes Social Media Plattform seit einem Jahr den installiert. Und ist auch auf WhatsApp nur noch irgendwie einmal die Woche. Der ist sonst nur telefonisch zu erreichen, weil der sagt, das stresst ja alles zu tun. Das tut ihm nicht gut. Und ich glaube, der kennt so Lingo eher weniger. Es gibt halt Leute, die Bullshit sind, aber Macher... Ja, Macher ist eigentlich wirklich Standard. Ich habe die Tür gehört. Ist da jemand hinter mir? Ich habe keine Sekunde geschlafen. Du hast keine Sekunde geschlafen. Willst du das mit Melodynie versuchen? Ich meine, ich empfehle sie nicht, aber man kann es mal testen, vor allem wenn du schlafen brauchst. Aber weißt du, was witzig ist? Was ist das? TikTok wird in Amerika gesammelt. Echt? Ja. Das ist richtig wild, hä? Das ist ein Arbeitsplatz jetzt. Das ist richtig crazy. Na gut, die können ja immer noch TikTok, für andere schafft die es irgendwie mit einem VPN da so rumzuswirteln? Natürlich haben die eine Audience, aber du hast jetzt auf TikTok nicht so... Ja, TikTok geht immer noch am schnellsten, muss man sagen. Ja, aber du hast auf TikTok auch nicht so die, äh... Presence. Ja, so krasse Followerschaften, die überall mit rüberziehen oder sowas. Ja, ja, das ist crazy, holy shit. Ja. Hab's nicht gehört, äh, TikTok wird in Amerika gebannt. Scheinbar. Ah, ich hör wieder, bist du okay für dich? Ich glaub, ob ich das mal rauskomme. Ich hab ganz gut verflogen können, die möchtest du so lange mal nehmen. Nö, die können auch warten. Okay, ich geh mich ganz kurz entleeren, ich bin gleich wieder da, ihr rockt das. Weee. Bis gleich. Bis gleich, wir sehen uns gleich, fass noch ruhig auf. Okay, ich mute mich, weil keine Ahnung warum, aber bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ah, vielleicht sollte man ihm zumachen vor meinen Schüttel. Wäre vielleicht smart. Meine Freunde. Crazy. Genau das. Oh, hallo Anton. Hallo Hefel. Ey, wenn ich aufwache und mich Hefel so angucken würde, ich wäre das glücklichste Wesen dieser Erde. Nee, oft schön ist der Blazer. Ey, safe. Sehr effizient, habe ich gehört. Sehr, sehr effizient. So. Ne, ja, wirklich nochmal ein Dank für den Raid Weasel. Das ist sehr, sehr sweet. Ich hoffe, dein Tag und dein Stream war wunderschön. Verteilt sich viel besser. Ist wirklich so. Also, du verteilst das überall sehr viel mehr. Ja, stimmt. Das ist so putzig. Ich muss sagen, das liebe ich ja in neuen Games sehr. Dieses Feature, wo wenn man einfach nur chillt, die sich zu einem stellen und einen einfach nur anstarren, ist wirklich sehr, sehr wundervoll. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Das Feature kann sehr gerne in jedem Pokémon jetzt sein. Lieb ich auch. Ja, safe. Das ist richtig süß, ne? Vor allem, wenn ich irgendwie mal so warte oder im Menü bin und gucke, wo ich hin muss und dann tappe ich raus und dann steht ja alles so. Das finde ich sehr, sehr süß. Sehr harmonisch. Safe. Und dann tötest du sie alle. Nein, ich lege sie einfach nur schlafen. Das ist ja einfach nur. Ich streiche sie und sage, nun musst du schlafen, kleines. Und dann schlafen sie. Mehr ist das nicht. Oder ich besiege sie und mache sie kampfunfähig. Aber mehr ist das nicht. Keine Sorge. Und dann wird er abschlachten. Nein, hallo. Wollen wir einfach nur shiny Hefel finden. Und dafür müssen alle anderen schlafen. Denn nur wenn die anderen schlafen, dann traut sich shiny Hefel rauszukommen. Der ist einfach schüchtern. Und das ist okay. Das respektlich. Schüchterne Leute sind auch genauso wundervoll. Der ist einfach introvertiert. Wir müssen vorher alle Extrovertierten so ein bisschen sagen. So, hol. Gib dem auch mal kurz die Bühne, bitte. Und dann, dann passt das. So ist das nur. So was könnte auch ein Psychopath sagen. Nein. Weiß nicht, was du meinst. Psychopathen schütteln nur Just Legends Energies mit offenem Deckel. Das für Psychopathen. Das sehe ich. Die shiny Lord just dropped. Ja. Alle shinies sind einfach nur schüchtern, introvertiert. Und das ist vollkommen okay. Dafür sind sie aber auch besonderer. Und beliebter. Kein Plan, wo das jetzt herkommt. Keine Ahnung. Alle sind wundervoll. Extrovertiert und introvertiert. Das ist alles super. Das klingt ein bisschen wie sowas, was so 14-jähriges Ich auf Instagram gepostet und geschrieben hätte. Um irgendwie besonders zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Das sehe ich. Trinken tut gerade echt gut. Ich bin es nicht mehr gewohnt, so viel zu reden. Ich genieße das sehr. Aber es ist trotzdem auch ungewohnt. Ich weiß, als ich damals angefangen habe zu streamen, lang, lang ist es her. Da war ich auch bei den ersten Streams danach richtig heiser. Aber das ist zum Glück schon etwas her. Ein 14. Das ist deep safe. Das war in der Zeitung mein Lieblings-Subreddit. Weil erstens ist das sehr, sehr witzig. Aber ich glaube, dass ein großer Teil, was halb ich mit diesem Humor so relate ist. Einfach, weil ich literally mit diesen Sachen relate, weil ich wirklich so war. Ich war wirklich sehr deep und edgy. Deswegen. Ich meine, ich habe ja auch damals Fanfics geschrieben und meine ganzen OC-Designs überall gepostet. Und das war alles wirklich sehr besonders. Ich meine, mein größtes Fan, in dem ich war, war Tokio Ghoul für sehr lange. Natürlich war das edgy, ist fukund, sehr, sehr deep und anders als die anderen. Und ich bin der besondere, einäugige Ghoul nach dem Experiment. Wobei, ich war nie ein besonderer, einäugiger Ghoul. Ich war immer nur so ein Experiment von... Ist irgendjemand into Pokémon? Juckt das irgendjemand, was ich gerade erzähle? Aber mein Lieblingscharakter von Tokio Ghoul ist ja Juzo. Und der wurde ja in diesem Ghoul-Ring da von dieser einen Ghoul-Ada aufgezogen. Und mein Original-Charakter ist dann immer da mit ihm gefoltert und aufgezogen worden. Wurde dann da natürlich auch zu einem der krassesten Kämpfer ausgebildet. Deswegen war sie super stark, aber hatte auch eine sehr traumatisierende Backstory. Ja, das war wundervoll. Ich habe noch immer kein Tokio geschaut. Weiva! Du musst das lesen. Lese das vor allem, bitte. Du bist jemandem, dem ich vertrauen würde und sagen würde, bitte lese das. Und dann weiß ich, dass du das eher liest als raus. Deswegen, wenn, dann lese das bitte. Wirklich. Ich kann dir auch gerne alle Bände ausleihen. Gar kein Problem. Ich bringe sie dir. Ich kann sie dir komplett auf Englisch und komplett auf Deutsch bringen. Tob dich bitte aus. Aber lese es einfach. Ich will nicht sagen, dass vieles an mir da mehr Sinn macht. Weil das, glaube ich, echt eine Hausnummer ist, zu sagen bei Tokio Ghoul. Aber, ne? Ende soll Arsch sein? Oh nein, nein! Ende ist Banger im Manga. Im Anime ist es schwierig. Anime haben die halt irgendwie alles geändert. Und plötzlich macht gar nichts mehr Sinn. Und irgendwie in der zweiten Hälfte der ersten Staffel haben die sich dazu entschieden, wir machen jetzt alles anders im Manga. Und dadurch war alles durcheinander. Weil dann noch nicht die nächste Staffel gegreenetet war. Dann kam die nächste Staffel. Die dachten sich, scheiße. Wir haben aber in der einen Staffel schon versucht, alles zu beenden. Deswegen macht jetzt nichts mehr Sinn. Okay, wir machen jetzt einfach trotzdem wieder alles im Manga. Aber skippen die wichtigsten Passagen, die Dinge erklären. Deswegen macht immer noch nichts Sinn. Und richtig vieles weggelassen. Also lese einfach den Manga. Danke. Ich würde dafür eine Petition anfangen. Das ist wichtig. Es tut mir selig immer noch, weil ihr das Timo den Manga nicht gelesen habt. Er verpasst wirklich so unendlich viel dadurch. Aber naja. Man kann halt nicht perfekt sein. JK. Er ist perfekt durch die Bienen. Aber trotzdem. Das ist wichtig. Lese den Manga. Danke. Tschüss. Was machst du denn hier? Nee, die habe ich lange nicht mehr hier gesehen. Kleine Spinni-Spinnen. Ich werde jetzt etwas sagen, was wahrscheinlich viele von euch sehr diskutiert. Deswegen, wenn ihr Arachnophobia habt. I'm very sorry. Aber wir haben momentan sehr viele sehr süße Babyspinnen bei uns im Badezimmer. Und das ist sehr, sehr cool. Weil erstens ist es schön zu sehen, wie die groß werden. Das ist sehr, sehr cool. Generell ist das sehr faszinierend. Und zweitens ist es aber auch sehr cool, weil das basically unser Freifahrtschein ist, dass wir im Sommer und Frühling bald irgendwie gar keine Mücken irgendwo haben. Und das ist sehr, sehr cool. Weil, das heißt, ich kann praktisch unseren Mückenschutz beim Wachsen zusehen. Ein Kollege. Genau der. Die Spinne würde ich auch entscheiden. Die ist safe. Die ist auch sehr, sehr süß. Weil ich helfe am meisten. Aber machen wir noch. Easy peasy. Aber die Spinne ist tatsächlich auch sehr, sehr süß. Weil ich die Vorentwicklung mehr mag als die Nachentwicklung. Ich mag die Nachentwicklung auch. Aber irgendwie, I don't know. Ich mag die Proportionen der Nachentwicklung nicht so sehr. Weil ich finde, die sieht so cool und badass aus vom Prinzip her. Aber dafür sind die Proportionen noch zu klein und knuffig. Würde das mehr führen, hätte ich jetzt zum Beispiel noch längere Beine oder irgendwie längere Körper. Oder keine Ahnung. Einfach eine Kröte als Haustier halten. Und wie war ich denn Spinnen zu erasen? Sehe ich. Aber du kannst Spinnen halten, um Mücken zu erasen. Ne? Und dann erase ich lieber die Mücken. Ich meine, ich fühle mich selber... Hallo, Kleinmaus. Ich meine, ich könnte selber Mücken nicht wirklich töten. Aber ich bin, glaube ich, zu pazifistisch, das tut Tiere zu töten. Ähm. Aber ja. Wenn die Natur das von alleine tut, dann kann ich da nichts für. Hm? So nehme ich. Ist das moralisch ein bisschen schwierig und grau? Ja, vielleicht. Aber ich will auch nicht die Spinnen töten. Also, macht das schon alles irgendwie Sinn, I guess? Einfach Mücken halten, um die Kröten zu erasen. Wait. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Aber bestimmt. Wenn es genug Mücken sind, wer weiß. Jetzt kommen viele mehr Trasslers. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich am Anfang vom Game, weil ich unbedingt einen Trassler haben wollte in meinem Team, einen Trassler gesucht habe. Und jetzt spawnen ja aber so viele. Alle Möfs. Schauen, wie er rennt. Meine Hoffnung auf vier Beinen. Ich liebe ihn. Was ist das denn für ein Sound? Ich muss die ganzen Fokus-Sounds auswendig lernen. Das wäre echt cool. Wasser marsch. Okidoki, da sehe ich mich. Ich denke, Kröten finden Mücken auch ziemlich delizios. Das kann sehr, sehr gut sein. Aber ich bezweifle, dass die meisten Kröten an die Orte kommen, wo Mücken chillen, weißt du? So, Spinnen sind es in den Ecken und an den Wänden. Die kommt easy an die Mücken ran. Aber wenn ich mir jetzt eine kleine Homeboy-Kröte halte, ist sie cute und die kommt an die Mücken, wenn ich die da hinhalte. Aber meistens sind die Mücken trotzdem noch zu schnell. Und ich bezweifle, dass meine Kröte jetzt, egal wie powerfull sie sein mag, jetzt irgendwie so in die Decke springt oder in die Ecke da hinten. Guckt, wie er läuft. Ey, das kann mir doch keiner erzählen. Das ist wirklich das Süßeste überhaupt. Meine arme Seele, die wird so geklänzt durch die Anwesenheit von diesem Wesen. Und okidoki zu Linda, bis später. Ich wünsche dir sehr viel Spaß, was auch immer du tust. Ich meine, ich will wirklich gar kein Auge auf Kröten machen. Ich liebe Kröten. Kröten und Fröschi sind sowieso absolute Babys. Sweetie Pies. Weil ich tatsächlich, ich glaube, wenn ich mir ein Amphib halten würde, ja doch, ich glaube, Kröten ist der Play. Kröten sind schon cool. Aber ich liebe generell alles, was in die Gattung. Reptil, Ampiep, alles mögliche. Meine Axolotl sind wundervoll. Kröten essen es Mittwoch, meine Kerle. Das sowieso. Dann, ich liebe halt Leopardengeckos sehr. Wirklich sehr, 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 sehr. Ich hätte so gerne Leopardengecko. Aber ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt. Ist der shiny? Warum greifst du den nicht an? Okay, gut. Du kannst sagen, der sieht nicht gerade pinker aus als normalerweise. Soll er so trotzdem shiny. Naja. Ein bisschen zocken, aber weil auf dem Handy schauen und nicht beides reißen. Ja, alles gut. Oh Gott. Du musst dich dafür echt nicht rechtfertigen. Ich wünsche dir sehr viel Freude, was auch immer du zockst. Wirklich ganz, ganz, ganz viel Spaß. Es geht mir, by the way, wieder besser. Ich glaube, ein bisschen Zucker zu konsumieren hat wirklich gut geholfen beim Kreislauf. Daher hiehie. Jetzt können wir noch mehr durchballern. Das sind viele Antons. Was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit euch? Respekt diese paar Magikarps da drin. Zucker hat er gejumpt. Yo. Danke dir und viel Glück. Dankeschön. Ich meine natürlich, ey, werden wir nicht brauchen, weil das kommt ja easy peasy safe. Hashtag Dab oder so. Iiii. Ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben gedabbt. Und das ist eine der wenigen Sachen, auf die ich wirklich stolz bin. Einfach cooli da hinten. Nein, Waiver. Ah. Timo dabbt manchmal, um mich zu triggern. Und dann möchte ich auf der Stelle mich in Luft auflösen. Und nie wiederkommen. Do it. Nein. Ah, ah. So schnell kriegst du mich dazu nicht. Never ever. Und das nächste nicht, aber doch du. So wird das hier gar nicht erst anfangen. Würde ich wahrscheinlich Hefel dabben? Vielleicht. Aber nicht für nix. Würde ja einfach meine Seele anfangen zu brennen. Lauf nicht weg. Außerdem muss man ja seinen Wert kennen. Mein Dabwert ist definitiv nichts. Dass wie viele Kamele man wert ist. So gibt es auch einen Dabwert. Also wenn Shiny kommst, dabbst du. Okay. Das ist ein Deal. Wenn Shiny Hefel kommt, dann dabbe ich. Aber spezifisch Shiny Hefel. Bin doch wieder da, weil das Game auch Update. Okidoki. Welcome back. Ein Mind. Oh Gott. Jetzt habe ich Angst. Hier sind wieder mehr Hefels. Das ist cool. Das ist wirklich so kompy mit der Musik. Ich liebe es. Ich habe es zu dabben gehört. Please don't do it. I don't want to do it. Don't worry. Ich habe noch nie in meinem Leben gedabbt. Und heute... Ich meine, ich habe jetzt gesagt, wenn Shiny Hefel kommt, dann muss ich dabben. Das ist jetzt eine Abmachung. Also wird heute wahrscheinlich leider der Tag sein, in dem ich dabbe. Weil heute wird ja Shiny Hefel kommen. Aber... Wir werden sehen. Es hat dann immerhin seinen Preis. Shiny Hefel ist ein fairer Preis für einen Dab. Würde ich sagen. Kann man so berechnen. Oh Gott. Was bekämpfst du da gerade? Da muss aber bitte auch so Gangster-Musik von damals da drunter gelegt werden. Das ist wichtig. I am the one the one to 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 to. Upon the street. Genau das. Ihr wisst, was ich meine. Das passt. Versteht ihr, Jet? Oder ich habe mich ja seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wer bist du denn? Du weißt es dir das ja auch noch. Ein Hopspross. Also noch mehr Grinch. Wenn schon Grinch, dann richtig. Genau das. Checkt ihr? Checkt ihr, Checkt? Aber true, wenn, dann muss man das auch embracen. Ich meine, wenn, dann soll es ja auch ein Feradil sein. Und wie schon gesagt, für shiny Hefe, absolut Feradil. Ne? Okay, Update fertig, bin ich wieder weg. Bye, bye, viel Spaß. Have fun, good luck, have fun, enjoy the game. Ich sag ehrlich, die Raupe würde ich auch in shiny nehmen. Die ist auch cool. Ich mag das Weiß. Ich mag generell... Meine Stimme in der Warnbelegung, I'm sorry. Ich mag generell schwarz-weiße Shinies sehr gerne. Ich liebe auch das Crop of Shiny. Crop of Shiny ist ja so cool. Was ist gerade schon mein Homeboy, bitte? Hango. Ich würde irgendwann mal den ganzen Tag einfach nur mit Tio Shiny Races machen. Wir gucken, wer mehr Shinies in einem Tag findet. Ich glaube, das wäre lustig. Aber halt mit denselben Orts und Voraussetzungen. Fertig witzig. Quaff auf dein erster Shiny Hand in Legends Z.A., wenn man den am Anfang bekommt. Save. Da sehe ich mich. In Heartgold. Ja, das stimmt. Ich denke mal, das war generell auf die Shiny Hand bezogen. Nicht auf Quaff auf, aber auch da. Ich meine, wer weiß. Wenn es wirklich an der Trainer-ID liegt... Was ist das gerade für eine Framerate? Wenn es wirklich an der Trainer-ID liegt, dann würden wir es bestimmt auch schaffen, Trainer-IDs zu finden. Trainer-IDs, wo das ein bisschen möglicher ist, als das, was da gerade abgeht. Was auch immer das ist. Ich bin mal gespannt, wie Viable Quaff auf in Legends Z.A. wird. Ich bin generell sehr gespannt auf Legends Z.A., wie das so wird und alles möglich. Ich meine, es gibt viele Spekulationen, aber, ne? Nicht Leg Sheeran, nein! Er schon wieder. Vor allem, was jetzt liefst, ist eigentlich ganz okay. So, ich kann mich bis jetzt nicht beklagen mit den Legs. Auch im Regen hat es eigentlich immer noch ganz gut funktioniert. Weil ich ja jetzt auch nicht in der komplexesten, krassesten Area überhaupt bin. Ich bin halt sehr gespannt, in was für eine kreative Richtung und Games die Richtung sie mit AZ gehen. Ich meine, sie haben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das ist sehr cool. Ich freue mich generell, einfach diese Region wiederzusehen. Weil, wie schnackt, X nimmst du eins, mein Lieblingsgames von Pokémon. Aber wir sehen jetzt irgendwie so Pokopark und Rumble und so. Ich sag jetzt von den Main-Ablegern. Sweetie, wo bist du? Da bist du. Sam. Ja, ja, ja. Deswegen, ich freue mich so sehr, wenn der Po mal da angekommen ist, wo er endlich Rumble und Pokopark und sowas spielt. Das wird sehr, sehr wundervoll. Ich brauche das für meine Seele. Vor allem, wenn er Pokopark und so noch nie gespielt hat. Und Rumble ist einfach Kindheit. Also nicht Kindheit. Doch, doch schon Kindheit. Rhyp-Poma. Ein Poma ist ja nicht Rhyp. Wir brauchen einfach nur mehr Zeit. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Momente, wo Timo auch selber sagt, dass er richtig Bock auf die Cardlock und auf Poma hat, aber gerade einfach leider keine Zeit hat. Da ist es nicht, dass er da nicht selber dran denkt. Das ist einfach... Ne, er hat ihm gerade zum Gewissen gerade die Hände gebunden, weil am Ende des Tages ist das immer noch unser Job. Also, ich finde, ich glaube, das ist gleich wieder weiter. Alles klar. So lange dauert das nicht. So lange wird das nicht dauern. Neben dem Himmel wird mich brechen, obwohl ich selber nicht spiele. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Ich glaube, jedes Mystery Dungeon wird mich zum gewissen Grad brechen. Es ist also funny, weil so sehr unterscheiden die sich jetzt auch nicht alle voneinander. Jedenfalls von dem Grundaufbau der Story. Aber es hittet mich trotzdem jedes Mal, als wäre es so etwas komplett Neues, was ich noch nie vorher erlebt habe. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Er wird so flan und ich... Ja, save, ich werde auch so flan. Ich habe auch beim letzten PMD-Poma-Stream schon geflannt am Ende. Ich weiß, ich habe ja auch Portal in die Unendlichkeit gespielt. Und ich weiß nicht, ob ich es noch komplett richtig in Erinnerung habe, aber wenn ich es richtig in Erinnerung... ...bettelt da ja auch der beste Freund Pokémon-Dingsbums auch so richtig, dass man doch da bleibt und battelt einen so voll an. Und das hat mich so unendlich gebrochen, wirklich. Ich habe so geweint die ganze Zeit. Trotzdem freue ich mich auch sehr auf Rumble. Ich will auch actually meinen Rumble-Shiny hanten. Ich habe da richtig Bock drauf. Und ich habe Rumble sehr, sehr viel gesuchtet damals. Und ich wusste gar nicht, dass man da Shiny hanten kann. Weil man kann da ja schon an sich sehr viele Special-Mons mit irgendwelchen Fähigkeiten und besonderen Traits und so hanten. Und das habe ich halt sehr viel gemacht. Und deswegen brauche ich mich da generell drauf. Das macht sehr viel Spaß. Die Musik ist cool, die Dynamic ist cool. Meine Favorite-Mons von damals sind alle drin. Ich habe so viele Zurufe aus immer gehuntet. Oder auch irgendwie die Special-Legendaries, wenn die irgendwann spawnen können, wenn man die Welt und diese Ebene durch hat. Ich habe es geliebt, wirklich. Ich habe Timo gesagt, er soll den Partner bei Himmel-Dun nennen. Oh, er wird so weinen. Oh nein. Das ist sehr gemein. Aber das wird auch gleichzeitig sehr cool. Playguard-Pokémon-Himmel. Let's go. Das ist sehr, sehr cool. Ich erinnere mich kaum an Himmel. Ich komme da auch oft mit den Namen leider durcheinander. Deswegen weiß ich gar nicht mehr exakt, welche ich gespielt habe und welche nicht. Aber sobald ich halt die Story-Experience, weiß ich es wieder ein bisschen mehr. Aber ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß. Das ist sehr, sehr cool. Ich weiß gar nicht. Das letzte Game, was ich wieder angefangen habe zu replayen, war Professor Layton und die Maske der Wunder. Weil ich halt auch gesagt habe, dass ich, bevor das neue Layton-Game rauskommt, alle nochmal gespielt haben will. Und das war das Erste, was ich wieder gefunden habe. Und wo ich so dachte, das muss ich nochmal unbedingt aufcrashen von den Erinnerungen her. Und ja, da bin ich jetzt auch wieder fast durch. Aber hoffentlich, Fingers crossed, werden wir die ja eh alle sehen, wenn Timo die spielt. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich bezweifle, dass das passieren wird, bevor der Release vom neuen Layton rauskommt. Aber sag niemals nie, ne? Ich weiß es ja nicht. Ich finde nur... Ich meine, ich liebe Layton selber. Das ist eines meiner Lieblings-Game-Franchises. Aber ich weiß nicht, ob das so ein Game ist, was sich sehr, sehr gut für einen Marathon eignet. Vor allem on-Stream. Und primär haben wir, glaube ich, nicht genug Zeit dafür. Aber wir werden sehen. Ich werde es nicht verteufeln. So, dann machen wir irgendwie eine Wette. Und wenn ich die gewinne, müssen wir das machen. Ich sollte mein Pokémon-PM-Dirando weiterspielen. Das ist auch sehr, sehr cool. Ich habe das letzte Video zugeguckt und das fand ich sehr, sehr nice. Reptans, Würfens des Himmels. Oh, weiß ich das dann? Weiß ich das dann? Egal, ich muss das einfach nochmal angucken. Dann bin ich wieder drin. Gerade habe ich absolut keinen Plan. Aber ja, Portalen, die Unendlichkeit habe ich auch gebrochen. Oder ein Trick mit dem Klavier am Anfang. Grab the light. Bringt mich sofort zum Blenden. Sehe ich, sehe ich, sehe ich. Ich glaube, du meinst Track, aber sehe ich. Hundertprozentig. Einfach Spielwünschen beim Ratspin. Ja, aber ich kann mir ja nicht jedes komplette Late-Game als Spiel wünschen. Das braucht Save mehr als eine halbe Stunde. Außerdem bin ich sehr happy, jetzt ein Bild gemalt zu bekommen. Okay, das wird schon wild. Ich würde so gerne spielen, aber kein 3, der ist so, no. Das ist schade. Ich hoffe, du kannst es trotzdem noch irgendwie nachholen. Auf übrigend eine Art und Weise. Ich weiß nicht, ich habe da immer bei, also bei Portalen, die Unendlichkeit, bei diesem Ice-Hockey-Billy-Spiel da, immer die ganzen Steine gefahren und so. Ich habe es heute meiner beiden Zuhauses nicht entwickelt, weil irgendwie das hat sich nicht richtig angefühlt. Außerdem hatten die dann nicht mehr diese ganzen süßen Animationen, wenn sie aufwachen und so. Schön. Ja, da, ich bin mal gespannt wegen dem Late-Release. Das wird alles noch, glaube ich, sehr wild. Hab's auf dem Handy letztens emuliert. Das kann man auf dem Handy emulieren? Und fuck. Ich meine, natürlich, bitte verhaftet mich nicht, Nintendo-Leute. Das kann man gar nicht. Und das ist sehr böse. Auf zitronische Art und Weise. Also. Auf zitronische Art und Weise. Das war geiler, weil dieses Tauchspiel mit Starmis. Safe. Safe, 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 safe. Ich musste auch noch so viel playen, weil ich mich kaum noch an Dinge erinnere. Das Problem ist einfach, dass ich, glaube ich, mittlerweile zu viele Franchises und Hobbys habe. Was auf der einen Seite sehr, sehr cool ist. Weil ich dadurch sehr, sehr viele Sachen gelernt habe. Und dadurch sehr, sehr viel so kann. Ist weird sozusagen, aber ist einfach so. Aber gleichzeitig, dadurch, dass ich so viele Informationsinputs die gerade habe. Ich kann ja mal nicht reden. Dadurch, dass ich gerade so viele Informationsinputs habe. Und mich für so viele Dinge interessiere. habe ich das Gefühl, dass ich mir Dinge auch weniger merken kann. Weil es muss halt irgendwie Platz geschaffen werden für die ganzen neuen Infos. Daher, ich glaube, ein Replay von vielen Sachen würde Sinn machen. Heilige Zitrone nutzen smart. Gute alte heilige Zitrone. Ich meine, natürlich, ich weiß nicht, was du meinst. Und das ist böse. Und nein. Verteufelt, seist du. Habe ich nur gefühlt fünf YouTube-Tipps gebraucht. Und dreimal neu die Datei runterladen. Sehe ich. Aber ja, mein Herz geklappt. Ich meine, ich habe schon oft derartige, sehr legale Dinge probiert. Und es hat nicht geklappt. Daher, ja. Ich glaube, am stolzesten war es, als ich damals auf Japanisch geschafft habe, also mit japanischer Anleitung, die englischen Versionen für richtig viele JRPGs runterzuladen. Da war ich sehr, sehr stolz. Da habe ich mich gefühlt, wir sind ein richtig krasser, cooler Coding-Dude. Da war ich richtig talentiert auf einmal. Meistens war das auch noch auf Webseiten, wo man entweder nichts verstanden hat oder die so unglaublich kryptisch und zass aussahen. Aber hat geklappt. Ich habe meine ganzen Fables dadurch immer noch auf meinem alten Laptop daher. Safeway war genau das war ich. So was von. Direkt ein Master in Informatik. Was soll ich sagen? Rein da. Safe. Ich könnte jetzt alles hacken. Ich bin jetzt praktisch Master-Hacker. Das FBI hat mich danach sofort aufgesucht. Und hier bin ich jetzt. Eigentlich bin ich Undercover-Agent oder so. Kein Plan. Ich bin China-Hacker. Ich bin China-Hacker irgendwie so entspannt. Ich habe das ja auch voll oft damals beim 3DS einfach nebenbei gemacht, während ich irgendwas anderes getan habe. Und vor allem, wenn das eh die ganze in derselben Area ist und man basically gar nicht denken muss, ist das halt Giga-Chill. Wie chill ist das? Giga-Chill. Schau mal, ob es zu Giga. Das Wort Giga hat sich jetzt so beim Sprachgebrauch etabliert. Das ist echt nicht normal. Renn du nicht weg, bitte. Oh, ein Kleini. Banger-Musik. Sorry, Kleines. Nimm's nicht persönlich. Das war ein Hieb mit Liebe. Trinken schon irgendwie, go-to. Alle bitte genug trinken. Ich finde es so crazy, wie viele Leute einfach nicht trinken. Ich habe eine Freundin, die sagt immer, sie ist faul auf Klo zu gehen, deswegen trinkt sie einfach nicht. Und das ist das Schöpardigste, was ich jemals gehört habe. Bitte trink doch einfach. Jenny, so ich wollte schon bei Lohar. Let's go. Danke, Richard. Da ist Wasser drin. Und good job. Das ist mega cool, Kay. Gönn dir. Ich mag ihn so wie wollte, aber richtig gerne. Der ist voll der Coole. Was ist los, OBM? Habe ich irgendwas Faltes gesagt? Habe ich irgendwas getan? Ja, aber deswegen, bitte, bitte trinkt eure Getränke. Es ist wichtig, genug hydriert zu sein. Sonst geht es einem nicht so gut. Und euer Körper hat es verdient, genug hydriert zu sein. Bin ich ganz ehrlich. Ich trinke mal zu faul für Klo. Ja, ne? Ich zwinge sie dann immer zu trinken, wenn ich bei ihr bin. Weil das geht ja gar nicht. Trinken ist wirklich genuinely wichtig. Ich weiß gar nicht, wie viel krass Migräne ich die ganze Zeit hätte, wenn ich nicht trinken würde. Und trinken hält ja auch wach und so. Nicht trinken würde einfach vergessen. Das ist was anderes. Aber auch dann. Gewöhnt euch irgendwie an. Macht irgendwie einen Reminder vom Handy oder so. Trainiert euch das an. Ist ja einfach gesund. Bitte. Seid verantwortungsbewusst für euren Körper. Wichtig und richtig. Ich klinge wie so ein Guru. Aber das ist die Wahrheit. Was soll ich sagen? Da ist Pyra. Da ist cool. Ich muss unbedingt Xenoblade weiterspielen. Sagt ihr, wir spielen jetzt heimlich Xenoblade weiter. Na, das ist das, was ich Timo nicht antun. Das wäre ja gemein. So machen wir nicht. Ja, nein, du bist ja. Nein. Nein. Rein da. Nein, 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 nein. So gemein sind wir nicht. Habe ich jetzt irgendwie den Outbreak resettet? Wahrscheinlich, oder? Aber wir haben ja eh Tag. Also juckt. Wo ist es ja eh kein Outbreak. Ihr wisst, was ich meine. Kauft mein Coach für Kampfe nun 199,99 Euro. Wo ihr denn jemand Wasser trinkt? Ey, manche bräuchten das, glaube ich. Manche sollten aber auch einfach kostenlos bitte Wasser haben. Shoutouts zu Neste. Wee. Timo am sleepen? Ja, hoffentlich, hoffentlich. Der versucht gerade seinen Schlafrhythmus wieder ein bisschen zu zerstören. Für das Star-Lokal-Event. Weil es halt nicht so viel bringt, wenn er gerade seinen Schlafrhythmus fixt. Nur um dann einen 24-Stunden-Stream zu haben, der von 15 Uhr bis 15 Uhr geht. Deswegen versucht er da gerade ein bisschen rumzuwurschteln. Und ich wünsche ihm da sehr viel Glück. Der soll Wasser trinken. Das stimmt. Außerdem verdient er es auch mal ein bisschen Ruhe zu haben und eine Pause zu haben. Und der ist auf jeden Fall sehr müde und K.O. Und wieder da war doch alles schnell fertig. Okidoki. Ich hoffe, du hattest Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Gewinne, gewinne, gewinne. Shiny Hefel, Shiny Hefel, Shiny Hefel. So, jetzt haben wir es beschworen. Jetzt muss es kommen. Apropos trinken. Just Legends. Absolut. Und für nur 69,90 Euro bekommt ihr noch mein Coaching fürs Atmen. Ey, ich habe letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr Asthma bekommen. Also ich wünschte jemand, hätte mir das Coaching fürs Atmen gegeben. Bin ich ganz ehrlich mit euch? Bin ich ganz ehrlich mit euch? Ich weiß auch nicht, warum sich mein 19, 20-jähriges Ich dachte, yo, wir sind ja jetzt erwachsen seit ein paar Jahren. Lass mal Asthma bekommen. Aber der Heuschen dachte sich, okay, jetzt können wir reinschallern. Hat das lang genug nichts mehr? Jetzt hör mal auf zu atmen. Atmet für das Matematiker ist hinter der Paywall. Ja. Ja. Atme doch einfach. Ja, genau das. Ich meine, ich kann mich nicht beschweren. Das könnte sehr viel schlimmer sein. Ich merke das sehr, sehr wenig in meinem Alltag. Meine beste Freundin hat das wirklich stark. Die ist da richtig abhängig von. Die hat da wirklich richtig Probleme. Und in dem Level bin ich absolut nicht. Das heißt, ich will jetzt nicht über irgendwas Pseudo rumholen, was mich jetzt nicht so stark betrifft. Aber ich finde es ehrlich gesagt einfach witzig, weil das halt so ein random Zeitpunkt ist, das zu bekommen. Ja, Lu, darf ich dir ein Spiel empfehlen, wo du ein bisschen mehr über Dragon Ball lernst? Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich meine, ich bin ehrlich mit dir. Open und early. Ich werde jetzt momentan wahrscheinlich eher weniger spielen können, weil ich einfach keine Zeit dazu habe. Aber empfehlen kannst du mir sehr, sehr, sehr gerne alles. Kannst du mir das auch immer gerne über Discord schreiben oder so. Dann kann ich mir das angucken und vergesse es auch nicht sofort. Weil das ist ganz cool, wenn ich Sachen nicht sofort vergesse. Pew, pew. Shiny, Voltoball Nummer 1. Let's go. Hä, warst du nicht eben schon eins? Meinst du Nummer 2 oder Nummer 1? Oh, das ist jetzt einfach ein normales Voltoball. Erleuchte mich, Kay. Aber good job erstmal. Das ist sehr, sehr strong. Aber sehr, sehr strong. Ich habe auch schon zwei Shinies gefunden in der Zeit. Hihi. Das ist das normale. Ah, okay, okay. Danke job. Du hantest die Shiny Voltoballs wie... Keine Ahnung. Mir fällt kein cooler Vergleich ein. So wie... Ich... Shiny Hefel jetzt hanten werde. Ja. Genau so nämlich. Bisui habe ich fertig. Ah, okay, okay. I see. I see. That makes sense. Das ist ein Handy-Game namens Dragon Ball Legends. Okay, okay. King Rage Shadow Legends. Das ist ein Spaß. Okay, okay. Versuch's mir zu merken. Ich kann dir nichts versprechen. Aber ich gebe mein Bestes. Ha. Okay, gib mal ein bisschen von deinem Shiny-Glück ab, so bitte. Wäre schon ganz cool von dir. Das Gacha. Ah, okay, okay. Ich halte mich momentan gerne von Gacha fern. Es sei denn, es ist so, es ist wie Sinoblade 2. Weil Genshin mich ein bisschen zerstört hat, was den Gacha-Aspekt angeht. Aber das ist okay. Wenn das cool ist und ich da was lerne, ist das ja trotzdem nice. Ich weiß, Timo hat mir letztens sehr, sehr viel Dragon Ball Sachen gezeigt. Ich kenne jetzt die meisten Charakter und Lore und... Wee. War ich nach dem zweiten Volteball. Okay, das ist eine Abmachung. Das ist in Ordnung. Sag mir da Bescheid. Nee, das heißt, ich kenne jetzt die ganzen Charakter. Oh mein Gott, da ist ein Shiny. Wenn du jetzt despawnst, dann finde ich deine Familie. Okay, wir speichern. Okay. Okay. Freunde. Wie machen wir das jetzt? Wir kriegen das hin. Azumari, komm her. Hat nicht geklappt. Wie fokusten wir das an? Nein! Okay. Ich wähle dich. Kleine Maus. Nein, nicht dich! Ich habe doch keine Ahnung, wie dieses Game geht. Okay, wir haben gespeichert. Das ist alles gut. Fun Fact. Es ist despawn, oder? Wir haben gespeichert. Also es ist nicht so schlimm. Nein, es hat neu gespeichert! Oh mein Gott. Kann das aus nicht mehr. Ey, war ein guter Stream. Hat mich gefreut. Ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Ich weiß noch nicht, wie das geht, Lord. Ich fühle gerade viele Emotionen. Timo wird nie davon erfahren. Ich hoffe. Ich weiß, es war eh nicht das Shiny, was wir wollen. Da ist es doch! Oh mein Gott! Never mind! Never mind! Oh mein Gott, mein Herz. Oh mein Gott. Okay. 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 Ich habe gerade so viele Emotionen in mir. Ich weiß gar nicht, was ich fühlen soll. Okay. Okay. Nein, wir wechseln nicht Pokémon. Wir werfen die Pokémon. Das ist kein Pokéball. Das ist kein Pokéball. Hä? Kann man das da machen? Ah ne, bei X, ne? Ich habe das doch ewig nicht mehr gespielt. Ein klassischer Flottball, sagst du ja. Okay, dann muss ja. Dann ist er gecalled. Was an der Achterbahn? Ey, safe! Boah! Da ist es. Oh Gott, mein Herz. Das ist... Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Achso. Warte, war ich... Okay. Dann nicht. Egal, ich kann ihn später noch umbenennen. Danke, Zylinder. Ich habe einen Supermarkt gewonnen. Hey, ich bin doch durch mit allem. Okay. Das war das wildeste Shiny, was ich jemals gefunden habe. Da ist gerade aber so viel passiert. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was da gerade alles passiert ist. Aber irgendwie ist doch gleichzeitig gar nichts passiert. Was soll ich euch sagen? Merkt man gar nicht, ne, Fireboy? Okay, dann packen wir in mein Team. Ich will das später Team auch zeigen. Okay. Das ist jetzt eh nur für Display. Das würde eh nicht in meinem Team bleiben. Oh mein Gott. Das war, das war gar zu viel. Okay, sagt ihr, wir packen dafür Razor Beatbox kurz raus. Ich meine, ich meine, erst dachte ich, das wäre despawned. Dann habe ich es encountered und habe nicht gefunden, wie man Bälle wirft. Dann habe ich gesagt, ich werfe einen Flopper und habe einen Superball geworfen. Dann wollte ich ihm Spitzler und kämen und habe ihm keinen gegeben. Ich meine, es ist doch auch nicht. Immerhin haben wir das Shiny. Ich kann mich nicht beschweren. Daher. Wuhu. Okay. Taschmiss gegen Razor. Beatbox. Wee. Okay, wir haben einen Shiny. Das ist cool. Das ist ein gutes Omen. Das ist bestimmt, weil Kay uns jetzt mehr von dem Glück gegeben hat. Er wollte es zwar eigentlich erst nach dem zweiten Wollteball, aber das war bestimmt doch jetzt schon. Daher Kay, ich danke dir von ganzem Herzen. Das ist wirklich super lieb von dir. Und wir machen jetzt erst mal Autosave aus. Ich weiß nicht, wie das geht, aber das ist bestimmt hier irgendwo. Boah, das geht ja gar nicht, klar. Also ich wusste auch nicht, dass das an ist. Ich habe halt absolut keinen Plan. Aber das geht ja wirklich absolut nicht. Okay, warte. Vielleicht soll ich lesen, was da steht. Nein. 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 Da, automatisch speichern. So was von aus. Natürlich hatten wir hierfür weiter. Das ist wichtig. Das ist unser eigentliches Ziel. Was bringt uns Azumarill? Azumarill, beziehungsweise Marill, war immer noch mein erstes richtiges Shiny, an was ich mich erinnere. Daher. Ja. Ja, ja, ja. Das ist sehr süß. Das ist sehr reminiscent of. Also dann mal nach die Chat, nach die Du. Kuss an Timo. Mach ich. Das gut und treu. Schön, Zylinder. Alli, ja, du. Hallöchen, Flyer. Hi. Was geht? Ich hoffe, du hat es einen schönen Tag und hast einen schönen Abend und es geht dir gut. Wir Shiny hatten gerade Häfel und das ist wundervoll. Du hast ja mehr Glück, als ich ein Full-Out Shiny zu finden, während ich mit Schiller bei uns mit Shanto. Nein. Sag das nicht. Okay. Das wäre Voltoball. Das ist sehr, sehr cool. Voltoballe. Voltobälle. Voltoballs. Ne? Alles dafür, nur heute noch Term zu sehen. Ach so. Danke, Zylinder. Sollen wir jetzt bei allem immer sagen, alles für den Dab. Ist das jetzt der Grind, den wir fahren? Zum Glück habe ich gesagt, dass es nur bei Shiny Häfels Häfel mit dem Dab. Ich habe schon gesehen, wie Reva gesagt hat, der Dab, wenn ein Shiny da ist. Aber nee, nee, nee. Wenn ein Shiny Häfel. Weil ich respekte Shiny dazu mal, hundertprozentig. Aber das ist trotzdem nicht der Wert, den ich wert bin. Mein Dab ist mindestens ein Shiny Häfel wert. Puh, ich muss mich davon jetzt erst mal beruhigen. Das war sehr viel Adrenalin vor mir gesehen. Aber es hat geklappt. Also kann ich mich nicht beklagen. Timo wird so leiden, wenn er den Clip sieht. Aber das ist okay. Gut, dass ich danach erst mal wieder hochgeguckt habe und ich erst mal ganz lange liegen geblieben bin und versucht habe, irgendwas zu resetten. Guck mal, wie er in die Stadt geht. Er geht in die Stadt, der kleine Mann. Oh. Jetzt steht er da auf dem Weg. Kommt er zurück? Will der Maskergato kennenlernen? Okay, das ist sehr viel bedrohlicher, als ich meinte. Hattest du nach dem Shiny auch gespeichert? Äh, ich glaube schon. Aber wir speichern nochmal. Das ist extra mit sehr guter Call. Bitte, wenn sich das Shiny heute findet, ein Clip machen, damit ich es sehen kann, wie sieht der... Oh Gott. Oh Gott, was habe ich erschaffen für ein Monster? Aber ja, safe, machen wir Zylinder. Macht bitte nicht. Ich will diesen Clip nicht von mir im Internet haben. Okay. Hi Anton. Was geht? Immerhin habe ich Shiny jetzt Sumeral erkannt. Und ich glaube, es gibt viele Shinys, die ich wahrscheinlich nicht mal erkennen würde. Aber der ist halt sehr auffällig. Ich meine, er ist einfach nur... Grün. Außerdem kenne ich das Shiny, wie schon gesagt. Also die Weiterentwicklung als Shiny. Daher... Oh, so ein kleines Bellen. Das Bellen sieht ja auch bei dir aus. Dankeschön. Das ist sehr, sehr lieb, Zylinder. Da ist die Hefel-Gang. Du weißt, dass es eine gute Zeit ist, wenn die Hefel-Gang abhüllt. Und yes, Ausrufzeichen wie ganz... Darauf erst mal... Obwohl, nee, das ist der letzte Keks, für das Timo den hat. Never mind. Aber wir haben hier sehr leckere Vegans-Kekse. Und haben heute... Oder war es gestern? Ich habe Zeitgefühl verloren, aber ein sehr leckeres Veganschnitzel gegessen. Yes, yes, yes. Ich bin selber sehr, sehr impressed, weil ich bin ja halt seit über fünf Jahren Vegetarier. Glaube ich, wenn ich sogar noch länger... Kein Plan, ich zähle halt nicht nach. Ähm... Deswegen bin ich ja schon so einige Ersatzprodukte gewohnt, oder einige vegane und vegetarische Produkte gewohnt, so. Ich meine, das hat sich auch über die Jahre sehr, sehr krass nochmal verändert. Und deswegen finde ich es crazy, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis bei denen ist. Weil normalerweise war ich es immer gewohnt, dass vegane und vegetarische Sachen halt wirklich sehr, sehr, sehr viel teurer sind als normale Sachen. In Anführungsstrichen normale Sachen, ihr wisst, was ich meine. Ich hasse es selber, zu sowas normal zu sagen. Das ist so, wie wenn man zu Kuhmilch, normale Milch und die andere irgendwie andere Milch sagt. Das ist eigentlich Bullshit, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe das Lingo leider immer noch ein bisschen drin. Aber jedenfalls, was ich eigentlich sagen will, ich finde es sehr krass, wie bezahlbar die sind. Das ist sehr, sehr crazy. Und ich würde sagen, wenn man es jetzt so mit Vegans vergleicht, ist gutes, hochwertiges Fleisch sehr viel teurer als das. Und das freut mich sehr. Das ist sehr, sehr schön. Und es schmeckt halt auch noch sehr gut, dementsprechend... Kann ich nur weiter empfehlen. Ich bin generell sehr, sehr happy über alle von Tinos Sponsoren. Das sind alles sehr, sehr coole Brands. Und ich bin sehr happy, wie sehr darauf achtet. Und das ist auch nicht selbstverständlich, muss man sagen. Ich meine, ich werde jetzt niemanden irgendwie judgen, der mit einem Brand arbeitet, was nicht hundertprozentig deren Moral entspricht. Am Ende des Tages verstehe ich, wenn jemand sagt, ich will halt vor allem einfach Geld machen, das ist mein Job. Aber natürlich habe ich trotzdem noch mal mehr Respekt, wenn man sich aktiv dafür einsetzt, nur seine moralischen Werte mit Sponsoren zu vertreten. Das ist sehr, sehr schön. Wo ist denn Timo hin? Timo ist sich ausruhen und seinen Schlafrhythmus verändern, damit er den 24-Stunden-Stream gut aushält. Der bald kommt mit Darlokat. Weil da wird er von 15 bis 15 Uhr streamen müssen, also 24 Stunden. Und für da möchte er seinen Schlafrhythmus... Danke. ...ein bisschen anpassen, deswegen. Außerdem hat er mal ein bisschen Ruhe und Frieden verdient. Und ich bin Ruhe und Frieden. Danke, Snackse. Und danke, Alfa. Und danke, Kate. Ganz viele Hefels. Alles gut, sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Und dankeschön. Deswegen danke, dass ihr so sweet zu mir seid und mir dabei zuguckt, wie ich sehr, sehr erfolgreich und sehr professionell shiny hante. So nämlich. Nee, generell, ich enjoy das hier wirklich sehr. Daher das alles sehr, sehr sweet und kompy. Deswegen hoffe ich, was auch immer ihr gerade macht, es geht euch auch gut und ihr habt Spaß. Und spürt Frieden und so. Ich glaube, ich habe noch nie etwas Professionelleres gesehen. Ganz genau. Das habe ich mir doch auch gedacht. Kann man sich mal eine Scheibe dann abschneiden, ne? Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, was ihr und... Warte, was? Sorry. Ich muss kurz... Mein Hörner hat einfach gerade gesagt... Nee, wir lesen diesen Satz jetzt nicht. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, was ihr und... Was ihr uns gibt, geben wir zurück. Ah, okay, was ihr... Okay, ich sehe, ich sehe, ich verstehe. Das ist sehr, sehr süß. Dankeschön. Das ist trotzdem wirklich sehr, sehr lieb. Ich appreciatee das sehr. Generell, Timos Community, die absolut süßesten. Ihr seid solche Sweeties. Zuhauses seid ihr. Ne, das war zu, oder? Das war sehr professionell. Kann mir eine Scheibe abschneiden. So nämlich, Kay. Dann würde das noch besser laufen. Was für, du hast jetzt schon in der Zeit irgendwie schon 30 Volt mal gefangen. Tja, ich habe ein richtig professionelles Azur gefunden, das jetzt Level 7 erreicht hat. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Und das Fullorts, also. Was sagen wir dazu? Hallo, du Kleines. Nein, das ist grün. Das sieht aus wie Play-Doh-Knete. Ist es ein richtig hübsches Shiny? Nein, aber es ist ein Shiny. Und wir nehmen das. Wenn wir so weitermachen, dann überholen wir Timo noch im Shiny-Decks. Aber nur mit Fullorts Shinies. Das wäre ein Flex, bin ich ehrlich. Miau. Was, Agato? So ein Coolie. Wollte Timo eigentlich was fragen, aber ich glaube, ich frage das privat wegen den Regeln im Chat. Yes, okidoki, mach das. Kann sie ihn ja irgendwie auf Discord anschreiben oder so. Ich meine, er dürfte gerade hoffentlich mittlerweile schlafen. Das würde mich sehr freuen für ihn. Aber generell. Und zur Not kannst du mich auch fragen, aber hängt halt ein bisschen davon ab, ne? Wenn du sagst, dass es die Regeln im Chat beeinträchtigen könnte, dann maybe wirklich privat besser. Ich weiß halt nur nicht, wie gut er momentan so privat antworten kann. Daher schauen wir einfach mal, wie es für dich irgendwie am besten ist. Und ich weiß natürlich auch nicht, ob ich all deine Fragen beantworten kann. Ich habe jetzt nicht dasselbe Wissen hier. Ich habe ja auch keinen Plan, worum es geht. Ich mag immer noch den Zuhauses-7TV-Mount sehr. Diese Katzen sind sehr, sehr süß. Yes, mach das, Kay, mach das. Was für eine Pizza ist es denn, wenn du noch da bist? Ich glaube, ich konnte jetzt auch eine Pizza vertragen. Ich habe auch langsam Hunger. Ich meine, ich habe nur was gefrühstückt heute, was echt nicht gut ist, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe viel zu wenig gegessen, oh Gott. Ich habe letztendlich einfach nur zwei Brote gegessen. Das ist gar nicht gut. Ich muss mir gleich unbedingt was machen. Ja, alles gut, vor allem ich verstehe seine Situation gerade. Yes, das ist sehr, sehr sweet. Danke für das Verständnis und yes. Yes, 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 yes. Der wird bestimmt irgendwann seine Fragen sonst beantworten. Jetzt gönnen wir ihm erstmal seine Ruhe. Nur Salami. Okay, okay. Das ist in Ordnung. Ich verstehe das. Als ich noch was gegessen habe, fand ich Salami-Pizza auch sehr, sehr lecker. Ich habe nichts anderes da. Fair enough. Ich muss sagen, seitdem ich es gemacht habe, bin ich so süchtig nach Mais auf Pizza, wirklich. Ich glaube, diese Kombi von Käse und Mais hat irgendwas mit meinem Hirn gemacht. Auch wegen Raclette. Immer wenn ich Raclette esse, mache ich richtig oft Fun, wo einfach nur Mais und Käse drauf ist. Aber es schmeckt so gut. Boah, Raclette wäre jetzt auch wild. Apu, 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 apu. Ich wünsche mir hat auch noch irgendwas, was ich schnell in den Ofen schieben kann. Aber ich glaube, wir haben nichts mehr. Ich meine, später essen wir lecker HelloFresh, aber trotzdem. Oh nein, ist wieder abgesoffen. Bitte komm hoch, danke. Ich glaube, ich enjoy die Musik vor allem, weil so viel Klavier da noch vorkommt. Ich mag. Ich glaube, Klavier ist nämlich mein Lieblingsinstrument, actually. Sorry, meine Stimme. Ich muss gleich wieder was trinken. Ich habe auch sehr lange Klavier gelernt, bis ich 15 war ungefähr. Und irgendwie entspannt mich Klaviermusik mega. Deswegen enjoy ich das gerade sehr. Ich höre mir auch richtig oft von normalen Liedern einfach irgendwelche Klavier-Cover an und es ist richtig entspannt. Sei es irgendwie Ghibli-Musik oder sonst was. Hallihallo, was macht ihr denn hier? Hey Andy, was geht? Mir geht es sehr, sehr gut. Wir Shiny hatten gerade Häfel und wir haben eben Shiny Azura gefunden. Das war sehr, sehr cool und war sehr, sehr professionell gelöst und gemacht. Wir haben das gerockt und das Shiny easy-peasy-secured. Daher mir geht es gut. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich enjoy den Vibe gerade sehr. Ich bin sehr, sehr entspannt. Und Shiny hatten macht sehr viel Spaß. Wie geht es dir denn? Ich hatte sieben Jahre Klavierunterricht, aber kann ein halbes Stück noch. Ey, das fühle ich so sehr. Ich kann noch ein einziges Stück, aber wenn du dich ein bisschen mit Klavier auskennst, dann wirst du das sehr fühlen, weil das wirst du auch safe noch können. Und zwar ist es Mad World und das ist ja das komplexeste Stück, was es gibt. Könnte besser sein und noch was ist los. Das tut mir sehr, sehr leid. Das ist gar nicht gut. Also nur, wenn du darüber reden willst. Du musst doch nicht darüber reden, wenn du nicht möchtest. Sowieso. Ich wünsche dir einfach sehr viel Glück. Schule. Ah, okay, okay. Ja gut. Nur wünsche ich dir da viel Glück. Viel Glück und viel Motivation und Robustheit. Bei mir ist es für Elise. Ah, okay. Für Elise macht ihr auch immer gerne. Ich glaube, ich habe das auch an irgendeinem Punkt gelernt. Ich weiß nicht, man lernt ja auch so verschiedene Schwierigkeiten, gerade von diesem Stück. Ich glaube, ich habe die einfache Version damals gelernt, aber ich erinnere mich da absolut nicht mehr dran. Ich weiß nur, dass ich es trotzdem sehr, sehr mochte. Ich mag das Stück, auch wenn man es irgendwann zum 30.000 Mal gehört hat. Trotzdem. Aber bei mir ist es Mad World. Ist was anderes da. Was genau meinst du damit, Andy? Ich appriciate, wie viele Hefel momentan die ganze Zeit spawnen. Das ist sehr, sehr gut. Ich liebe diese Lichtbugs. Die sind wundervoll. Oh damn. Okay, das ist wirklich sehr, sehr scheiße. Das tut mir sehr, sehr leid. Das ist mega Arsch. Ich weiß nicht, warum manche Leute so sind. Also es ist wirklich einfach nur mies. Das tut mir wirklich von ganzem Herzen leid. Das hast du absolut nicht verdient. Und das ist absolut nicht richtig. Und ich hoffe erstens, dass das sobald wie möglich aufhört. Und zweitens, dass die Leute sobald wie möglich erkennen, wie absolut inakzeptabel das eigentlich ist. Weil ich mal Krebs hatte. Ach du Scheiße. Das ist ja so mies, wenn die das als Grund für Mobbing benutzen. Ich meine, es gibt nie einen richtigen Grund für Mobbing. Aber das ist so unterirdisch. Das geht gar nicht. Mein Ziel war es damals, irgendwann la campanella. Oh Gott, sorry für diese Aussprache. Ich habe es wahrscheinlich so gebutchert gerade. Falls du das kennst. Ich bin mir sehr sicher, wenn ich es höre, kenne ich es. Weil meine Ma ist sehr in so Musik und so. Ich bin ja auch noch selber im Orchester. Das heißt, ich kenne sehr, sehr viel von so klassischen Stücken. Aber der Name sagt mir jetzt nichts. Vielleicht höre ich später mal rein. Weil vom Hören kennt man, glaube ich, irgendwann fast alles. Aber der Name an sich sagt mir leider nichts. Eigentlich wäre es schön, wenn du ein Ziel hattest. Mein Ziel war einfach nur, den Unterricht zu überleben. Ich habe nur gewisse Grund. Und jetzt bereue ich es mega, dass ich nicht weitergemacht habe. Ich glaube, das ist immer so. Ich glaube, das ist eine sehr natürliche Pipeline, dass man es macht und verteufelt. Und dann hat man es nicht. Man denkt sich als Erwachsener so, nein, ich könnte jetzt besser sein. Aber ja. Und Annie, das tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du hast irgendwie mindestens eine Ansprechperson oder so. Die da mindestens irgendwas richtig ranken kann. Weil sonst ist das absolut eklig. Also es ist so oder so absolut eklig. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Safe war irgendwann einfach nur noch ein Kampf. Ja, oder Kampf. Safe. War bei mir auch so. Mein Rückblick hat das alles Sinn gemacht. Und ich hätte auch einfach mehr dafür tun können. Safe war zum großen Teil auch meine Schuld. Aber ja, ne. Als Teenager brauchte ich ein bisschen mehr Freiheit. Und wollte meine Zeit einfach andere Dinge einsetzen. Und das ist auch okay. Ich meine, wie immer war das dann so ein Ja. Ich werde auch ohne Unterricht safe weiter lernen. Habe ich es gemacht? Nö. Ich habe, glaube ich, seitdem vier oder fünfmal das Klavier angefasst, um Sachen zu lernen. Ich meine, ich kann immer noch Mad World. Das heißt, ich spiele das einfach immer random. Und das ist dann dieses So. Also, ja, ich kann aber eigentlich nicht mehr spielen. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Und da spielt man Mad World. Das fühlt sich cool. Aber ansonsten, ne? Man kennt es. Nee, eigentlich nicht. Und auch Handy. Das tut mir sehr, sehr leid. Dann hoffe ich, dass du irgendwie jemanden findest oder so. Weil sowas ist sehr, sehr grausam und schrecklich. Ich mag es wie die Antons da am Wasser chillen. So sieht sie richtig süß aus. Die haben es kompi. Das freut mich für sie. Kannst du die bitte angreifen? Dankeschön. Let's go. Ja, aber so Instrumente lernen war generell wild. Ich habe auch eine Zeit lang mal Ukulele gelernt. Ich habe eine Zeit Gitarre gelernt. Ich habe Kalimba gelernt. Ich habe, glaube ich, alles Mögliche gelernt. Aber nicht so richtig, um wirklich gut darin zu sein. Einfach nur, um so die Basics zu können. Und irgendwann mal was zu machen, wenn man mal was braucht. Oder mit anderen Leuten spielen. Wisst ihr, was ich meine? Und das enjoy ich auch sehr. Ich mag musizieren sehr gerne. Ich habe ja auch sehr, sehr lange gesungen in einer Band und so. Und ich mag sowas schon sehr gerne. Aber ich glaube, um richtig gut zu sein, müsste ich sehr viel mehr Zeit da rein investieren. Jetzt halt einfach nur ein weiteres kreatives Hobby. Bei mir war es dasselbe, nur mit Ballsportarten. Uh, aber das ist auch mega cool. Das appreciate ich sehr. Ich habe sehr lange einfach nur Volleyball gespielt. Und das habe ich schon sehr, sehr genossen. Wenn man wirklich nicht so viele Ballsportarten hat, ist mega nice. Und by the way, danke für den Zapp. Das ist mega lieb. Sanchez? Sanchez, das kann ich nicht so aussprechen. Ist das okay? Einfach nur San. Das ist auch immer die am liebsten. Aber das ist sehr, sehr, sehr lieb. Ich werde, wenn Timo wieder da ist, werde ich ihm Bescheid sagen. Dann würde das auf den Timer enden. Nur ich habe da nicht so viel Macht drüber. Das ist sein Timer. Aber das ist wirklich sehr, sehr lieb. Dankeschön. 63 Monate ist crazy. Das ist sehr, sehr appreciated. Wirklich vielen lieben Dank. War richtig alles gut. Okay, perfekt. Ja, daher. Und wenn Timo wieder da ist, dann würde das auch alles enden. Ja, Klavier spielen aber auch aus der Übung. Okay, okay, sehe ich. Aber Klavier spielen generell trotzdem immer Banger. Ich wollte unbedingt die ganzen Ghibi-Lieder irgendwann auf Klavier lernen. Oder irgendwelche Anime-Openings oder so. Aber ja. Wie das dann so ist. Dann lernt man so das erste Viertel. Und dann denkt sich so, ja man. Und dann lernt man die wieder. Ich meine, ich liebe es trotzdem immer noch sehr. Generell alle Arten von Kunst sind... Beautiful. Und Ballsportarten trotzdem auch richtig cool. Mein Bruder spielt noch sehr, sehr kompetitiv Handball. Und das ist auch immer cool. Ich bin happy, wenn ich zu irgendwelchen Spielen vorbeikommen kann. Fuck. Was ist denn da passiert? Da standen wir doch gerade gar nicht vor. Wie ist denn der kaputt gegangen? Ich kann einen Anime-Song und einen J-Pop-Song noch spielen. Let's go. Immerhin. Das ist nice. Das ist trotzdem cool. Das ist trotzdem sehr, sehr cool. Ja, ich konnte... Ich wollte sehr, sehr lange dieses Song of the Eleven, heißt das glaube ich, von Tigrealman. Das wollte ich sehr, sehr lange lernen. Ich habe da die Anfangsnoten von dem, was Rode und diese einen Sequenz von Tigrealman singt. Die kann ich noch. Ich bin mir sicher, alle Leute, die hier sind, wissen genau, was ich meine. Denn Leute sind richtig into Tigrealman heutzutage. Ja, Mann. Ja, genau das, Waiver. Genau das. Dankeschön. Das fühlt sich so gut an in meiner Seele, wenn ich von jemandem rede, der actually diese ganzen toten Franchises, die ich so liebe, noch kennt. Dann ist es immer so ein... Ach, mein Gott. Aber yes, das wollte ich unbedingt mal können. Aber, ja, habe es nicht richtig gehört. Aber Sklaviour spielen so ein Banger-Hobby. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch richtig Noten lesen kann. Müsste ich irgendwann mal testen. Ich habe sehr Respekt vor Leuten, die so musikalisches Gehör haben und es einfach hören und nachspielen können. I wish that would be me. Ich habe da was. Oh Gott, warte, wenn ich da jetzt draufgehe und dieser... Okay, warte, ich drücke actually sogar richtig Stopp. Wir machen das jetzt wie professionelle Shiny Hunter. What? Waiver? Entschuldigung? Ich darf das nicht weiterhören, sonst weine ich. Aber du absoluter Maker, was ist denn los mit dir? Hallo? Ah, ich habe irgendwas angeklickt. Nein! Ich glaube, da streiten wir über die Müllsäcke. Das ist ja so cool, Eva. Let's go! Hä? Das ist ja so nice. Danke fürs Sharen. Das ist ja so cool. Das hat mich gerade richtig happy gemacht. Ich darf das trotzdem nicht weiterhören, sonst weine ich wirklich. Dieses Lied bringt mich so hart zum Weinen. Ja, aber save! Die Girlfriend ist ja in einem Lieblingsanime-O-Manga. Deswegen. Das ist viel zu süß. Mega cool. Daher wirklich big, 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 big props. Das hat mich gerade um drei Jahre jünger gemacht, bin ich ganz ehrlich mit dir. Ich bin auch noch Manga-Leser. Das wäre cool! Ja, ich habe letztens erst das neue Chapter gelesen, was rauskam. Da war ich sehr, sehr happy, weil du musst wissen, ich liebe die Noahs sehr. Und da kamen endlich mal wieder sehr viele von den Noahs-Report, die seit Ewigkeiten nicht vorkamen. Ich meine, manche Charakter kamen ja seit literally Jahren nicht mehr vor. Also seit wirklichen Jahren, so Outgame-Jahren. Und deswegen war das sehr schön, einige wiederzusehen. Hello, Loon-Chat! Hatte dir Spaß beim Game-On? Ja, save, 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 save. Wir haben ein Shiny gefunden, Topi. Dementsprechend. Ich meine, wir hatten jetzt weiter unser gutes altes Hefel, aber ein Shiny war schon drin. Was soll ich sagen? Endlich mal wieder in der Gegenwart einkommen. Ja, finally! Ich meine, ich habe den Flashback appreciated, aber wenn der Flashback dann Outgame plötzlich mehrere Jahre dauert, dann weiß ich nicht. Dann psychiere ich hier vielleicht irgendwann doch nicht mehr so sehr, ne? Aber ja, das ist mega cool. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich sage immer, ich hoffe einfach, dass ich das Ende von D-Grammen noch miterlebe. Das würde ich wirklich glücklich, glücklich machen. Und dass das noch actually passiert. Wir reden gerade über D-Grammen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist sehr, sehr gut. Das kann ich nur weiterempfehlen. Kann man das jetzt etwas älter abstempeln? I guess schon. Ich meine, es ist halt immer noch ongoing, aber es ist schon ein bisschen her, dass der Anime zum Beispiel jetzt groß war und aktiv rauskam, abgesehen von der ganz neuen Staffel. Gerade wenn du so drei bis fünf Chapter pro Jahr kommst. Ja, safe! Daher... Ich weiß doch noch nicht... Ich bewege es sich aufs Ende zu. Ich kann es gar nicht einschätzen. Jetzt noch nicht, aber werde es schon früher oder später finden. Ja, safe! Safe, safe, safe! Ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Ich mag es sehr, sehr gerne. Der zweite und sechs ist das alte Staff. I guess? I don't know. Für mich ist das alte Staff, aber ich bin noch, glaube ich, kein... Kein Maß für sowas. Dementsprechend schon. Würde ich eigentlich auch sagen. Oh, dieses kleine Bellen von Hefe. Mein Herz. Das ist doch viel zu süß. Ich lieb's. Oh Gott. Ich renne immer fast in die Reihen. Die sind so klein. Ich sehe die gar nicht. Das ist so crazy, dass die so unterschiedliche Größen haben können. Können die auch so riesig, riesig sein? Wohl, wahrscheinlich gibt es nur so eine gewisse Größe. Die haben wahrscheinlich auch eine unterschiedliche Seltenheit, oder? Kann mir da gar nichts unter vorstellen. Eigentlich sollte ich anfangen, alle Spawns zu killen. Ich skippe die im Wasser immer. Aber das sind ja am Ende des Tages auch Spawnpoints. Ich werde, glaube ich, heute Nacht von dieser Musik träumen. Aber das ist okay. Die Walking-Animation von Anton ist so süß, ey. Er ist sowas von am Watscheln. Da ist noch ein Hefe. Hallo, Kollege von dem Shiny eben. Jetzt habe ich wieder Lust auf ein bisschen Piano. Sehe ich, aber sehe ich. Ich wünsche, ich hätte ein Keyboard oder so, was ich überall hin mitnehmen kann. Ich glaube, das wäre sehr Premium. Aber weißt du, das sage ich jetzt. Und dann spiele ich da eine Woche drauf. Und dann fasse ich es nie wieder an. Ich meine, als ich ein Klavier hatte, habe ich auch nicht drauf gespielt. Warum sollte sich das plötzlich ändern? Aber fühle ich. Wenn du es machst, schick mir gerne Updates oder so. Das letzte, was ich gelernt habe, war Barbie Girl auf der Kalimba. Ich habe mir die Kalimba damals fast nur geholt, um Avatar-Sundtracks zu spielen. Aber dann habe ich Barbie Girl gelernt. Uh, das war cool. Ich meine, das kann ja jeder, was ich behaupte. Und es hat Spaß gemacht. Kalimba lernen macht immer Spaß. Und es klingt halt wirklich sehr, sehr hübsch. Ich finde, es klingt so otherworldly irgendwie. Mag Kalimba wirklich gern. Bin auch schon wieder raus. Bin noch verabredet. Ganz viel Spaß euch. Dir auch ganz viel Spaß. Viel Spaß mit der Verabredung. Du Rockstars. Schönen Abend noch. Und danke fürs Vorbeischauen. Das ist sehr, sehr sweet. Okay. Spawn hier momentan zu wenig Häfe. Das können ja wieder mehr werden. Maseragato macht so einen wundervollen Job. Das ist sogar ein Level höher. Das ist so wild. Diese ganzen Level 6ern hier. Das hält man, glaube ich, Grind und so. Die nächsten Trainer sind ja so absolut nicht ready für mein sehr krass grindetes, geleveltes Maseragato mit den ganzen 6ern und 7ern. Oh Gott, ist das wieder runtergegangen? Nein. Ich weiß gar nicht, welche Arena wir als nächstes machen. Ich glaube, diese eine lila Dame da, die, glaube ich, irgendwie so ein Model und Make-up-Artistin ist. Keine Ahnung. Aber die ist auf allen Models, äh, auf allen Models, auf allen Poster drauf. Hoffentlich nicht auf allen Models drauf. Ich würde sie gönnen, aber ne? Aber ja. Ich glaube, die machen wir als nächstes. Oder so. Kein Plan. Die fahren aus, wenn auch jetzt willst. Hey. Sarve, sarve, sarve. Ich kann mich auch an keine Arena-Leiter mehr erinnern. Ja, ich weiß halt, wir haben halt noch diese, weil die wird mir auch auf der Karte die ganze Zeit angezeigt. Und zwei haben wir schon gemacht. Also Enigmara und, wie schon gesagt, den Schwanzen-Käfer-Kunstler. Keine Ahnung, es ist zu lange her, dass ich genau weiß, was der Homie ist. Aber der mit der Dorn-Peitro. Also Gato von den ganzen HP und ATVs wird so abgehen. Safe. 100%ig. Der rockt das. Maska Gato rockt aber sowieso alles. Ich vertraue ihm mit meinem Leben. Er macht das schon. Und sonst ist er der letzte Arena-Leiter oder Ines? Gar kein Plan. Ich kann auf der Karte gleich gucken. Ich glaube, der wird es ja angezeigt. Müssen eigentlich auch noch ein paar Star-Leute vermöbeln. Wenn man erst eine Person vermöbelt. Aber shiny Hevel ist ehrlich einfach wichtiger. Was bringt es einem Champion oder so zu werden, wenn man shiny Hevel hat? Das ist nicht so fair, würde ich sagen. Kein even trade. Muss meine Zappies vielleicht später nochmal neu machen. Mach gucken. Ich glaube, mit Level 42 bist du erstmal ganz gut aufkommen. Ich glaube auch. Ich meine, bei den letzten Sachen waren wir auch hardcore overleveled. Daher, ja. Ich meine, ich bin jetzt eh nicht so die Person, die bei Gameplay sehr hart gerne schwitzt. Ich spiele einfach gerne und collecte gerne und grinde gerne. Ich meine, ich war schon richtig oft in Games sehr hard overleveled. Einfach weil ich sehr, sehr gerne grinde. Selbst wenn ich es nicht nötig habe. Ich finde, es macht einfach Spaß. Und mir macht Grinden mehr Spaß, als es mir Schwitzenspaß macht. Deswegen nimmt das für mich jetzt nicht so viel vom Spaß raus. Maskagato macht sich schon selbstständig. Oh, das ist ein kleines Bellen. Ich meine, eigentlich wollen wir einfach nur gerade unser Shiny-Azul hochgrinden oder so. Bestimmt. Das ist unser Plan. Das ist so crazy. Jetzt haben wir drei Shinies schon in unserem Team. Ich erinnere mich nicht an eine Zeit, in der ich... Und ein Game, in der ich in so kurzer Zeit so viele Shinies hatte. Meine ersten beiden habe ich auch einfach Fullorts Casual irgendwo gefunden. Das ist schon crazy. Mein guter Zuhörer ist jetzt weniger Casual gefunden, aber trotzdem Fullorts. Sonst müssen wir ein paar Zutaten holen. Ja. Ich glaube auch, wir kriegen das auch so hin. Willst du da nicht rein? Das ist okay. Däger, vielen lieben Dank für 16 Monate. Das ist super sweet. Vielen lieben Dank. Sobald Timo wieder hier ist, sage ich ihm Bescheid. Und dann addet er das auf den Timer. Nur, das steht nicht in meiner Macht. Aber das ist sehr, sehr sweet und ich werde das sehr, sehr gerne weitergeben. Okay, vielen lieben Dank. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und 17 Monate. Ich habe 16 gesagt. Das tut mir leid. Das ist wirklich super lieb. Daher. Und das ist natürlich krass. Ja, safe. Ich meine, dann kann ich sogar sagen, ich habe hier ein Fullorts gefunden. Das ist ziemlich cool. Ich glaube, die Mons können nicht in die Städte verschwinden, auch wenn du in der Stadt bist. Ah, das macht Sinn. Ich dachte nur, weil Hefel da halt in der Stadt gerade stand, ne? Beziehungsweise sehr weit auf dem Weg. Aber ja, das macht sehr viel Sinn. Ich meine, man kann ja auch in der Stadt nicht kämpfen oder so. Also, da sind wieder mehr Hefels. So muss das sein. Finde ich gut. Gerne immer mehr Hefels. Gibt es eigentlich Psyou in diesem Game? Ich glaube, in dem DLC gibt es später Psyou, ne? Weil wir doch richtig gerne Psyou-Shiny haben. Oder gibt es zur Ruhe hier irgendwo? Das könnte ich auch zur Ruhe-Shiny haben später. Nachdem wir Hefel gefunden haben, natürlich. Angst, wie glücklich Paskagato immer ist, wenn ich diese Mons verklaupte. Warum muss da immer diese Note stehen? Er ist so richtig happy darüber. Zuerst im Game, aber echt kacke zum Handeln. Hallo. Ja, okay. Wollt nicht. Hadi. Weil sonst handel ich ihn weiter in der Safari irgendwo. Das reicht mir auch. So wie Psyou. Ich habe ja sogar schon ein Psyou gefunden. Und das hat mein Leben sehr bereichert. Und ihr seid weiter am chillen. Ja. Es ist zwar gut, dass das Grün so sehr auf dem Blau auffällt. Ich meine, das ist sehr krass ins Auge springt. Ich hoffe, die Mons schläft mittlerweile. Ich würde es ihm gönnen. Ich glaube, ich werde mir aber trotzdem irgendwann gleich was zu essen machen. Weil wie schon gesagt, ich habe es seit den Frühstücks nicht mehr gegessen. Und erstens supporte ich so einen ungesunden Lifestyle generell sowieso nicht. Und zweitens merke ich gerade sehr krass den Effekt davon. Was machst du denn hier auf dem Land? Was ist denn da passiert? Süß, Maus. Safe, self-care erstmal vor allem. Yes, 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 yes. Ich sage, ich mache noch bis 30 und dann mache ich mir ein paar Brote. Let's go, Razor-hübsch. Good job. Ne, und dann mache ich mir auch hier einfach was zu essen. Denn genug essen ist sehr wichtig. Let's go, Razor-hübsch. Let's go. Let's go. Let's go. Da haben wir jetzt noch 5 Minuten exzessiv durchzuhandeln und dann machen wir kurz einen Ass-Break. Ich würde ja dann mit euch irgendwas schauen, aber ich kenne die ganzen Szenen von Timo hier nicht und ich will nicht irgendwas durcheinander bringen. Deswegen müsst ihr mir da beim Essen zugucken und wir gucken uns ein bisschen die kleinen Süßis hier an. Ich meine, eine Szene heißt hier Literally Piefer und da will ich gar nicht erst draufdrücken, da habe ich Angst vor. Wir können doch jetzt Hefel, ehrlich so. Ich muss hier erst die gesamte Hefepopulation schlafen, bevor das Hefel kommt. Genau du nämlich. Piu. Süß. Ich höre noch sein Bellen, also ist es noch da. Lauf nicht weg, Kleines. Das wird dir nichts bringen. Vielleicht gucke ich mir gleich einen Screenshot an, was dunkler bedeutet in diesem Game. Weil ich weiß, wie in der Theorie aussieht, aber ich will wissen, wie in dem Game aussieht, dass ich darauf vorbereitet bin und nicht denke, dass jedes leicht beschattete Hefel ein kleine Hefel sein könnte. Wisst ihr? Ich glaube, das würde Sinn machen. Wie hoch sind eigentlich die Orts des Fullorts zu machen? Weil normal ist der Fall ist hier auch 8600, weiß das ist irgendjemand? Sind wir gerade krasse Shiny-Hunter und machen Kapu-Shiny-Hunting wieder schwer, beziehungsweise unnötig kompliziert? Ähm, ich glaube, 8100, bin mir sicher. Ja, okay, okay, okay. Okie dokie, altisch, okie. Ja, du Kleini, hast du schon gewartet? Nachher haben wir gefühlt jede Shiny, bevor Shiny Hefel kommt. Was nicht passieren wird, ich wollte das nicht jinxen. Wird nicht passieren. Ah, okay, 8100 ist immer noch eine wilde Quote. Fake ich. Fühlt sich mächtig an. Und gejinxt. Nein, 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 so funktioniert das nicht. Du meinst positiv gejinxt das jetzt? Easy, kommt. Ciao, Kleines. Vielleicht will Hefel einfach nur, dass wir uns um uns selber kümmern. Das heißt, er wird erst kommen, wenn ich was gegessen habe. Weil Hefel beliebt an Selfcare. Also kümmert euch um euch, weil Hefel glaubt daran. Und ihr wollt doch Hefel nicht unglücklich machen. So ist das nämlich. Hallo, Hefel. Hallo, Kleine 1. Darauf wäre das wohl eine Heferolle. Nein, so war das nicht gemeint. Gute Ernährung mit Hefel. Gute Ernährung aus, Hefel. Schwierig. Ja, wir haben ja... I mean, ich würde lügen, würde ich sagen, dass ich Hefesachen nicht mag. Hefeteig ist sehr lecker. Das dürfen wir Hefel nicht sagen, das kommt ja gar nicht mehr. Nur ein kleiner Bite. Ihr seid alle noch am Chillen. Okay, gut. Ach, ihr Süß-Mäuse. Das ist so süß, wie die gucken kommen. Oh Gott. Oh Gott. Ich brauche euch doch gar nicht. Oh nein, jetzt werden sie alle getötet. Level 43. Ihr seid sehr süß. Danke, dass ihr gucken kommt. Aber ihr lauft doch ein bisschen... Also, ne? Okay, er ist jetzt aggressiv geworden. Er geht selber in die Offensive. Das sehe ich. Sehe ich. Banger. Du weißt, dass der Banger losgeht, wenn der Bassist anfängt abzugehen. Du kannst so gerne hier Wand drehen, Maskergator. Aber cooler wäre, wenn du zu den Monstrens rennst, tatsächlich. Wenn das nicht zu viel verlangt ist. Oh, wir haben eigentlich schon 32. Okay, warte nach dem Traster. Da habe ich was zu essen. Dann müssen wir genährt werden. So. Okay, speichern wir. Ihr schaut euch die Monster an. Die sind bestimmt total süß. Ihr schaut euch das an. Ganz viel Spaß. Machen wir ganz kurz zwei Brot. Ich bin sofort wieder da. Oh Gott, meine Spange. Was machst du denn? So, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Schade, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der ZDF, 2020 Der ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Der ZDF, 2020 Der ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Das hängt auch viel von der Größe und von der Pose an, die das macht. Und hallo, 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 welcome back. Und das geht. Ich hoffe, du hast einen guten Abend wieder gehabt und so. Wir sind immer noch erfolgreich dabei, shiny Hefe zu suchen, weil wir erfolgreich sein werden. Easy peasy. Oh, das finde ich gut. Ich liebe Midlane. Finde ich sehr, sehr gut. Was spielst du so Midlane? Hast du da in deinem Komfort? Du kannst gerne alle spielen auf der Galio, dann bin ich raus. Es läuft wie so Rabel. Oh nein. Aber hey, so beginnt jeder guter Ark. Du musst nur am Boden sein, um dann wieder aufzustehen. Du weißt doch, hinfallen, Krone richten, aufstehen oder so. Kein Plan für dieser Sprung gegen. Galio ist ja cool. Nein, Galio ist ja wirklich schrecklich. Ich hasse Galio auf der Midlane. Also als Gegner, selber spielen, kein Plan. Aber als Gegner wirklich, ich würde lieber 30 Zitterahle in mein Ohr reinfügen, anstatt gegen Galio Mitte zu spielen. Und wird Galio schon funny? Nein, ist ja gar nicht. At the time, äh, Talia, Arie und Niko. Finde ich sehr, sehr gut. Ich habe sehr, sehr lange Niko und Arie gemained. Bzw. versucht zu mainen auf der Mitte. Daher, you go! Und Talia ist sowieso cool. Das ist richtig nice, wenn Leute Talia spielen. Das klingt ordentlich specific. Kein Plan, das ist das erste, was mir in den Zirk gekommen ist. Haben Erbarmen. Aber gegen Galio Mitte zu spielen, ist wirklich bleh. Vor allem, wenn man halt fast nur Mages Mitte spielt. Und dann gegen Galio zu spielen, ist schon wirklich uncool. Hallo Nebel, endlich ist Tio weg. Nein, gönnt ihr seine Ruhe. Habt ihr lieb. Also ich sag, guck mal, Maya. Von so und dann guckst du dir das shiny Hefel da hinten auf dem Weg an. Das könnte ein Haufen O-Weiß sein. Also safe. Guck doch mal, wie rund die sind. Blue Data. Hallo. Wir machen gerade etwas sehr Wundervolles. Und zwar, shiny hatten wir Hefelnebel. Und natürlich, das weiß ich, das weiß ich doch. Ich joke doch nur. Aber yes, yes, yes. Und sind sehr erfolgreich dabei. Wir haben bis jetzt shiny Azul gefunden. Das war cool. Das war ein Highlight. Wir haben es sehr professionell eingetütet. Danke. Und jetzt finden wir auch noch easy shiny Hefel. Und das desballern wir. Machen das vielleicht in Fullorts. Weil ich nicht die Sachen für Zeitluge hab. Und noch zu early im Game bin. Ich spiel das ja blind. Ich hab keinen Plan von irgendwas. Aber wir rocken das. Absolut. Und ja, eingetütet. Genau das. Könnte es auch der Augen hat sein, zu denen du mal gehen sollst. Maya, Entschuldigung. Ich mein, to be fair. Eigentlich hab ich ne Brille für Bildschirme. Aber ich hab die leider zu Hause vergessen, als ich die E gezogen bin. Daher, ja. Fullorts ohne Aufbrick für die Challenge. Genau das. Weil ich bin ja ein wahrer shiny Hunter. Ich will ja die Challenge. Ich will es mir ja nicht easy machen. Entschuldigung, angenommen. Ach, sehr, sehr nett. Du sagst, Timo, wie das ist mit den Fullorts. Ja, safe, safe, safe. So nämlich. Ich mein, hat bei Azura geklappt. Also wird es auch safe bei Hefel klappen. Genau so. Na, das wird schon alles. Ist ja so oder so sehr entspannt. Also, vertrocknen wir. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Geh mal da hinten hin, bitte. Das ist nicht hinten. Hinten am Baum. Wenn ich näher gehe, die spawnen das. Was, Gagato, bitte? Das wird so die Spawn gleich. Ja, ja. Okay, gut. Perfekt. Dankeschön. Hallo, du Kleini. Gucken, was für Shinies wir noch alles finden, bevor wir Hilfe finden. Obwohl, das darf ich eigentlich nicht callen. Das ist kein guter Call. Kein guter Call. Hm. Ich muss gleich auf jeden Fall Lippenpflege benutzen. Meine Lippen fühlt sich irgendwie zu rauern. Das mag ich nicht. Aber easy. Ich zeige jetzt, wie wahres Shinyanten geht. Denn wie ich das Azur eben gefangen habe, war sehr professionell. Ist auch nicht fast despawned und dann auto-safe. Und dann habe ich anstatt einen Flottball Superball geworfen und dabei gesagt, ich werfe jetzt einen Flottball. Nein. Das war professionell. Da hat noch nie jemand so guten Shiny gefangen, sage ich euch. Oh, jetzt knusper Hund. Gönn doch knusper Hund. Okay, du da oben bist du... Ne, du bist einfach nur am Beiden und Pink. Hättet du, sagt Timo, dass Lapras bald kommt. Ja, ich beliebe. Lapras kommt bestimmt bald. Hundertprozentig. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil ich wirklich hart gespürt und beliebt habe, dass er diesmal Early kommt. Andererseits muss man sagen, so wie die Shiny-Chance gerade aussieht, könnte Early ziemlich viel bedeuten. Early könnte einfach... Ich meine, noch ist die Chance, dass es unter Odds kommt, was schon mal wild wäre. Aber ja, so wie es gerade aussieht, könnte Early auch noch 10k bedeuten. Daher kann ich mal fünf Worts sein. Well, ich sage niemals nie. Nein, aber ich beliebe auch noch. Ich beliebe absolut. Und ich würde ihm das auch von ganzem Herzen gönnen und wünschen. Aber... Ja, ne? Guess, das soll ein Banger-Video werden mit krassen Jokes und krassen... Keine Ahnung. Vielleicht soll das Video doch einen Weltrekord brechen oder so. Kein Plan. Guck, wie süß er da hinten füllt. Oh. Das ist so süß, wirklich. Die Shiny-Chance war jetzt schon voller Erfolg. So viele Häfel, die ganze Zeit zu sehen, wie sie mich antippeln oder wegtippeln. Mein armes Herz. Das macht mich wirklich sehr, sehr happy. So ein Kleini. Einfach perfekt. Kein einziger Fehler in diesem Wesen. Aber ja, die Hardgoldner's Lock wird schon noch... Ich glaube da ganz fest an ihn. Hauptsache er verliert bitte keinen Mon irgendwie. Das wäre schon ganz cool so. Und dann würde das auch schon irgendwie kommen. Ich sag, vielleicht dauert es das alles so lange einfach nur noch mit Hoho und dann Easy gönnt. Und dann klappt das eh alles. Hoho kommt in den ersten 100 Encountern, weil Hoho mit H anfängt und H ist wie 100. Und L ist wie... Gibt's eine Zahl mit L? Näh. L wie... Lass mal bitte bald kommen. Keine Ahnung. Kein dicker Moment nochmal. Oh. Ich hab keine Ahnung vom dicker Moment, aber ich glaube dir. Nee, aber jedenfalls lange rede... L wie 50. Genau. L wie 50 noch. Hallo Skorve. Was geht? Ich hoffe, es geht dir gut. Und hausen schönen Abend. Neodaya, Hoho, H wie 100. Und dann ist das Easy durchgeballert. Und Lapras braucht er jetzt noch ein bisschen einfach nur, damit wir das ganze Glück halt für Hoho aufsparen. Und dann kommt Hoho so früh wie möglich und dann ist das eh komplett durch, das Ding. Im positiven Sinne. Das klingt jetzt so negativ. L ist 50 im Lateinischen. Ah, okay, okay, sehe ich. True. True to true. Ja, dann kann es ja nur noch 50 brauchen. Das ist ja jetzt gecallt. Also, wenn Cesarius das sagt, dann ist das jetzt so. Ja, geht mir gut, weil gerade wir Judgen sitzen und wir haben zu klagen. Stimmt, stimmt, stimmt. Du hast ja Judgen. Wie war es? Erzähl alles. Das ist mega cool. Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Das ist mega cool. Wir Shiny hatten gerade Hefe. Denn das ist das einzig Richtige, was man gerade tun kann. Kannst du nur weiterempfehlen. Ich hoffe, das Judgen war cool. Ich stelle mir das mega nice vor. Oder je nachdem, wie die Spieler sind, auch ein bisschen stressig. Aber ich hoffe, generell ein Teil von sowas zu sein, was man gerne mag und liebt, ist bestimmt cool. War nur ein Privilege-Devent. Ah, was für nur. Also, alles ein bisschen casual, aber trotzdem Spaß gemacht. Let's go. Das ist sehr, sehr cool. Ich habe da generell sehr viel Respekt vor. Ich finde das wirklich sehr, sehr cool. Daher, good job an dich. Du machst das wundervoll. Ja, so klein. Ich liebe es, wenn die so klein sind. Ja, so süß, wenn man die so kaum sieht. Das ist so krass. Ist auch ein bisschen doof, weil ich sie manchmal nicht erkenne, aber trotzdem sehr, sehr süß. Gab halt einige neue Karten-Interaktionen. Uh, da gab es einfach Fragen zu. Okay, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Das macht Sinn. Waren das jetzt die Karten, die bald rauskommen? Die noch rauskommen? Kommen die irgendwie im nächsten Monat oder so? Waren das die? Banger Musik. Dick hat eine Fähigkeit, dass man nicht wechseln kann und hat dann Intensität eingesetzt, was von Stufe 4 bis 10 gehen kann und hat Stufe 5 bekommen und dadurch hat die Muslimin überlebt. Oh, damn. Ja, okay. Er hat schon erzählt, dass es einige Male ziemlich risky war. Aber er macht das schon. Ich bin lieber in ihn. Er rockt das. Waren aber alles erfahrene Spieler. Das heißt, weniger generelle Regeln fahren, wie es sonst ist. Okay, okay. Ja, genau. Komm, nächste Woche. Okay, okay. Das ist nice. Das ist sehr, sehr cool. Du hast bestimmt noch einige coole Karten gesehen. Ich habe mir die ja auch schon angeschaut. Und ich finde die sehr, sehr pretty. Finde ich sehr cool. Ich mag vor allem die, war das die, die Cobalium oder die, der in der Eisenform, die mit diesem richtig schönen Himmel, die voller hat. Die ist, glaube ich, meine Favorite-Karte aus dem Set, weil es mit dem Mond und diesem Baum so schön aussieht. Ich habe leider keinen Plan, wie der in dieser Future-Form ist, wenn das die war. Weil ich ehrlich bin, ich mag den eigentlich in der Future-Form nicht so, aber die Karte sieht banger aus. Kannst du Telkastel sehen und die nächste Hilfe in die eine Grenze-Galaxie schallern? Kann ich machen. Und ja, ich glaube, ich meine Iron Crown. Genau der. Es gab tatsächlich gar nicht so viele krasse Pulls. Und das, obwohl 14 Pre-Release-Kits geöffnet wurden. Hier vier Booster und zwei komplette Displays. Oh, damn. Und dann gab es keine krasse Pulls. Hui. Zierrate da so niedrig, oder war die einfach unlucky? Ich meine, ich muss sagen, ich bin ein bisschen verwöhnt von meinem Luck bei TCG Pulls in letzter Zeit. Ich meine, ich habe ja zweimal Fullart oder Altart Glurack gezogen. Daher kann ich mich da jetzt nicht beschweren. Ich glaube, ich bin kein Vergleich, was das angeht. Aber das ist trotzdem crazy. Aber ich denke, ich hätte trotzdem viel Spaß. Ich meine, es hat ja nicht so viel mit dem Luck zu tun, wie viel Spaß man bei so einem Event hat. Ach du, ich muss das Hefel dahinten in die nächste Galaxie schallern, warte. So, komm her, Kleiner. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen wehtun, aber ich bin mir sicher, du wirst es mögen. Wir machen jetzt unseren eigenen Knusperhefel. Oh, ich hätte den Blumentrick einsetzen sollen. Das wäre cooler gewesen. Let's go, Fusion! Woo! Das Hefel ist bestimmt kinky. Safe, das gefällt dem. Jetzt kommt gleich der Shiny, weil Hefel generell, glaube ich, kinky ist. Und denkt, dass ich... Das will ich auch. Okay. Ja, geht eher ums Event da. Ja, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Und das ist bestimmt cool. Ich bin auch ganz ehrlich, also, wenn ich bei so einem Event wäre, werde ich... Hilfe. Wenn ich bei so einem Event wäre, bei Hefel, würde ich eh alles nehmen, was ich kriege. Allein bei so einem Event zu sein, ist ja schon giga cool. Und dann überhaupt noch neue Karten sehen zu dürfen, ist schon giga cool. Das ist ja alles sowieso mega. Egal, ob ich was krasses pulle oder nicht. Hauptsache, man hat Spaß und spielt mit Leuten. Ich freue mich auch, wenn ich irgendwann mal zum Lokana-Event gehen kann. Das wird sehr, sehr wild. Juhu, sinnlose Gewalt! Uh! Ja, Mann! Aber vielleicht kommt es jetzt. Das war bestimmt sehr inspirierend. Er möchte auch einfach nur so stark werden. Das ist es nämlich. Jetzt ist er inspiriert davon und kommt. Na, ich weiß, ich müsste euch eigentlich Aura legen. Aber ihr seid mir wirklich nicht so wichtig eigentlich. Aber ich will euch auch nicht außen vorlassen. Schwierig. Was haben wir hier? Ein guter Tieris und ein Oink Oink. Ja, so heißt das Mon. Wir haben ja noch ein paar von euch. Da ist noch ein Kleini. Euch suchen wir. Hui! Irgendwie dich noch schnell. Ich meine, keiner von denen sieht jetzt wirklich dunkler aus als der Rest. Daher. Ne? Gutes altes Trassler. Ich sag euch, bei meinem Lack kommt gleich einfach ein random Trassler. Was ist ja ein bisschen weniger Wahrscheinlichkeit, überhaupt zu kommen. Und das ist dann shiny und dann, ja. Oh Gott, das ist ein Text. Ach du Scheiße. Warte, ich lese es mir jetzt durch. Ich werde nur kurz die Hefel hier beseitigen. Dann lese ich es sofort. Nur dann mache ich eh kurz Stopp. Lese alles und dann können die in der Zeit in Ruhe resetten. Hallo, ihr Kleinis. So, okay. Gebt mir eine Sekunde. Oh, ich bin heute halb gestorben beim Zahnarzt. Ich musste Zähne ziehen. Oh Gott. Und vier an der Zahl, zwei weißer Zähne, zwei Backenzähne und ein weißer Zahn war so verankert im Knochen, dass etwas Knochen mitgekommen ist und jetzt offen ist. Was? Habe auch für das Antibiotika bekommen. Beim Nähen war zum Teil die Betäubung weg. Und da habe ich angefangen mit wehtun. War eine schlechte Erfahrung. Aber die Ärzte hat es gut gemeint fürs erste Mal. Was ich lerne, ist dabei, ich passe auf meine restlichen Zähne gut auf. Bitte. Ja. 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 Ja, ja, ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Wall of Text. Alles Gute muss ich dafür nicht entschuldigen. Ich brauche dann halt einfach nur ein bisschen, bis ich es lese. Das klingt sehr, sehr terrifying. Holy shit. Good job, dass du das überlebt hast. Das war bestimmt eine absolut nicht angenehme Erfahrung. Mein Gott. Aua. Aber good job, dass du es überstanden hast. Ehrlich. Aua, aua, aua. Gute Besserung. Du hast jetzt bestimmt so richtige Hamsterbäckchen. Aber jetzt, putzt eure Zähne bitte, meine Freundies. Und passt gut auf eure Zähnchen auf. Zähnchen sind wichtig. Und vor allem, selbst wenn der Schaden da nicht so schlimm ist, wie jetzt durch andere Gliedmaßen, würde es da trotzdem immer noch mal mehr wehtun. Weil alles, was du im Gesicht machen lassen musst, wird immer noch mal mehr wehtun. Weil du es die ganze Zeit spürst. Egal, was du tust. Daher passt bitte gut auf. Aber auf jeden Fall, wirklich gute Besserung an dich. Das klingt sehr, sehr terrifying. Ich bin so froh, dass ich sowas noch nie machen musste. Mir tut alles weh. Hebe wieder da. Oh no. Nachdem ich ein bisschen was machen durfte. Also wirklich jeder Muskel irgendwas. Oh Gott. Weiß ich mal woher. No. Mein Muskelkater kann auch sehr nice sein. Dann weißt du, dass du was getan hast. Und viel getan hast. Das ist cool. Du wirst jetzt buff. Und deine Muskeln werden crazy. Aber gleichzeitig. Aua. Rute ich jedenfalls mit aus. Vielleicht irgendwie warm baden oder so. Das hilft immer. Ganz lustig, als die meinen Zahn spalten mussten. Aber waren auch nur zwei Weißhärtszähne. Oh Gott. Was habt ihr alles für Zahngeschichten? Aua. Aua, aua, aua. Weil ich sagen muss, ich kann da eh nicht so zu laden. Weil bei mir eigentlich einfach die Weißhärtszähne nicht gekommen sind. Ich weiß nicht, ob die noch kommen können. Aber ich glaube, irgendwie ab 21 können die gar nicht mehr kommen. Aber... Aber... Ja. Ja, ja, ja. Jedenfalls habe ich meine Weißhärtszähne immer noch nicht. Und ich glaube, die können jetzt auch gar nicht mehr kommen. Daher... Musselkader würde anders schmerzen. Oh no, denkst du, das ist irgendwas verzogen? Das würde mir echt leid tun. Sowas ist auch echt ass. Vor allem, wenn sich das länger hält. Doch, doch, die können noch kommen. Sag mir das nicht, Envy. Sag, nein, du. Die können absolut nicht kommen. Du bist jetzt safe. Du bist bestimmt niemals deine Weißhärtszähne gezogen bekommen. Das sagst du jetzt bitte. Meine haben sich auch erst mit 26 oder so angefangen zu schieben und ignorieren seitdem. Nein! Envy, ich kriege die nicht mehr. Nach 21 bekommt man die nicht. Absolut gar nicht. Das ist ja nichts, was ich für die nächsten Jahre geplant habe. Die können ja gar nicht mehr kommen. Was, Loser? Genau das. Ben? Benjoffen? Sorry, ich kann den Namen absolut nicht aussprechen. Aber ich meine dich. Und sag bitte dich immer noch nicht. Das kommt doch noch. Das kommt doch safe noch. Easy peasy. Vielleicht verspannt oder so. Das wäre ass. Gute Besserung, dir. Passt mir da alle gut auf euch. Das klingt alles nicht so gut. Wenn man auch Schmerzmittel ist, findet man halt manchmal lustig. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ich sage auch so, ich bin jemand, der auch so mit ein bisschen brutaleren und schmerzhafteren Sachen copet, indem er sagt, dass es lustig ist. Daher, also ich fühle den Spirit schon. Das mache ich auch sehr oft. Daher, ich war auch so, ich erzähle von irgendwelchen richtig nicht so coolen Sachen. Aber immer so, yo, mega funny. Und dann sehe ich irgendwas richtig doofes. Ja. Und dann ist meine Mama auch immer so, das ist absolut gar nicht lustig. Ich denke mir so, doch, ist ja irgendwie so, ne? Aber ja. Äh, soll Banjo-Fun heißen. Musst du die A's weglassen, weil ich einfach geben will. Ah, okay, okay. Banjo-Fan. 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 Banjo-Kazooie-Fan. In diese Richtung. Ich hoffe es mal. Sonst koalge ich mich einfach immer gerne. Nicht weglaufen, ich brauche dich noch. Backhund, bleib hier. Ah, okay, okay. Ja, mittlerweile ist mir nur schwindelig, aber denke, ist wegen dem Blutverlust, weil Schmerzen habe ich nicht mehr so. Ja, und wahrscheinlich auch wegen dem was zu Stress. Wahrscheinlich ist dein ganzer Kreislauf auch durch. Ich meine, einem würde allein schon schwindelig, wenn man sich nur ein Tattoo sticht oder ein Piercing sticht. Und du hast gerade sehr, sehr viele Piercings in deinem Mund gestochen bekommen und ein paar Knochen weggemacht bekommen. Daher, ich glaube, dein Kreislauf denkt sich auch so. Hallo, bin aber weg.de. Also, das glaube ich dir sehr, sehr gerne. So tackle ich meine mentalen Probleme im Game. Ja, sehe ich, oder? Sehe ich, sehe ich, sehe ich. Ich weiß, dass meine Zähne keine Kacke sind, weil Depressionen von vor zwei Jahren endet, zum Glück. Ja, ich kann damit leben. Solange du damit leben kannst und das nicht wehtut und so, ist das ja auch vollkommen okay. Das ist halt das Wichtigste. Es soll halt nicht wehtun. Sonst halt so. Ja, das ist eigentlich eh das Wichtigste. Hauptsache tut nicht weh und so kann ich gesundheitlichen schäden. Weil sonst leidet man ja zum Wissen dann irgendwie immer darunter. Ja, Benji-Kuzui. Okay, okay. Dann kann ich deinen Namen bemerken und aussprechen. Das ist gut. Danke für die Erklärung. Ich hatte mal Schmerzen, aber die waren nur kurz da. Okay, okay. So lange sie weg sind. Und ich meine, wenn du jetzt alles gut pflegst und putzt, dann wird das hoffentlich sich alles wieder aufbauen und auch an Schutz und so. No. No, no, no. Und am Ende des Tages, man kann ja an 10 fast alles irgendwie wieder heile, heile machen. Das Wichtigste ist eh einfach nur, dass es gesundheitlich dir damit gut geht. Ästhetik der 10 ist am Ende des Tages auch einfach nur random, ne? Ganz viele Fluffel-Lufs. Fluffel-Fluffel-Fluff. Dich wollen wir. Genau dich. Vielleicht sollten wir nochmal irgendein Hefel random ins Nichts schallern. Wir hatten uns 2-0 für die Fußball-Disserten. Ja, Mann. Eigentor. Eckstoß. Freistoß. Schiri. Ja. Gegnerspiel. Nicht Spaß. Aber das ist sehr nett, dass du das fährst. Irgendein Fußballfan wird das gerade gelesen, dann wird es sich gedacht haben, ja, Mann. Oder wird es sich gedacht haben, nein, Mann. Vielleicht bist es sogar du. Das Müller hat sowas. Sonnhammer. Kennt ihr das nicht, wo man früher, wo man dachte? Ja, komm, ich will nicht verenden. Verende Mittag Pause Zähne putzen, weil es zu lang dauert. Ja, Mann, mein Junge. Ich eine schon. Ey, ich lieb's so sehr. Ich weiß, wie du normalerweise schreibst. Ich lese deine Nachrichten ja öfters. Und ich lieb's so sehr, Nachrichten von Leuten nach irgendwie OPs oder Narkosen zu lesen. Ich meine, ich weiß, was du meinst. Aber safe. 100 pro. Ich weiß, was du meinst. Ich glaub, das ist halt so typisches Ding. Das gehört natürlich auch zur Selfcare und ist halt wichtig. Aber man merkt, glaub ich, erst zu spät, wie wichtig das eigentlich ist, würd ich sagen. Deswegen macht's immer Sinn, das von Anfang an zur Routine zu machen und auch so für einen selber zu machen, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ja, glücklich, 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 glücklich. Und den Rest der Nachrichten sehe ich gerade kurz nicht, weil ich so eine Werbeeinblendung hab. Aber gleich kann ich so ein bisschen lesen. Und ich könnte für dich, meine Jungs, ich so eine Scheu an Gnade. mein Gott, was ich mit dem machen würde. Ja, das sehe ich. Aber ich glaube, das denken uns ja bei vielen Sachen. Ich meine, wir lernen aus Fehlern von unserer Jugend. Hihi. Das Kind versucht beim Zähneputzen immer zu dribbeln. Safe. Habe ich auch immer gemacht. Habe ich auch viel zu lange, viel zu intensiv gemacht. Ich meine, als Kind findet man viele Hygienesachen auch mad unnötig, weil man den Sinn dahinter nicht versteht. Daher sehe ich. Sehe ich, sehe ich, sehe ich. Da erinnere ich mich eigentlich immer sehr gerne an diese Leute, die uns in die Schule gekommen sind, um uns das zu erklären. Bei uns hatten immer so eine süße Koronilpuppe dabei und haben uns dann damit gezeigt, wie man Zähneputzt. Das war cool. Ich glaube, ich habe gerade Bewegung in der Wohnung gehört. Also eventuell kriegen wir gleich Besuch. Oder geht nur aufs Klo. Das kann natürlich auch sein. Spark hat irgendwie weniger, oder? Will never mind. Ich glaube, ich sehe das auch noch nicht von weit weg. Da ist ja doch trotzdem einiges. Immer im See gucken. Das vergesse ich zu oft. Okay. Danke, Mascagato. Mascagato muss ja am Ende irgendwie einen Friedensnobelpreis bekommen, für was für Arbeit er hier die ganze Zeit leistet. Weil vielleicht nicht Friedensnobelpreis. Ich glaube, das würde nicht so sehr passen, für das, was er tut. Aber, ne? Irgendwas müsste man ihm geben. Das ist schon sehr lieb. Nein, wir müssen doch hier machen, bitte. In der Schule immer dieses Zeugs, wo die Zähne verfärbt wurden, wo man dann gesehen hat, wer nicht richtig kurz hat. Ja, genau das! Das war ja nicht. Das ist eigentlich echt crazy. Ich wünsche dir jetzt sowas in echt. Weil ich habe das Gefühl, ich kann es gar nicht mehr mit dir einschätzen, weil ich genug putze. Mal klar, sagt man irgendwie mit einem Timer und so, aber der Timer hilft mir jetzt auch nicht, dass ich weiß, dass jede Stelle gut nicht sauber ist. Durch das, dass ich Zahnarztphobie habe... Oh, okay, okay. Wo es bei mir angefangen hat, dachte ich auch, das kann ja nichts passieren. Ja, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, viele Leute haben Zahnarztphobie, ne? Meine beste Freundin hat das auch wirklich stark. Also, die kriegt auch richtige Anfälle davor und fängt an zu heulen und so. Das ist crazy. Ich meine, ich respektiere das natürlich, aber ich kann da halt echt nicht so viel zu sagen, weil ich hatte immer wirklich richtig gute Zahnärzte. Und mein jetziger Zahnarzt ist halt der Vater von Freunden von uns. Deswegen, ja, den kenne ich halt schon, seitdem ich ein kleines Kind bin. Scheiße, wir sind sehr cool miteinander. Deswegen habe ich, glaube ich, auch nie wirklich Angst bekommen. Okay, die lecklichen Zahnbürsten, die sagen, wo und wie viel du putzen sollst und musst. Uh, du bist smart. Das klingt gut. Das klingt sehr sinnvoll. Sind die denn bezahlbar? Weil ich benutze ehrlich gesagt immer Holzzahnbürsten, wegen Umwelt und so. Aber, ja, eigentlich ein bisschen vom Preis ab, ne? Ich kenne diese Zahnbürste, die so einen so anlächelt, wenn man alles richtig gemacht hat. Ist das so meine? Kein Plan, aber die halten. Wir regeln auch lange und elektrisch leider superior. Okay, okay. Ja, ich habe auch mal überlegt, mir eine elektrische zu holen. Ich habe von vielen gehört, dass die sehr viel besser sind, aber ich fühle mich immer so edgy mit meiner Holzzahnbürste. Weil ich weiß, dass ich genug Zähne gemutzt habe, bin mit Toilette gehen fertig. Okay, okay, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Hallo Kanonentum. Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Abend bis jetzt. Und ich dachte eben wirklich, sie spielt das mit Tivo roll. Ja, das habe ich auch gedacht, als sie den Titel eingestellt, habe ich auch gesagt, dass ich komme da safe darauf, dass ich verbundenen Augen spiele. Aber nee, ich kenne das Spiel einfach nur nicht, deswegen blind. Ich fühle mich auch cool mit meiner Bambuszahnbürste, aber naja. Ja, fühle ich. Ich habe halt auch diese Bambusholzdinger. Und da sind immer so süße Tiere drauf. Ich liebe das. Ich glaube, auf meiner Seite ist gerade ein Seepferdchen. Daher, ja. Aber nee, mit verbundenen Augen spiele ich das nicht. Das wäre aber auch ein bisschen zu wild bei dem Game, glaube ich. Aber wir Shiny hatten gerade Hefe. Also wir können auch die Story weiter spielen, aber die Story weiter zu spielen ist ja gar nicht so cool, wenn man die Shiny Hefe an der Seite hat. Verstehst du, Tom? Der Toiletten-Trick habe ich noch nie im Stichklassen. Sehe ich, sehe ich. Mir geht's super, aber ich bleib... Oh Gott, meine Stimme. Wartet kurz. So. Mir geht's super, aber ich bleib nicht lange. Musst noch duschen und bald pennen. Okidoki. Yes, yes, yes. Danke, dass du generell da bist. Und wie schlagt. Schönen Abend. Später schlafen und Träumchen. Das wird absolut wild, dachte ich auch. Ja, save. Also, nee, nee, nee. Ich habe das normale Spiel noch nicht immer gespielt. Ich spiele das noch nicht jetzt mit verbundenen Augen. Das wäre ein bisschen wild. Okay, da ist nix. Shiny, 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 shiny. Muss vielleicht gleich die ganzen Dinge im See schlafen schicken. Das sind jetzt schon einige. Ich glaube, die verhindern meine Spawnrate so ein bisschen. Vor allem auch diese ganzen Landentons, die jetzt hier chillen. Was ist denn los mit euch? Geh mal bitte weg. Ich habe irgendwie während dem Eingang verzittert, verschmerzt. Keine Ahnung, wo die Betäubung nachgelassen hat. Ja, ab einem gewissen Schmerzgrad und gerade bei Zähnen und gerade wenn es am Knochen ist, ist das ja sowieso crazy. Also macht Sinn, dass es da nicht komplett hält, ne? Ziemel krank oder wieso ist der nicht hier? Äh, der ruht sich gerade aus und er versucht, seinen Schlafrhythmus ein bisschen zu verändern, weil er ja bald der Dado 24 Stunden Stream ist und er geht ja wahrscheinlich von 15 bis 15 Uhr und deswegen will er seinen Schlafrhythmus einen Ticken anpassen und ein bisschen umschieben, damit das auch machbar ist und er nicht komplett tot ist dann. Weil er will das Event ja so gut es geht auch supporten und unterstützen, deswegen yes, yes. Und er hat sich auch mal ein bisschen Ruhe verdient. Deswegen oi. So. Versuche ruhig mal Pause machen. Ja, safe, safe, safe. Wunderbar. Bin ich auch sehr happy, wenn er sich ein bisschen Zeit für sich nimmt. Ich hoffe trotzdem, dass er wenigstens schlafen kann. Ich meine, eben als er kurz da war, der gesagt hat, kann gar nicht schlafen, aber hoffe mal, dass es mittlerweile besser ist. Okay, da sind noch mehr Hefels. Sehen aber alle nicht dunkler aus. Hm. I see you. Erst haben wir uns fixen wollen, um ihn dann wieder kaputt zu machen. Auch nicht liebst. Aber Timo und die Pause war die... Ja, ich meine, am Ende des Tages, ne, er wollte es halt fixen, damit wir ein bisschen mehr Zeit zusammen haben, aber dann bin ich halt krank geworden. Das heißt, mein Schlafrhythmus war dann sowieso non-existent, weil ich den ganzen Tag geschlafen habe, weil ich halt extrem am Arsch war. Das heißt, es hat halt nicht so viel gebracht und jetzt versucht es halt vor allem im Stream anzupassen, was ich komplett verstehen kann. Hm. Da höre ich auch. Mal sehen, mal sehen. Es ist so wild zu sehen, dass wir unterschiedliche Größen die teilweise haben. Mein Lieblings-Shiny? Ich würde sagen, Shiny zur Ruhe. Das ist, glaube ich, ein bisschen Basic-Antwort, weil es auch mein Lieblings-Nummern-Lismond ist, aber ich finde das Shiny schon wirklich sehr, sehr mwah. Sowohl in Hisui als auch in Normal. Ich mag die sehr, sehr gerne. Ja. Und sonst weiß ich gar nicht. Ich hatte letztens eine Antwort, aber jetzt gerade, das ist dieses typische, man weiß es eigentlich immer, wenn man da gefragt wird, hat man keinen Plan. Gib mir ein paar Tage, dann kann ich es dir wieder sagen. Ich habe da letztens noch drüber nachgedacht. Ich habe auch letztens noch zu Timo gesagt, ich glaube, das war mein Lieblings-Shiny, abgesehen von zur Ruhe. Und er war so, ja, das macht Sinn. Aber natürlich weiß ich es jetzt nicht. Understandable. Yes. Also zur Ruhe und zur Ruhe und zur Ruhe, beide. Beide Shinies. Ich hatte sogar damals auf Instagram einen alten Account, der hieß Shiny zur Ruhe Draws. Das ist sehr lange her, da war ich glaube ich um so 13, 14, kein Plan. Ja. Das war sehr cool. Da war mein Person auf der Account in Shiny zur Ruhe, wie der Name eventuell schon sagt. Okay. Okay, sagen wir noch, wir machen bis circa 10 nach und dann gehe ich mit Timo gucken, wie es ihm so geht. Ich habe so eigentlich gesagt, ich gehe um 23 Uhr dahin, aber wir können ja jetzt nicht um 23 Uhr 3 irgendwie Schluss machen. Also wenn wir überhaupt Schluss machen, ist ja voll die unbefriedigende Uhrzeit, dann nehmen wir mindestens 10 nach. Haben wir auch noch einiges geschafft. Ich weiß ja auch nicht, wie dann sein Stand der Dinge ist und dann schauen wir mal, wie wir weiter agieren. Hände ich weg. Mhm. Szenen nach kann er eigentlich noch gönnen, oder? Ich meine, es ist entspannt, ich beklage mich nicht. Und die ganzen Häfe zu denen war generell schön. Aber come on. Yes, das machen wir. Gleich besprechen wir erstmal alles. Und dann gucken wir weiter, was der Plan ist und wie es ihm geht. Ich meine, ich müsste halt eigentlich auch noch was arbeitstechnisch erledigen, deswegen. Ich meine, das hier geht gerade auch alles von meiner Arbeitszeit weg und ich muss es danach nachholen. Und ich muss sowieso schon einiges nachholen, aufgrund dessen, dass ich halt ziemlich krank war. Aber, ja, gucken wir schon alles. Ich bin einfach happy, wenn ich ihm jetzt ein bisschen Flas von der Schulter nehmen kann. Das ist erstmal das Wichtigste, das hat immer höhere Priorität. Und das hat er sich auch sehr verdient. Und zur Not hole ich einiges im Zug bald nach. Aber ich habe auch Luckweiz, zum Glück kein... Ah, ich habe auch Luckweiz, zum Glück keine sichtbaren Zähne sind. Okay, okay. Gut, macht halt Sinn bei Weißheitszähnen und so, ne? Ich weiß, mein Bruder, also das haben richtig viele Leute. Aber unter anderem auch mein Bruder haben auch einfach einen Zahn, der keinen erwachsenen Zahn bekommen hat. Der ist an der Stelle, ich glaube hier unten rechts, ein Milchzahn ausgefallen. Und der andere Zahn ist liegen gekommen. So ist dem Väter jetzt halt ein Zahn. Und das ist vollkommen okay. Das hat keine gesundheitlichen Konsequenzen, aber ist auch wild. Und ich kenne voll wieder, die das haben. Aber bei mir, ne? Ja. Timo powert, der schlaft ja gut durch. Yes. Wichtig und richtig. Wenn er jetzt hoffentlich mal schlafen konnte. Schon gesagt, ich weiß nicht, ob du dabei warst. Aber um so circa 20, 21 Uhr kam er mal kurz vorbei und hat gesagt, dass er gar nicht schlafen kann. Und dass er voll K.O. ist und die ganze Zeit versucht zu schlafen, aber es nicht klappt. Und das tat mir sehr leid. Deswegen hoffe ich, dass er mittlerweile überhaupt schlafen konnte. Mein Kollege zahlt die Behandlung eher so, wenn du dorthin gehst, zahle ich die komplette Behandlung. Ich so, dein Ernst? Oha! Aber das ist mega sweet. Das ist gut. Es ist sehr, sehr schön, wenn dein Kollege so auf dich aufpasst. Mein gesundheitliches, wie schon gesagt, gesundheitlich? Gesundheit ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und das ist schön, wenn du jemanden hast, nicht dann so indirekt dahin nötig. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Zählt, solche Kollegen sind mega wichtig. Sowieso. Daher Shoutouts an den Kollegen. Hallo, Maril. Es geht. Pew. Deswegen, das ist sehr, sehr sweet. Aufeinander gesundheitlich aufpassen. Gigawichtig. Hallo, ihr Kleins. Ich passe auch gerne auf euch auf. Also werde shiny. Ich wollte eigentlich Smash grinden. Weiß aber nicht, ob ich es wirklich machen sollte. Auch wenn ich, denke ich, meine Leistung erbringen sollte im Ladders Grind. Aber das ist sehr, sehr cool, wenn du überhaupt da grinden kannst. Also ich finde es immer cool. Ich meine, es hängt mir ein bisschen davon ab. Erstens, was du erreichen willst. Und zweitens, ich will Zeit dafür hast. Weil ich hätte auch mal wieder Bock, irgendwie so in League ein bisschen rein zu grinden. Aber ich weiß halt jetzt schon, dass ich nicht genug Zeit habe, da irgendwas zu reißen. Das heißt, für mich lohnt es sich das halt nicht wirklich. Dann spiele ich das halt eher aus Fun. Und einfach ein bisschen silly goofy. Aber ich glaube dir, dass du da einiges reißen kannst. Daher go for it, honestly. Hat auch Sorgen zum Teilschiss wegen den Kosten. Sehe ich, sehe ich. Let's go, Knaborn. Ja, Mann. Level up. Hat das so ein... Ich will mal eine W-Cup-Upset holen. Ja, dann. Dann, let's go. Das ist cool. Dann, dann sehe ich das. Das wäre cool. Mein Grinden kann auch immer helfen, einfach um zu trainieren. Und ich freue mich, dich da zu performen zu sehen. Das wird sehr, sehr cool. Ich meine, ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht so drin in Smash. Also im Sinne von, ich weiß mittlerweile einiges. Aber vieles definitiv auch nicht. Ich bin jetzt nicht so krass im Smash-Law. Aber das, was ich verstehe, finde ich cool. Und ich supporte dich all the way. Okay, okay. Gleich zehn. Ah, uh, ding dong. Letzte Hefel-Rotation oder so. Kein Plan. Ich denke mal, für die Sekunde dieser Junge wäre irgendwie so monstikomisch aufeinander stehen. Was denn da passiert? Okay, ihr seht auch alle normal aus. Okay, okay. Das kann doch hier auch mal wieder bitte was spawnen. Hallo? Entschuldigung. Nicht nur Fluffel-Loops. Was ist das denn? Das sind ja wirklich nur Fluffel-Loops. Was wollen die denn von mir? Na gut, dann legen wir noch die ganzen Fluffel-Loops. Oh, da hinten ist ein Hefel. Da hinten ist ein Hefel. Da sind zwei Hefels. Die nehmen wir noch mit. Und dann gehe ich zu Timo. Du bist das letzte Hefel des heutigen Abends. Vielleicht. Vielleicht machen wir da noch weiter. Ich weiß es nicht. So. Dann kommen wir her, Maskagato. Ihr schaut euch jetzt weiter an, wie sich da was rummer bewegt. Ich gehe ganz kurz zu Timo. Passt gut auf den Streamer auf. Passt auf euch selber auf. Und wir sehen uns gleich. Ich gehe ganz kurz zu Timo. 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 Das ist so gemein, wie dunkel die alle in dem Licht aussehen. Ich dachte gerade so, mein Gott. Das ist shiny heaven. Aber das ist safe. Einfach nur das Licht. Ja. Nee. Das ist kein falscher Bait. Das kommt safe. 100%ig. Luigi is a crime. Ich glaube, damals auf der Wii war das so ein Smashmeter, wo Meta Knight so stark war. War das das? Ich glaube schon. In meinem Kopf habe ich Pit gespielt und alle haben die ganze Zeit darüber geredet, wie unfair Meta Knight ist. Ich glaube, das war das. Gott, mit einem anderen Spiel ist echt ätzend. Tut mir leid. Mit einem ADS ist es zum Teil auch sehr schwer, die Motivation zu finden. Wenn man keine Steigerung sieht, frustriert es einen dann. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Das verstehe ich. Ich glaube aber generell, wenn man keine Steigerung sieht, ist das frustrierend. Ich wollte mir dieses halbe Rust eigentlich... Ja, okay. Fair enough. Fair enough. Ich meine, was soll ich sagen? Ich habe Pit vor allem gespielt wegen dieser 1-Spam-Attacke, weil ich die sehr spaßig fand und weil meine ganzen Freunde, die nicht so viel Ahnung vom Game hatten, da halt nichts gegen machen konnten. Dementsprechend bin ich jetzt auch kein gutes Beispiel für faires Gameplay. Aber der ist schmal, der ist, sage ich da immer. Genau das. Hallo, Fluffelhoff. Was geht? Du verdienst ein Biss. Gut, dann haben wir jetzt noch nicht null Zeit, Hebel zu finden. Und dann gucken wir nochmal nach Timo-Momo-Momo nach. Timo-Momo-Momo. Bye-bye. Was hat das denn damit zu tun, Rumi? Das ist crazy. Ich wusste nicht, dass es miteinander verlinkt ist. I mean, anscheinend, aber... Das wusste ich nicht. The more you know. Oder das ist irgendwie wegen dem Zucker. Oder so ein Ding. Weil mein Wissen, was alle essen, ist leider ein bisschen begrenzt. Ich weiß, dass einige meine Freunde das haben. Aber... Das heißt, ich weiß halt, was die mir erzählen. Und so. Aber mit Schokolade und so? Absolut kein Plan. Du bist in der Stuhl so unbequem. Es tut mir leid, ich muss mich ein bisschen umrecken. Was quarkst du mich so an, mein Freund? Let's go, Maske, Gage. Du machst das. Nummer eins. Nummer zwei. Nein, nicht untergehen. Okay, was auch immer das war. Ich ignoriere es mal. Bin bei sowas eher sehr streng, weil ich als Besoffener weiß, wie scheiße die Beeinträchtigungen im Alltag sind. Okay, okay, ich verstehe. Wegen Zucker, Hiblik, etc. Frag mich nach, warum. Okay, okay. Ja, ich meine, ich glaube, damals, als du in der zweiten, dritten Klasse war, war generell das Gebiet und die Nachforschung da eh noch eingeschränkt. Mein... Ich glaube, da wurden auch... Also nicht, um das jetzt in Frage zu stellen, das hätte bestimmt irgendwie seinen Sinn. Aber ich glaube, vor allem damals wurden auch teilweise Sachen praktiziert, die noch nicht so... Die einfach getestet wurden, ob das irgendwie Sinn macht. Wenn ihr wisst, was ich meine. In der Weile haben doch eh sowieso wieder ADHS. Ja, kommt drauf an, aber es ist ein bisschen eine schwierige Aussage, wenn du zwei ADHS heute jetzt so hast. So, ich würde dir jetzt nicht so hart eine Frage stellen. Weißt du, Mutti? Aber an sich verstehe ich, was du meinst. Ich meine, das klingt ein bisschen wie so eine Aussage, die so ein 40-Jähriger trifft, der jetzt irgendwie sagt so... Ja, jetzt sind ja neuerdings alle queer und alle haben ADHS. Weißt du, was ich meine? Also du meinst, das ist bestimmt irgendwie so bezogen auf TikTok und dass die Aufmerksamkeitsspanne kleiner wird und sowas. Aber ich glaube, Degon... Ich kann echt nicht mehr reden. Ich bin echt k.o. mittlerweile. Dings. Diagnostiziertes ADHS, glaube ich, immer noch mal was anderes, gell? Ich denke, ADHS wird halt eher die Norm, meine ich, besonders durch Generation TikTok. Sehe ich, sehe ich, aber ich glaube, antrainierte Verhaltensregeln und Muster sind ja... ...die man durch TikTok und sowas annimmt, sind ja trotzdem noch mal was anderes als diagnostiziertes ADHS. Früher wurde es halt leider nicht oft diagnostiziert mittlerweile, es ist eher bekannter... Ja, safe. Na man, Smash geht echt nicht. Fair enough. Okay, dann nicht. Aber trotzdem nice, dass du es versucht hast. Ich meine, man muss auch sagen, also die Friends, die ich habe... ...meine Stimme, die ADHS haben, die sind jetzt nicht durch TikTok irgendwie anders geworden. Die mögen TikTok, ehrlich gesagt, sehr, sehr gerne. Also ich sehe euch jetzt zwei sehr, sehr, sehr gute Freunde von mir, haben sehr starkes ADHS. Und die viben, ehrlich gesagt, eher damit. Denen hilft das sehr, weil die das nebenbei laufen lassen können und die dann so ein bisschen am viben sind, weil die dann von allen Seiten beschallert sind und für die ist das sehr, sehr vorteilhaft. Ich glaube, das ist noch mal was anderes als Leute, die durch TikTok eine kleinere Aufmerksamkeitsspanne bekommen haben. Ja, safe. Deswegen, ADHS ist angeboren. Ich glaube, das ist nicht so, dass man sich irgendwie durch TikTok antrainiert. Man muss ja auch sagen, kürzere Aufmerksamkeitsspanne ist nicht gleich ADHS. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine ADHSler Freunde eine signifikant kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben. Oft ist es einfach nur anders, wie deren Aufmerksamkeit funktioniert. Also als Beispiel solche... ...ne gute Freundin von mir, die hat das relativ stark. Und bei der ist es halt jetzt nicht so, dass die mir irgendwie schlecht dazuhören kann, sondern die kann sich besser konzentrieren, wenn sie nebenbei mehrere Sachen gleichzeitig macht. Also solche arbeitet die immer, hört gleichzeitig Musik und schaut gleichzeitig an ihnen. Das ist was ich solche niemals könnte, aber nur so kann die sich konzentrieren. Und ich glaube, das ist ein bisschen was anderes als eine kurze Aufmerksamkeitsspanne zu haben. Aber I don't know, ich bin da wie schnell auch gar kein Profi drin. Ich habe keinen Plan. Das, was ich weiß, ist gefährliches Halbwissen von den Leuten, die ich kenne. Und ich würde das nicht alles gleichstellen, nur weil ich eine ADHS-Person oder ein paar mehr kenne. Heißt das nicht, dass ich irgendwie qualifiziert bin zu sagen, wie sowas funktioniert und tickt. Absolut kein Plan. Oh ja, safe irgendwie. Lehrer müssen halt besser auch geklärt werden, also in meinen Augen. Ja, safe, wundertpro. Ich glaube, da wird aber einiges gemacht, I guess. Ich glaube, das Problem, was man auch sagen muss, teilweise sind es halt auch weniger die Lehrer und mehr das, wie das Schulprogramm praktiziert wird. Weil ich sehe schon, dass jetzt nicht jeder Lehrer für jeden Schüler eine andere Lernmethode machen kann. Vor allem, wenn das Lernprogramm hier an sich gleich bleibt und dafür halt eine gewisse Lernmethode gebraucht wird. Dann ist es teilweise auch, glaube ich, ein bisschen schwierig für den Lehrer, das umzuhänken. Um zu wänken! Deswegen, vielleicht macht es auch irgendwie Sinn, eine Möglichkeit zu finden, wie man individuell auf verschiedene Lernarten und Konzentrationsarten eingehen kann mit dem Lernstoff. Irgendwie sowas. Ich glaube, das wäre smart. Ja, danke, jeder kann das mit der Diagnose um. Ja, ja, safe, das sowieso. Das ist ja am Ende des Tages, muss man sagen, auch zu einem gewissen Gartenspektrum und jeder ist unterschiedlich und unterschiedlich stark von Dingen betroffen. Ähm, viele neurologische Erkrankungen wurden erst in den letzten Jahrzehnten an den heutigen Punkt erforscht und Behandlungsmethoden entwickelt. Yes, daher kommt es einem so vor, als wäre neu und das haben jetzt alle, wo du früher einfach durch Unwissen nicht erkannt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, ich denke schon, dass es zu einem gewissen Grad es leider dadurch auch gerade zu vielen Fehldiagnosen kommt. Das denke ich schon zu einem gewissen Grad, gerade bei HDRS. Also, es ist schon so und ich hasse es da zu sagen, aber es stimmt einfach, dass gerade durch TikTok ist das ja zum gewissen Grad auch ein Trend geworden. Und zum gewissen Grad wird heute oft Prokrastination zum Beispiel mit ADHS, was nicht diagnostiziert ist, ähm, schön geredet, so, von Leuten. Aber damit würde ich niemals sagen, also am Ende des Tages, wenn jemand sagt, dass er glaubt, dass er das hat, dann glaube ich das erstmal, für mich macht das halt eh keinen Unterschied, so, ne? So, das muss ja jeder dann für sich selber wissen und jeder muss sich selber ausmachen. Ja. Ja, 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 ja. Und wie schon gesagt, bei jedem sieht das ja auch eher anders aus. Also, who am I to judge? Ich habe ja eh keinen Plan. Ich bin gleich wieder da. Ich schaue mal, ob ich irgendwas gegen die Schmerzen machen kann. Ja, bitte, oh Gott, kümmer dich bitte gut darum. Wie schon gesagt, zur Not irgendwie eine warme Dusche oder so. Pass bitte gut auf dich auf. Sam, ich war auf TikTok schon so, deswegen war ich von TikTok eher gefesselt als neurotypische. Das glaube ich, das glaube ich. Und das ist zum Beispiel so, ich glaube, das ist das, wo ich den größten Unterschied verstehe und merke, weil bei mir ist es sicher das Gegenteil. Ja, mich stresst TikTok halt wirklich mega, so. Das macht mich richtig fertig. Erstens dieses, dass ich die ganze Zeit beschallert bin, dann dass es die ganze Zeit so schnell ist und dass ich das irgendwie gar nicht drin behalte und dass es so viel auf einmal ist. Ich kann das so, ich will so gar nicht, gar nicht ab, wirklich. Also, ich verstehe, wie man von Reels gefesselt ist. Safe ist es nicht, dass ich da nicht auch mal irgendwie ein paar Stunden dran hänge. Aber für mich ist das meistens eher überfordern und es laugt mich eher aus, während die Freunde, die ich kenne, die das haben, davon eher so schreiben. Und für die tut das eher sehr gut. Habe Gruppenarbeit gehasst, konnte allein immer am besten arbeiten. Yes, safe. Wobei das bei mir zum Glückwissen gerade auch so ist. Ich glaube, das ist teilweise so einfach eine Arbeitstypensache. Ich weiß nicht, ob das so viel mit ADS zu tun hat. Aber wie schon gesagt, ich habe echt nur gefährliches Halbwissen. Ich weiß es nicht. Ich kann da nicht so viel zu sagen. Vielleicht hat es auch was damit zu tun und dann ist das valid. Tiko greift das Belohnungssystem unseres Gehirns an. Safe gibt sehr gute Videos auf YouTube zu dem Thema. Ja, das sowieso. Ich meine, wenn es stimmt, was Timo eben gesagt hat, dann ist es jetzt in Amerika gebannt, was sehr, sehr wild wäre. Ich weiß nicht, ich habe da selber jetzt noch nichts zu gelesen. Daher absolut kein Plan. Aber wäre auf jeden Fall wild, vor allem jetzt den Unterschied davon zu sehen. Ähm, vielleicht jeden ist ein Aufgangsspanne oder ADS zu gelesen, halt anzugucken. Safe. Ich glaube, so ADS zu gelesen ist halt auch mega schwer, besonders im wachsenen Alter. Ja, das stimmt, das stimmt. Vor allem heutzutage. Weil ich sehe, es ist schon so, dass ich auf TikTok mega oft so TikTok sehe. So, yo, wenn du das hast, hast du ADS. Und dann sind das so Sachen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das habe ich, das hat fast jede zweite Person, die ich kenne. Und deswegen finde ich das, glaube ich, so ein bisschen schwierig. Weil viele Sachen, die jetzt solche auf TikTok benutzt werden, um zu sagen, yo, dann hast du ADS, sind einfach so Sachen, die halt sehr, sehr, sehr verallgemeinert sind. Und dann ist das auch ein bisschen schwer darzustellen. Weil ich würde zum Beispiel sagen, so die Sachen, die meine Freunde erzählen, die die diagnostisches ADS haben, das trifft halt solche Null auf mich zu. Deswegen denke ich nicht, dass ich auf diesem Spektrum bin. So, kein Plan. Ich bin keine professionelle Person. Und dann sehe ich halt manchmal so Sachen, die Leute auf TikTok erzählen und sagen, ja, das ist so typisch ADS, dass ich das und das gerade wieder habe. Und vielleicht stimmt das auch. Ich will das gar nicht irgendwie kleinreden oder schlechtreden. Aber das sind dann manchmal so Sachen, wo ich mir so denke, ich kenne literally niemanden, bei dem das nicht exakt so ist. I don't know. Und das tut mir dann so ein bisschen leid, weil ich dann auch keine Ahnung habe, so... Ich habe das Gefühl, dann ist es als ausstellende Person auch immer schwieriger zu identifizieren. Und nicht, dass es was Schlechtes ist. Jeder soll bitte über seine Erfahrung reden und seinen Erfahrungsbericht teilen und so. Und ich will da gar nicht irgendwie was judgen und sagen, dass man da nicht das Recht so hat, nur weil das auf andere Leute zustrifft. Aber ich glaube, mittlerweile ist halt das allgemeine Bild vom Internet, von ADS, so verallgemeinert worden, dass das ist so ein bisschen... Das hat so ein Vibe von so... Das ist echt ein harter Vergleich. Und bitte versteht das nicht falsch, weil ich das wirklich null damit gleichstellen will. Aber manche Leute, die so fest darauf beharren, die teilweise auch absolut nicht diagnostiziert sind, haben so ein bisschen Vibe wie so Sternzeichen und wo man dann so in Sternzeichen mega viel reinredet. Und ich habe auch gar nichts gegen Leute, die an Sternzeichen belieben. Aber das sind halt teilweise so verallgemeinerte Sachen, die so auf Gefühl, die jeden zutreffen, der so ein bisschen quirky und kreativer im Leben. Und dann finde ich das immer ein bisschen wild. Und das tut mir dann auch leid, weil ich auch einige kenne, die halt ADS haben, die sich dann darüber aufregen, weil die das Gefühl haben, dass es dann weniger ernst genommen wird, wenn das jetzt einfach nur so ein quirky TikTok-Ding ist. Daher glaube ich, das ist ein sehr kompliziertes Thema. Und ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts gesagt, was irgendjemand da offendet. Ich will niemanden irgendwie kleinreden oder die Erfahrung von irgendjemandem infrage stellen oder so. Ja. Ich meine, das ist an sich ein sehr, sehr, sehr spannendes, sehr, sehr vielseitiges Thema. Und wie schon gesagt, ich bin auch in no way, shape or form, irgendwie qualifizierter, irgendwas Smartes, Gutes sozusagen. Deswegen nehmt bitte sowieso das, was ich sage, nicht für bare Münze. Ich habe absolut keine professionelle Meinung, was das angeht. Ich habe nur die ausstehende Meinung und das, was ich von meinen Freunden halt sehe. Und jetzt träge ich kurz was und dann lese ich alle eure Nachrichten. Sorry. Okay, also ich konnte zum Glück super mit meinem Hausarzt über meine Bedenken reden und habe eine Überweisung bekommen. Die haben dann Tests und dann weiß ich mehr, es wurde rückwirkend einfach so viel erklärt, beim Mobbing ein bisschen zu verhalten auf Arbeit. Das ist sehr, sehr schön. Das freut mich sehr. Das ist auch das Ideale, soll das sein. Ich finde es sehr spannend, gibt auch krasse, viel geschlechtsspezifische Unterschiede. Das kann auch sehr gut sein. Gar kein Plan. Ich finde generell, dass die Gesellschaft noch mehr sensibel werden soll. Thema ADS, weil ich viele YouTuber auf falsches Bild zu ADS zeigen. ADS ist so viel mehr als Hyperaktivität oder vermilderte Frustration, Kontrolle oder man hat eine niedrige Abwärtsschnittspanne. Es ist viel mehr safe. Das glaube ich hundertprozentig. Das glaube ich hundertprozentig. Ja, gerade durch die Selbsttests und Videos denkt jeder, er wisse, was ADS oder Autismus ist. Ja, genau, das meine ich. Und das tut mir echt leid. Beziehungsweise es wird da ein falsches Bild vermittelt. Hundertprozentig. Und dann stehe Anzeichen. Ja gut. Das stimmt, das ist so tricky, weil einige Symptome reinspielen und gefühlt nichts gingen, seit ich ausschließe oder bestätige. Safe. Und froh, dass ich die Diagnose früh bekommen habe. Ich glaube, das macht es zum gewissen Grad echt am einfachsten. So ist es bei dir, dass du nie jemanden auf den Schlips treten willst. Ja, ich finde das wichtig. Warum sollte ich auch? Ich bin ja nowhere in diesem Playzone. Ich kenne mich ja auch nicht genug aus. Warum sollte ich irgendwelche Aussagen zu denen bringen, mit denen ich mich nicht auskenne? Abgesehen davon, nicht scheiß auf Sternzeichen-User. Ich kenne ein paar Sternzeichen-User, die ich sehr, sehr, sehr lieb habe. Ich glaube, das ist mehr so, warum soll ich Leuten auf den Schlips treten, die ich lieb habe? Ich respekte das. Ich habe auch so viele Cursed-Hobbys und Interessen. Warum soll ich dann andere Cursed-Hobbys und Interessen judgen? Das ist ja dann einfach nur ein richtiger Opfer-Move von mir. Wer bin ich denn, das zu machen? Wie früher ist es besser? Das glaube ich, glaube ich, glaube ich. Also super, Lou, Dankeschön. I try my best. Zweite Klasse war da sieben oder so. Ja, ich glaube, das ist dann nochmal so am eindeutigsten. Vor allem jetzt ist es halt gerade, glaube ich, echt wild, weil das bei vielen passiert. Dr. Lou, I try, I try. Aber es ist schon im Kindergarten die Diagnose bekommen. Okay, okay. War ein bisschen weg. Was habe ich verpasst? Leider kein Shiny-Häfel, aber wir arbeiten dran. World War 3, bitte nicht. Bitte absolut nicht. Wie läuft die Jagd? An sich gut. Ich bin aber noch sehr glücklich, die ganzen Häfel zu sehen, weil ich sagen muss, gerade spawnen für meinen Geschmack zu wenig Häfel. Das gefällt mir nicht. Im Stream gibt es keine Shinies. Entschuldigung, Ruby, soll ich dir mal was zeigen? Also was ist denn das hier? Weißt du, wann wir das gefangen haben? Genau, heute. Also, in diesem Stream gibt es Shinies. Genauso wie das hier. Das habe ich zwar nicht heute gefangen, aber wann anders. Genauso wie das hier. Habe ich zwar auch nicht heute gefangen, aber wann anders. Aber das. Das war heute. Also gibt es heute Shinies. Mhm. Na toll. Kriegen wir easy hin. Der kommt noch. Der kommt noch sowas von. Ich rieche den bis hier. Ich rieche die knusprige Hefe. So. Das war zu, wo der DC erstellt. Nein! Es gibt ja sogar einen Clip, weil ich das sehr professionell gefangen habe und das überhaupt nicht irgendwie weird war und fast gespawnt wäre und so. Nein, nein, nein. Razor hübsch ist ehrlich hübsch. Das stimmt. Razor hübsch ist sehr, sehr hübsch. Nein, sag das nicht, Luise. Bitte nicht. So funktioniert das hier nicht. Ich kann das da gar nicht aufbrauchen. Hefe ist ja besonders. Der kommt ja trotzdem. Nur mit Razor kostet er, weil sie keine Shinies kriegt. Nein, 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 nein. Sag das nicht. Wo ich bin ehrlich, wenn ich mich dazwischen entscheiden muss, ob ich jetzt Shiny Hefe bekomme oder eher Shiny Labras bald, würde ich ihm das Shiny Labras eher gönnen. Ich glaube, das sind nochmal so viel mehr Schmerzen und so viel mehr Tortur und Abenteuer, die da gerade abgehen. Da gönne ich ihm ehrlich gesagt. Du hast so 105% recht. Ruby, was soll das denn jetzt? So, komisier das hier aber nicht. Und dir solche Tattoo stechen, weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir nochmal. Dachte, wir belieben hier. Es gibt noch verschiedene Hyperaktivitäten. Die visuelle Hyperaktivität noch verschiedene. Wenn ich alle aufschreiben könnte, Stunden damit verbrauchen. safe, safe, safe. Hundertprozentig. Ich weiß, auf dem Elbenwald-Festival habe ich jemanden kennengelernt, der auch sehr deep in dieses Thema war. Was ADHS und ADS und alle Unterschiede und alle Formen davon. Aber absolut kein Plan. Der war da sehr drin und sehr interessiert davon und konnte das alles aufzählen. Ich war einfach nur impressed von seinem ganzen Wissen. Daher, da gibt es ja wirklich, ja, ne, ist halt alles sehr divers. Ich meine, man muss halt sagen, um jetzt wieder auf das Thema zurückzuschlenken, da gibt es ja auch keine irgendwie so finalen Antworten zu, muss man einfach sagen, weil erstens ist das sowieso ein Spektrum, zweitens zeigt sich das bei jedem anders und drittens hat man ja trotzdem noch einen unterschiedlichen Charakter. Also, ob du Intubate oder Extubate bist, wird ja wahrscheinlich nicht irgendwie von ADHS größtenteils abhängen. Das ist ja, also gewisse Charaktereigenschaften entwickelt man ja auch definitiv unabhängig davon, mal ist ja kennt. Irgendwie nur davon abhängig. Das heißt, es wird sich sowieso bei jedem nochmal unterschiedlich zeigen. Shiny Lapras aber auch einfach schöner als Shiny Hefel. Oha! Aua! Nicht der Hefel-Hate. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das fühle. Bin ich ganz ehrlich mit dir. Wo kommt der Hefel-Hate denn jetzt her? Ich meine, ich bin ehrlich, Shiny Lapras schon wirklich schön, aber Shiny Hefel ja einfach generell schön. Muss ja nicht mal ein Shiny schöner sein als Shiny Lapras, weil es ja generell diese gottesgleiche Form, das ist Perfektion als Wesen. Superer Shiny schon awesome. True. True, 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 true. Deswegen, ich freue mich auch darüber. Das ist süß. Und ich meine, Marill war mehr oder weniger eines meiner ersten random Shinies, was ich jemals gefunden habe. Deswegen ist das irgendwie süß. Es gibt mir Nostalgie. Das macht mich happy. Oh, ich wollte das gar nicht so verhalten. Na ja, dann müssen wir es jetzt halt fighten. Upsi. Und ja, ich lerne schlechend im September, actually. Du kriegst das Shiny. Let's go. Alle grüftigen Shinies finde ich persönlich ganz schlimm. Safe. Aber Azumarill ist doch, glaube ich, gar nicht mehr grün, oder? Ist das nicht Gold? War das nicht so ein Ding? Wird das nicht gelb? Genau, ist doch Gold. Yes, safe. Yes, yes, yes. Mein erstes Shiny war Blutzuck. Ui, auch cool. Ich meine, das fällt ja noch nicht mal so richtig auf. Das hat ja einfach nur einen blauen Mund, wenn ich mich irre. Daher, guten Job. Und zum Stechen, yes, ich werde im September mir beibringen. Ich hätte es zum Stechen, da freue ich mich sehr drauf. Das wollte ich immer mal machen. Und ich denke, nun ist die Zeit reif, das endlich anzupacken. Bis jetzt hatte ich nie so wirklich Zeit oder Geld dafür, aber jetzt gibt es kein vorbei. Ich habe es mir als Ziel genommen für September, also muss es jetzt kommen. Und ich habe ja auch das Glück, ein paar Süßies zu haben, mit denen ich das supporten. Deren Tätos habe ich sowieso schon Design-Nerbs. Erst da kriege ich ein bisschen Practice, wo ich mir ganz viel Fake-Out und lerne alles von Hygieneregeln, Pipapo, zu Stechtechniken und so. Und dann sind erst meine eigenen Beine dran und ich trainiere ganz viel. Und irgendwann, nach ganz, ganz, ganz viel Training, habe ich das Gefühl, yo, jetzt kann ich Leute stechen und dann sind da noch irgendwann Leute dran. Bin mal weg. Okidoki, wie schon gesagt, gute Besserung dir, pass gut auf dich auf. Einen guten Heilprozess, ruhe dich bitte aus. Du hast bestimmt noch sehr viel Schlaf, was du nachholen musst. Und bis zum nächsten Mal. Yes. Immer diese Fake-Ausreden. Imagine mal Tattoos, disgusting. Ja, eine richtig grobe Schleude mit Tattoos. Weiß gar nicht, wer das haben will. Hust, hust. Ich freue mich, wenn ich mir mal wieder welche machen kann. Bald, bald, bald. Ich muss mich noch entscheiden. Ich glaube, als nächstes ist meine Wirbelsäule dran, aber ich muss mal gucken. Er hat da sehr Lust zu. Weil ursprünglich wollte ich meine Beine weiter bearbeiten. Die sind ja gerade dabei, sich immer weiterzufüllen. Aber wenn ich eh Platz brauche, um mich selber zu stechen, dann soll ich eigentlich meine Beine so freilassen, wie möglich, weil das ist halt ein Sport, wo ich gut bei mir selber üben kann. An der Wirbelsäule kann ich das bei mir selber schlecht. Nein, 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 Luisa. Also ich steche dich gerne, wenn ich kompy bin, Leute zu stechen. Aber ich will niemanden irgendwie als Testobjekt benutzen. Dann würde ich mich, glaube ich, schlecht fühlen. So, wenn ich generell Tests mache, mich schon kompy fühle, dann gerne. Aber bevor ich mich nicht komplett kompy fühle, würde ich mich, glaube ich, auch einfach schlecht fühlen. Und yes, du kriegst auch noch den Ogapon-Tattoo safe. Und dankeschön, dankeschön. Und das ist okay, Banjo. Das ist vollkommen in Ordnung. Man muss es ja auch selber wollen und mögen. Bei mir war es halt eigentlich schon immer klar. Also ich wusste schon als kleines Kind, dass ich irgendwann komplett zugetatet sein werde. Daher, yes, yes. Aber es muss ja sowieso jeder für sich selber entscheiden. Meine längste Session von einem Tattoo oder wie viele von mehreren an einem Tag zählt das auch? Weil bei mir ist es so ein Ding, ich lasse mir immer Tattoos symmetrisch stechen. Also nicht exakt dasselbe zweimal, aber als einfaches Beispiel. Ich habe solche zwei Zuckuhrs an exakt der selben Stelle meines Beines oder zwei Fledermäuse an der exakt der selben Stelle. Solche habe ich unter dem Knie jeweils ein Fledermaus. Auf der einen Seite eine Vampir-Fledermaus und auf der anderen Seite eine große Fledermaus. Halt so mache ich das. Oder als einfaches Beispiel, was ich zeigen kann. Meine Handgelenke, die beiden. Das heißt, ich mache halt alles in meinem Körper immer symmetrisch. Und meine längste Session machen, glaube ich, die beiden Fledermäuse unter meinen Knien. Die sind noch, glaube ich, die größten, die ich habe. Oder die auf meinen Waden hinten. Ich weiß nicht. Und wie lange haben die gebraucht? Ich weiß es gar nicht. Also es ging eigentlich. Die sind jetzt auch nicht gigariesig. Es geht auf jeden Fall größer. Ich sage, keine Ahnung, vier Stunden? Fünf Stunden? Irgendwie so was umdrehen. I guess. Ich weiß es nicht. Ich habe die Zeit nicht gestorben. Ich glaube, ich war um irgendwie zwölf oder eins da und bin halt abends gegangen. Also, ja. Können schon fünf Stunden sein, wenn nicht noch länger. Gar keinen Plan, ehrlich gesagt. Bin einfach happy, wenn es durch ist. Und ich habe rausgefunden. Eigentlich bin ich nicht empfindlich, was Schmerzen angeht oder was Haut angeht. Ich habe ja auch eine relativ starke Hautkrankheit, die gerade zum Glück sehr gut zurückkommt, weil ich wieder angefangen habe, Medikamente zu nehmen. Aber normalerweise habe ich immer sehr, sehr viele Wunden, Krusten und blutige Haut und so. Pipapo. Zack ein bisschen, aber ist halt so. Deswegen bin ich eigentlich Schmerz an der Haut gewöhnt. Deswegen dachte ich, ja gut, Tätos werden ja easy. Aber nein, ich weiß nicht warum. Aber diese Art von Schmerz hat mich so weggewumst. Ich kann es nicht beschreiben, aber keine Ahnung. Alle meine Freunde sind so, ja, Bein, bin ich eingeschlafen beim Tätowieren? Ich dachte mir so, easy, okay. Bein tätowieren wird ja easy. Der fängt an. Ich denke, scheiße, ich sterbe. Ich meine, ich lebe noch, aber Pleasant ist jetzt auch was anderes. Bei mir war es schon so mit 8 Stunden. Oh damn. 8 Stunden ist auch wild. 8 Stunden ist wild. Ich bin mal gespannt. Ich meine, wenn ich jetzt die Wirbelsäule wirklich zuballere, dann wird es bestimmt auch recht lange dauern. Aber wir werden sehen. Ich meine, mein schmerzhaftes Tattoo war actually mein kürzestes Tattoo. Ich habe ja vier rote Xe hier auf meinem, zwischen meinen, Hubs, so, meinem Ausschnitt. Und, also, als das wirklich ab Sekunde 1 wusste ich, ich werde einfach jetzt in das neue Universum aufgehen. Das war wirklich, ich habe noch nie was so Schmerzhaftes getan. Das war wirklich, huff. Rücken ist sehr witzig, Knöchel war ganz übel, war da auch böse. Ja, safe. Also bei mir, ich glaube, das Schmerzhafteste war halt hier, weil das war halt wirklich, also, ich bin wirklich da halt angefangen zu stechen und ich bin einfach in Leiden. Ich war okay, jetzt vorbei. Es ist zwar schön, bis jetzt hier gemacht zu haben, ich habe gesagt, ich sterbe irgendwann für die Kunst, aber mir war nicht bewusst, dass es so früh für ein paar Xe wird, aber ist okay. Dekolleté super easy, sag das nicht. Ich bin gestorben. Das war halt hier direkt auf dem Knochen, ne, geht halt bis hier. Aber ja, ähm, ne, da bin ich wirklich, also, das war nicht ohne. Ich bin ein bisschen gestorben, aber ich bin trotzdem sehr happy, weil es sieht sehr, sehr cool aus. Aber ja, und der Rest ging eigentlich, sonst halt der Rest nur in meinen Handgelenken, die waren okay, aber die waren noch nicht so lange, und halt Beine. Ich habe eins hinten auf der Wade, eins direkt hinterm Knie und noch eins so innen über dem Knöchel, halt die beiden zur Ruhe ist. Und die waren alle okay. Irgendwann zieht es halt immer nach einer Zeit, das ist klar, aber wirklich schmerzhaft ist was anderes, würde ich sagen. Naja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich glaube, Wirbelsäule könnte halt wild werden wegen dem, also erstens halt direkt auf der Irbelsäule, no shit, und zweitens glaube ich, dass es halt teilweise sehr unterschiedlich wird, wie stark der Schmerz wird, und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass es euch irgendwie so in der Mitte direkt auf dem Knochen sehr viel mehr weh tut, als dann irgendwie so da drunter, und dann am Steißbein wieder mehr, und am Nacken wieder mehr, daher bin ich sehr gespannt. Ich denke, ich werde viele verschiedene coole Schmerzen kennenlernen. Uh, yeah. Hoffe ich kann mir in London Spaß machen. Das ist deutsch, spontan etwas stechen lassen. Ich hoffe es auch. Das ist sehr, sehr banger. Ich wollte eigentlich jetzt bald, wenn ich bei der Leipziger Buchmesse arbeite, mir auch spontan etwas stechen lassen, aber die Zutickets nicht bekommen, ob sie leider direkt am anderen Morgen. Das heißt, ich werde da leider nichts machen können. Was Schades, aber vielleicht in der Zukunft sonst nochmal irgendwo. Wird safe, irgendwie machbar sein. Let's go. Level 13er Zurel. Bislang ist mal ein bisschen gestorben, ist ja alles noch okay. Safe. Das war halt witzig, weil das war das erste Mal, dass ich nicht zu meinem Stammtätowierer gegangen bin, weil ich einfach spontan was wollte. Ich bin am Tag aufgewacht und ich wusste, das muss jetzt sein. Heute ist der Tag. Aber heute ist der Tag, ist halt eigentlich nicht so der Muffetattoo. Du hast ja erstmal einen Termin und wartest darauf. Aber dieser Tag war der Tag. Das heißt, ich bin halt in ein Tätowestudio gegangen, wo ich weiß, dass viele Gaststätowierer sind. Weil ich wusste, ich kriege halt noch einen Termin. Und die hat noch einen Termin, vor allem, der halt auch so stuff in diese Richtung macht. Ich meine, es sind halt vier rote Xs. Das kriegt, glaube ich, jeder hin. Und der war actually aus Spanien da. Das heißt, der konnte nur Spanisch, der konnte auch kein Englisch, der Boy. Das heißt, wir haben uns mit Google-Übersetzer unterhalten und die ganze Zeit irgendwie so versucht, hin- und herzuknobeln, was genau ich will. Und das heißt, ich lag einfach nur da und war im Sterben und da haben wir uns irgendwie nur noch über so Laute kommuniziert. Ich war so, und der war so, und hat mir dann, hat sein Sherlock oben gezeigt, dass er die gesamte Brust hier zutätowiert und war auch so, und ja, wir haben über unseren Schmerz gebondet, auch wenn er die gesamte Brust zutätowiert hat und das, glaube ich, nochmal ein anderer Höllentod war, den er da durchgangen ist. Sehe ich, aber ich denke, er hat trotzdem ein bisschen gespürt, was ich ihm mitteilen wollte, auf irgendeiner Lautsprache. Äh, das war von mir ein L-Tag, jeder sollte mit seiner Krankheit anders umgehen dürfen, ich habe sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, deshalb verstehe ich. Ey, alles gut, CGG, oder wie auch immer ich dich nennen soll. Alles gut, alles gut. War so Fury echt nervig, das war alle fünf Minuten auch nur nervt. Oha. Der Arme, der braucht auch ein bisschen Aufmerksamkeit, okay. Hatte auch fast so negative Erfahrungen, aber ich versuche, das positiv aus der Krankheit rauszunehmen, das sind alles Nachteile. Good night, dir. No, Bibis. Bibis, Bibis, Bibis. Das ist friedlich geändert und das freut mich sehr für euch, so muss das. Oh ja, ich verstehe das aber auch, wenn man teilweise, was das Thema angeht, ein bisschen sehr debilender ist. Ich meine, ihr seid bestimmt auch schon durch ziemlich viel Shit gegangen deswegen und Stereotypisierungen und so und ich habe irgendwie das Gefühl, damals wurde das bestimmt sowieso mies so aufgegriffen und Leute waren einfach kacke und judgy und so und haben es sowieso nicht verstanden und jetzt wahrscheinlich irgendwie so das Gegenteil und das ist so ein, ihr erzählt von euren Struggles und jeder dritte im Internet ist direkt so, ja, same und oh, aber nicht auf diese so, ich verstehe dich Weise, sondern mehr auf diese Weise, wie, wenn du so einem deiner Freunde sagst, jo, mir geht's schlecht und anstatt dir irgendwie so zu sagen, mein Beileid sagt er einfach nur, ja, mir geht's noch schlechter, so, ich habe noch weniger gestorben, wisst ihr, was ich meine? Daher, ja, auf der Arbeit gibt es häufig welche, mit denen ich mich über Google-Übersetzung unterhalten muss, bin übrigens Elektriker, aber noch in Ausbildung, ah, okay, nice, 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 Elektriker, sehr, sehr cool, habe ich sehr viel Respekt vor, das ist sehr gut, wichtiger Job, wird vor allem immer wichtiger werden, also let's go und Google-Übersetzung war halt, Unterhaltungen sind halt wild, vor allem bei Elektriker, ich meine, das ist ein Save irgendwelche anderen Begriffe für irgendwelche Dinge, die referiert werden müssen, ich meine, bei Tattoo ging es halt noch, ich meine, ich muss dem halt sagen, dass ich vier rote Xe will, die kann ich ihm zur Not auch aufmalen, daher, das ging zum Glück noch, und er war sehr, sehr respektvoll generell, der war sehr nett, kann mich da nicht beklagen, das Tattoo-Studio war aber generell sehr, sehr wholesome, ich meine, ich bin da reingegangen, habe mit dem geredet und ein paar Minuten danach hing ich da oben ohne im Tattoo-Studio, weil ich halt hier tätowiert werden musste, aber alle waren sehr, 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 sehr sweet, keiner hat mich irgendwie komisch fühlen lassen, wem geht's am schlimmsten, Duelle, wuuuuh, ja man, meine Lieblings-Duelle, liebe ich, bin auf den Lego-Stein getreten, habe ich nun gewonnen, hey, das schon, ich glaube, niemand hat es so schlimm wie du, wenn du auf den Lego-Stein getreten bist, bin ich ehrlich, mein aufrichtigstes Beileid, ich bin aber ganz ehrlich, ich habe immer noch nicht shiny Häfel, ich glaube, mir geht es am schlechtesten, scheiße, und dann kämpfen wir, genau das, genau das, ich bin ehrlich, wie schon gesagt, wenn gleich nicht shiny Häfel kommt, dann geht es mir, glaube ich, am schlechtesten, mein gut, wir scheinen, die haben halt gerade random Pull-Ods auf irgendwie so Route 1 oder so, aber kann ja trotzdem mal kommen, und dann bist du auf eine kleine Spitze getreten, wie ich, ich träge gleich freiwillig auf eine kleine Spitze, wenn er nicht kommt, aber danach kriege ich meine Bettkante, nooo, der ist ja schon der krasseste, auf den ich getreten würde, stell dir mal vor, ich stelle mir das vor, und das ist bestimmt sehr, sehr qualvoll, schlimmsten ist es für mich, wenn ich meine Snacks für dich gegessen habe, und dachte, da wäre noch eins übrig, das stimmt, da geht es dir auch wirklich sehr viel schlimmer, als den durchschnittlichen Personen, das verstehe ich, ach du Scheiße, die Bettkante, ich habe mir doch direkt zweimal die kleinen Zähne in der Tür gestoßen, das war so krass, sehe ich, und schlaf gut, Bunny, ich werde schlafen gehen, einfach auszuholen, hoffe, dass es morgen weg ist, yes, du hast schon eine gute, gute Besserung, pass auf dich auf, ich wünsche dir die Heilung, und mir shiny Hebel, das wünsche ich mir, das wäre Heilung meiner Seele, ich meine, Zylinder hat so hart beliebt, also muss er eigentlich kommen, ne, fühlt ja nichts dran vorbei, danke, Bunny, wir kriegen das schon nach innen, wir erschaffen das, habe ich noch Energy, und einen Schluck noch, hey, das mit der Milch kenne ich, ich muss ja immer eigene Milch kaufen, weil ich ja Kuhmilch nicht vertrage, kriege da immer, aua, aua, Bauch wie von, und dementsprechend ist es nicht nur ätzend, wenn keine kalte Milch da ist, stell dir mal vor, du willst Müsli essen, und das ist gar keine Milch mehr da, die du trinken kannst, und du füllst dir das Müsli schon glücklich in die Schale, machst den Kühlschrank auf, und dann ist da keine Milch mehr von dir, oder es ist nur noch so wenig drin, dass es nicht für Müsli reicht, das ist schmerzhaft, also wirklich, rippern, alles dann, geh mal schlafen, weil dann kommen die Shinies immer, oh nein, Tom, sag Thomas nicht, das tut mir so leid, aber schlafen gut und träum schön, gut nach, wünsche dir auch Erholung, sag mich glücklich, yes, nein, 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 Tom hat auch mal verdient, die Shinies zu experiencen, das ist gemein, jetzt Tom so gleich irgendwie 5 Minuten weg, kommen plötzlich alle Shinies da, nur noch Shinies, das wäre sehr, sehr wild, aber auch sehr gemein, also macht mal bitte nicht Shinies, ich meine, kommt sehr gerne, aber macht es nicht von Tom abhängig, sagen wir es mal so, wenn keine Milch mehr da ist, gehe ich schnell zu meiner Oma, die hat alles vorwärtig, oh, das ist sehr, sehr süß, meine Oma wohnt leider viel zu weit weg, und trinkt nur Kuhmilch, also, ne, aber ich gönne das, das ist sehr, sehr cool, und der Partner nie neue reinmacht, wenn sie jetzt mit was, oh, das ist gemein, das ist sehr, sehr gemein, ich meine, Timo und ich trinken ja nicht dieselbe Art von Milch, deswegen haben wir das Kuhlebensgolk nicht, aber das fühle ich, das fühlt sich so an, wie wenn man die Kuhpapierrolle leer macht und keine neue reinmacht, ich meine, das hat jetzt weniger mit Kälte und Frische zu tun, aber es ist trotzdem so ein, du hättest das einfach machen können, das wären ein paar Sekunden gewesen, ist schon mal worth zu beefen drüber, bin ich ganz ehrlich, ist ja persönlicher Angriff halt, meine kleine Hefe, Gott, die sind so süß, manche muss hier einfach innehalten und akzeptieren, wie süß sie einfach ist und dass diese Challenge sowieso ein Success war, egal ob es kommt oder nicht, halt so viele Hefe sind so oder so ein Geschenk, ich meine, wir haben einen Shiny bekommen, das ist sowieso schon strong, wo wir uns Shiny haben oder nicht haben, ne, jetzt rache wir die Klu, der kann auch nicht mehr runter machen, meines wird so ein jahrelanger Beef dann und wir machen immer weiter irgendwie so eine Sache, die die anderen triggert, ich weiß nicht, ob das so gesund enden würde, aber ich verstehe, was du meinst. Du musst wissen, Timo und ich hassen beide Streit und Konflikt, das heißt, bei uns würde es mehr so enden, so, hallo, kannst du das nächste Mal, bitte, das Klopapier wieder rein tun, sagt alle, oh ja, ja, tun wir leid, mach ich, mach ich, mach ich, und dann ist das eigentlich meistens geregelt. Hefe wäre bestimmt gut für Kaffee und Kuchen geeignet, ja, das verstehe ich, sieht ja noch aus. Ich meine, gut, wir haben ja eben geklärt, Hefe ist vor allem, um Pizza zu machen, ich weiß nicht, ob Hefe auch für Gebäck gemacht wird, absolut kein Plan, hab viel zu lange nicht mehr gebacken, aber, ne, ja, die Liebe streiten, nee, Gott, gar nicht. Also, nee, 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 ich bin niemand, der gerne streitet. Das mag ich nicht so gerne. Bin sehr happy, wenn Frieden ist, das macht mich glücklich. abgesehen davon kommt es halt, glaube ich, bei uns sehr wenig zu Streit, weil wir beide, generell unsere Love-Languages, ist sehr, 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 gewing zu sein, so. Wir geben beide so permanent das Beste und dem anderen von uns das Beste immer. Wenn wir so Essen haben, geben wir dem anderen immer den größeren, besseren Teller und so, so viben wir halt beide irgendwie, ich glaube, deswegen passen wir zum Gewissen gar zu gut zusammen. Und das heißt, wenn mal irgendwas passiert, wo wir nicht einer Meinung sind, dann ist das nie, weil irgendjemand mit Absicht dem anderen was Böses will und dann wäre Streit halt auch giga useless, so. Weil wir halt beide nie irgendwas machen mit der Intention, dem anderen gegenüber irgendwie unfair zu sein. Das heißt, es wäre dann ziemlich unnötiger Streit, weil eigentlich geben wir beide nur unser Bestes, aber haben in einem Moment mal gefailed und dann wäre es irgendwie doof, deswegen zu streiten. Am schlimmsten Streit mit den besten Freunden, ja, safe, oder generell mit dem besten Freund, hundertprozentig. Ich hatte zum Glück mit meiner besten Freundin eigentlich noch nie wirklich Streit. Ich meine, klar haben wir manchmal Auseinandersetzungen, aber wir haben halt, gerade sind die closesten Leute von mir, glaube ich, die, die genau selbe Kommunikationsart haben wie ich. Und wir haben so ein sehr, 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 sehr tiefes Ohlvertrauen. Das heißt, wenn irgendwas passiert, was mir nicht gefällt, was jetzt meine beste Freundin oder Timo oder so macht, dann weiß ich immer, dass das absolut nicht mit Absicht von den Leuten war und das halt so nichts von denen mit bösen Intentionen gemacht wurde. Dementsprechend spreche ich die Leute halt drauf an und dann reden wir und dann wird es auch meistens geklärt, weil es halt nicht mit bösen Intentionen war und dann klären wir das und dann passt die Person das nächste Mal besser auf und dann ist es fein. Aber ich weiß, dass es auch ein großes Privileg ist, aber, ja, ich bin halt generell ein Mensch, der sehr, 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 Gigafilmik-Kommunikation funktioniert. Ich glaube, deswegen ist das so ein Ding. Uh, es regnet wieder! Ich hätte so Bock auf Regen jetzt. Jetzt draußen sein und es ist Regen. Das wäre wunderschön. Ich liebe den Geruch von Regen, ich liebe das Gefühl von Regen, ich liebe das Geräusch von Regen, ich liebe alles im Regen. Manchmal, wenn ich zeichne oder entspanne, mache ich mir einfach nur Regengeräusche an und das ist wundervoll. Aber ja, es streit mit dem besten Freund, ist sehr, sehr mies und das wünsche ich wirklich niemandem. Und Maskagato geht wieder unter. Ich wünsche generell niemandem Streit, außer Ruby, denn Ruby liebt uns seinen Streit. Dir gönne ich deinen Streit. Komplett. Ich meine, manche Pärchen lieben am Streit, weil sie es irgendwie so, ne, sehr anziehend finden, sage ich jetzt mal. Und das ist okay. Ich kann nur absolut nicht relaten. Aber, ich gönne euch das. Drei Uhr nachts Minecraft spielen, während des Regen ist super. Yes, das glaube ich. In League liebe ich ihn. Fair enough, das verstehe ich. Das ist witzig. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Ich sage aber, toxische League, Leute, sowieso sehr, sehr unterhaltsam. Sehr, sehr witzig. Teilweise auch nervig, wenn man im Ranked ist und einfach nur spielen will. Aber generell eigentlich sehr, sehr witzig, weil, Rudi, du entscheidest dich gerade dazu League zu spielen und regst dich dann ernsthaft, stark emotional darüber auf. Okay. Na dann. Okay. Und ich sage nicht, dass ich das tun würde, aber ein Kumpel von mir macht das immer gerne, League-Spieler zu provozieren, das ist ja auch so giga einfach. Ist schon ein bisschen witzig, ab und zu. Ich meine, man sollte niemanden provozieren, pipa bo, brr. Aber ja, ist trotzdem lustig anzusehen. Nein, Hefel, lauf nicht weg! Kein Rank-Match ohne 30 neue Nachrichten von meiner Freundin. Warum? Bist du hier sehr anti- League und Ranked, oder wie? Be careful! Sorry, Ruby! Wenn du weißt, was ich meine. Gerade wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann weißt du, was ich meine. Wer für das Tom sagt, wenn er weg ist, kommt sofort das Shiny, sehe ich hier echt noch kein Shiny. Tom, warum? Warum, Tom? Du bist sehr anhänglich. Okay, okay, okay. Wenn man das auf gesundem Verhältnis ist, dann ist das doch sehr sweet. Ich hätte wie schon gesagt, so gern Counter, wie viele Leute ich schon... Leute? Oh Gott, Pokémon ich schon schlafen gelegt habe. Ich warte immer noch aufs Community-Flex-Q-Game. Okay, okay, sehe ich, sehe ich. Also hätte er heute eventuell kommen können. Ich weiß nicht, ob es noch kommt. Hängt ein bisschen davon ab, wie fit mein Liebster gleich ist. Wir werden es sehen. Hallo, du. Die haben wir ewig nicht mehr erlegt. Also, wurde mal Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt der beste Spot ist für Hefel, aber es fühlt sich halt richtig an. Also, klappt ja irgendwie easy, ne? Lauf als Gürteltier runter. Ach so. Bitte nicht runterlaufen. Danke, tschüss. Ich meine, wenn du als Gürteltier auf die Art runterläufst, dass du runtergehst und die nicht so smart sind und nicht die ganzen Autodecken und dann selber sich umbringen, dann mach gerne. Sonst, ne? Lass wir das jetzt versuchen, Spaß zu haben. Boah, langsam kriege ich wirklich Hunger. Oh, wir haben 0 Uhr. Okay, ich mach noch eine Rotation. Ich sag noch 5 Hefels, dann geh ich nach Timo und gucken. Timonski. Timo, bo, 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 bo. Denn, sonst verhungere ich. Am Ende des Tages sind zwei Brote und eine Banane für heute auch nicht genug und das sollten wir ändern. Süße, die durchs Wasser flitzen. Okay, 5 Hefels. Das ist Nummer 5. Jetzt brauchen wir Nummer 4. Wo ist Nummer 4? Du bist kein Hefel. Sorry, aber dich ignorieren wir jetzt. Da sind zwei Hefels. Nummer 4 und Nummer 3. Okay, 2 Stück noch. Ihr seid alle keine Hefels. Die spawnen mal bitte. Yes, mach das, Banjo, mach das. Guten Appetit, was auch immer du dir machst. Okay, ihr seid alle keine Hefels. Ich weiß nicht, was eure Mission ist, warum ihr jetzt alle auf einmal spawnen. Das freut mich sehr für euch. Eigentlich wusstest du nicht, dass hier ein Fluffeluff treff ist. Warum sind das alles Fluffeluff? Da ist noch einer. Okay, Nummer 2. Und der letzte. Vielleicht wollen die einfach nicht, dass ich aufrufe zu handen. Ich meine, das kann mir doch keiner erzählen. Das sind alles Fluffeluffs. Sie spawnen noch gar so viel die auf einmal so hoch geworden. Ich will euch jetzt nicht alle erlegen. Das Leben ist so hart. Wenn gut, ich bin mir sicher, bevor ich die nicht erlegt habe, spawnt halt auch kein neues Hefel. Wenn die jetzt alle hier chillen. Was denn eure Mission, Homeboys? Warum denn so? Dann gehen wir halt ein anderes Hefel suchen, was woanders spawnt. Ich würde euch jetzt nicht alle erlegen. So funktioniert das nicht. Ihr seid alle keine Hefels. Außerdem gönne ich euch euer Dreieck. Ihr macht das schon. Macht weiter so. Ja, Safefander. Also ich meine, ich habe ja schon damals so oft gestreamt. Ich habe ja vor zwei Jahren recht viel gestreamt. Also ich bin das eigentlich gewohnt, es mehr so wieder Tränen reinzukommen. Aber ja, ich genieße es sehr. Sehr, sehr chill. Ich bin ehrlich, ich habe die konstante Softboxen-Beleuchtung nicht vermisst. Aber abgesehen davon ist es sehr, sehr chill. Ich weibe. Ich genieße das sehr. Ihr seid aber auch sehr, sehr sweet. Da ist das letzte Hefel. Let's go. Ja. Oh, da hinten ist noch eins. Da müssen wir das leider auch noch mitnehmen. Nein, das ist sowieso, das ist sowieso. Es war ja so oder so geplant, dass ich im September wieder anfange, wenn ich da ein Tettel Byron lerne und generell auch Kunst und Commissions und so wieder mehr streame. Da hat Timo ja ein bisschen gekocht wegen Pokémon und Challenges und so. Daher. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Deswegen, das steht ja eh auf dem Plan. Nom. Aber das ist trotzdem sehr, sehr sweet, dass du fragst. Okay. Na gut, dann müssen wir den dann auch noch mitnehmen. Ich mache nicht die Regeln. Die Hefels machen die Regeln. Ich meine, ich freue mich vor allem auf Streams, so ich actually halt was planen kann und actually so ein Goal habe. Ich meine, ich bin ehrlich schon, die Hefel ist auch ein sehr, sehr gutes Goal. Aber ich habe ja auch so immer einiges zu tun, einiges vor und da wird sich auch halt einiges anbieten. Jetzt spawnt ihr alle, ne? Habe ich mir schon gedacht. Der McFlurry wieder. Ich verstehe das so sehr, Ruby. Ich verstehe das so sehr. Ich wünschte, Alter, so lange kein McFlurry mehr. Das ist wirklich unmenschlich, wie lange ich kein McFlurry mehr hatte. Sie wissen aber schon, Massenhefel halt holstrahlbar. Sagt wer? Du bist nicht das Gesetz. Ich bin stärker als das Gesetz. Meine Hefelregeln sind das Gesetz oder so. Kein Plan. Okay, der ist am Sleapen. Ich meine, aus dem halten wir die ja nicht. Wir machen das Gegenteil von halten. Wir legen sie schlafen. Und so. Nein, ich wollte ihn nicht entcountern. Oh Gott, das sind so viele Fluffelups jetzt hier. Ich meine, irgendwann wird Scheine Hefel so oder so kommen. Ich kriege den noch. Der kann mir nicht entkommen. Egal, was er tut. Let's go. Okay, ist ein neues gespawnt? Und wenn nicht, dann gucken wir nach Timo. Du bist neu gespawnt. Was sind deine Missionen? Gott, ich hab so Hunger. Du darfst nicht so Essens anschreiben, Ruby. Ich würde jetzt so viele McFlores verschlingen. Obwohl was Deftiges, glaube ich, sogar besser wäre. Irgendetwas. Ich denke, er wird gleich noch kommen. Ich muss mal gucken, wie es ihm gleich geht, ne? Mein Plan war ja eigentlich, dass er höchstens bis 22 Uhr schläft, aber dann kurz davor ist er immer noch nicht wirklich eingeschlafen und er braucht ja seinen Stab und seine Pause. Dementsprechend gucken wir gleich mal, wie es ihm geht. Ich schaue jetzt gleich mal nach ihm und dann gucken wir weiter. Und ja, mal gucken. Also er meinte heute noch, bevor er generbt hat, heute Mittag, dass er wahrscheinlich so bis 7 Uhr morgens wach bleiben wird und das versucht so anzupallen. Aber ich habe halt keinen Plan, was jetzt Phase ist nach allem und nach dieser Napzeit jetzt und so. Kein Plan. Werden wir gleich bestimmt herausfinden. Aber ich bin happy, wenn er sich überhaupt mal seine Pause und seine Ruhe gönnt, bin ich ganz ehrlich. So, das ist aber wirklich das Letzte. Okidoki. Dann könnt ihr jetzt noch den ganzen anderen Monst zugucken, wie sie am Weiben sind. Wir speichern nochmal kurz. Und ich gucke, wie mein wundervoller Götterkater am Weiben ist. Daher bis gleich. Passt auf euch auch oder so. Kein Plan. Bis zum nächsten Mal. 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 mal mit jemandem, der am Schlafen ist, talken kann. Und er sagt, ich soll ihn in 15 Minuten wecken. Also hatten wir noch 15 Minuten lang. Gucken uns diese Fluffelups an. Beschweren uns, dass es fast Fluffelups sind. Und wecken ihn dann in 15 Minuten. Let's plan! Echt, dann wollte ich nur einfach einen Zabaton mit einem Cap machen. Ach so! In der Cap steht ihm nicht so. Sehr gut. Bissi ist es auch einfach safe. Safe, safe, safe. Müsst du irgendwann mal die ganzen Mützi-Belohnungen und so bearbeiten. Aber, ne? Zeit und so. Hihi. Wird schon noch kommen irgendwann. Gerade ja schwieriger, Winter. Also wir gehen ab und zu spazieren und werden sich wahrscheinlich auch morgen einkaufen gehen. Aber ja. Gerade nimmt sich leider noch nicht genug richtig Zeit dafür. Aber, ne? Er ist ein erwachsener Mann. Ich bin nicht seine Mutter. Zum gewissen Grad würde das für sich selber gucken. Trombose. Nein, du Gott. Er macht das schon. Erstens wird der Zabaton ja auch nicht ewig halten. Und zweitens, wenn wir schon spazieren gehen, das Einkaufen dauert ja wirklich ewig. So, bis wir irgendwo sind. Dann ist es immerhin auch schon ein bisschen Bewegung. Danke, Maurice. Aber alles gut. Also ich bin immer noch leicht krank. Ich habe noch ziemlich starke Migräne und so. Und merke, dass meine Glieder auch noch ein bisschen davon zaffern. So Augen schmerzen, Kopf schmerzen halt ist so typisch, wenn man so Druck drauf hat. Aber an sich ist es alles gut. Ich bin fit genug, um normale Dinge zu tun und zu arbeiten. Aber sehr, sehr sweet. Kopfschimmel und Trombose zugleich. Nein. Sein Kopf ist eigentlich sehr, sehr flauschig. Ich mag seinen Kopf. Aber sehr, sehr cute. Und zu viele Möglichkeiten. Und man kann ihn gut streicheln. Ich mag, dass er krammeln, bis er einschlägt. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, Punkt. Die Just Legend shakes wie ein Großer. Das auch. Er ist ja auch ein Großer. Mit sehr großen Händen oder so. Kein Plan. Ich weiß gar nicht, wie es eigentlich dazu kam. Aber, ne? Wenn es ihn glücklich macht, dann let's go. Große Hände. Woohoo. Yeah. Sieht alles sehr shiny aus. Woohoo. Träumt noch davon, Handmodel zu werden. Stimmt. Das kann sehr, sehr gut sein. Nein! Ich hab dich doch schon eben shiny gefangen. Bleib mal ein bisschen in deiner Lane, Homie. Aber tu. Das kann natürlich sein. Vielleicht kommt das noch. Wer weiß. Vielleicht wird er noch Handmodel. Wissen wir ja nicht, was da noch auf dem Karriereplan steht. Oder Fußmodel. Kein Plan. Soll's alles geben. Boah, ich bin wirklich so hart am verhungern. Ich bin so happy, wenn wir gleich kochen. 12 Minuten, wozu. Ich weiß nicht, was du meinst, Ruby. Ganz normale Dinge halt. Mann, ich würde die so gerne skippen, die Fluffelofs. Aber durch das, wie gesagt, man erkennt die gar nicht, denke ich mir, so jedes Fluffelof, was ich skippe, ist bestimmt shiny. Weil ist ja einfach die Regel. Wee. Zeitenschläf wieder einer. Boah, ich hasse es so sehr, wenn die nicht im Spot liegen. Ich habe immer Angst, dass sie die spawnen. Ich kann nie genau einschätzen, wie nah ich rangehen darf. Aber manchmal catcht Maske, tut die dann irgendwie auch nicht und kein Plan. Aber jetzt hat ja alles geklappt. Okay, bei Kuli und du. Unnötig. No offense, ihr seid auch Babys, aber gerade will euch keiner. Ah, die Whoopies. Ja, die Whoopies. Die sind auch sehr, sehr süß. Ich mag die Whoopies auch sehr gerne. Aber gerade... Wie früge ich sich schon gerne herein, wie die alle da gleiten. Ist gigasüß. Warte, ich mache kurz das. Hefe was gegen den Stein läuft weg. Wieso gerade richtig süß? Auch wenn er so dazuge langsleidet, das ist giga cute. Ich wäre auch gerne ein Whoopie in einem kleinen Teich. Ein friedliches Leben. Wäre schon schön. Boah, mir ist wirklich ein bisschen schlecht. Ich sollte vielleicht unbedingt was essen. Und noch ein paar Entons, die lang watscheln. Ich mag es, wenn die Entnisse drin sind und schwimmen. Weil die treiben immer so süß auf der Stelle. Da geht er jetzt rein. Treibe ein bisschen. Der ist ja so am Weiben, der Kollege. Finde ich gut. Wenn ich Whoopies sehe, muss ich immer stehen. Mit den Quatschen. Kavi, das ist echt so... Absolut kein Plan. Kann man mit denen quatschen? Habe ich irgendwas verpasst? Aber die sind sehr, sehr süß. Ich stelle mir das sehr cute vor. Generell, kleine Teiche over cute. Auch im echten Leben. Ich lieb's. Ich lieb es. Okay. Sagen wir um 25. Gehe ich ihn holen. Ah, das meinst du. Yes, das sehe ich. Das sehe ich. Ne, das verstehe ich. Ich sage auch, shiny Whoopie würde ich auch wieder mehr fühlen. Kleine Süßlis. Hm, Kabel damit springen. Gott, ich liebe Teiche. Ui. Okay. Du wolltest unbedingt, dass wir nicht reinlaufen? Das ist sehr, sehr süß, Panda. Das ist sehr, sehr süß. Das fühle ich. Ich meine, die haben halt auch so süße Interaktionen. Die haben so einen großen Mund auf einmal und reagieren so lebhaft. Okay, das kann ich nicht, was da schläft. Dann juckt. Boah, kein Plan, Maurice. Ich wünschte auch manchmal, wenn ich könnte es skippen. Das würde einiges praktischer machen. Daher. Kein Plan. Schwimmen. Seinem Körper ein bisschen Frieden und Paus zu geben, ist ja was Gutes. Daher. Was das angeht, ist es sehr, sehr nice. Aber wäre auch schon cool, wenn man die Zeit einfach skippen könnte. Wäre cool, wenn man weniger Erholung braucht. Aber Natur und so, ne? Schlafen ist echt awesome. Wenn man sich die Zeit nehmen kann und nicht im Stress ist und weiß, jetzt kann ich richtig geil nappen, dann ist Schlafen sehr, sehr gut. Aber in der meisten Zeit, wenn ich schlafen muss, dann denke ich mir eher so, ne, würde ich sehr lieber weiterarbeiten. Oh Gott, so aggressiv wollte ich das Whoopi jetzt auch nicht angreifen. Aber ja, deswegen denke ich, es war noch den Schlafern. Und wie gut der Schlaf ist und wie qualitativ hochwertig. Ja. Hallo, du. Was geht? Was geht? Also mache ich mir so Mittagsschlaf. Manchmal liebe ich Mittagsschlaf und es ist sehr, sehr entspannend. Manchmal knallt mich Mittagsschlaf so hart aus dem Leben, dass ich mir denke, boah, ich halte nie wieder Mittagsschlaf. Das ist das Schlimmste überhaupt. So, ich glaube, es kommt sehr auf den Schlaf an. Moin, Raffel. Was geht? Ich wünsche dir eine wundervolle Nacht. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag heute. Wir scheinen hier an, gerade Hefel. Es ist Mr. Timo Stapfen, der neppt gerade kurz um sein Schlafrhythmus ein bisschen zu ändern. Aber in ca. 6 Minuten gucken wir, ob er ready ist, wieder zu kommen. Weil er hat eben gesagt, er soll in 15 Minuten wecken und diese 15 Minuten sind bald. Das heißt, ja, eventuell ist er gleich wieder da. Sehen wir dann. Fragt bitte nicht, Raffel, ich wünschte. Aber Lapras konnte da immer noch nicht. Der wird never aufstehen, sagst du? Ich glaube schon. Er hat noch nie so viel interagiert mit mir, als ich versucht habe, ihn zu wecken. Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge. Wir müssen wissen, Timo ist sehr, sehr schwer zu wecken. Er liebt seinen Schlaf wirklich und ist dann nur in seiner Zone. Und normalerweise, wenn man versucht, mit ihm zu interagieren, wenn er schläft, dann stimmt er einem die ganze Zeit nur zu. Also du sagst irgendwas und du kannst ihm wirklich sonst was Diffuses sagen. Und du kannst ihm wirklich sonst was Diffuses sagen. Die ganze Zeit sagen. So, juck gar nicht, was du da vorne gibst. Er steht weiter. Aber gerade hat er mit mir geredet. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also sage ich nicht so, Fancen stehen relativ gut. Diese ganze Hefe-Menge ist akzeptabel. Wie du? Hefe im Englischen, auch so süß. So am Bellen, so ein Kollege. Ein kleiner Klepper. Daher, wir werden sehen, ob er aufsteht. Ich bin ganz guter Dinge. Und wie schon gesagt, er hat alles in Ruhe generell auch verdient. Und ich meine, es hat ja auch einen Sinn, dass er den Schlafrhythmus umrenken will. Daher, kein Plan. Ich glaube, es ist sogar falsch, mittlerweile Schlafrhythmus zu sagen. Weil es ist ja kein Rhythmus. Das ist ja einfach nur Schlaf. Aber, ne? Ihr wisst. Da ist noch einer. Wuhu. Ich habe so Angst, dass Hefe irgendwo spawnen, wo er easy despawnen kann, wenn ich dann irgendwie einen Fehler mache. Ich weiß nicht, wie ich mein Leben weiterleben würde, bin ich ganz ehrlich mit euch. A Lohru. Ich weiß noch nicht, wie ich mein Leben weiterlebt. Ich weiß nicht, wie ich mir's meine Leben zurückgegriffen kann. Und ich weiß nicht, wie ich da完成 bin. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich weiß nicht, wie es tulee. Es geht, es geht, es geht. Ich hoffe, dein Tag war bis jetzt nice. Mir geht es gut. Wir scheinen hier an gerade Hefel und warten, bis Timo ein bisschen entspannt hat und sein Stahlverhältnis umgerenkt hat. Deswegen war... Ich kann auch nicht mehr reden. Ich bin so am Verhungern. Aber deswegen weiben wir gerade noch ein bisschen und warten. Und haben die Mission, Hefels finden. Und sind natürlich sehr erfolgreich darin. Wuhu! Das wäre nett von dir. Ich muss die ganze Zeit auf die Uhr gucken. Weil ich wirklich Bock zu kochen hätte. Beziehungsweise, es heißt hier Bock, ich will einfach nur essen. Hunger ist echt uncool. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Müde sein oder Hunger haben? Ich glaube, Hunger haben. Müde sein kann mindestens zur Not kommen wie sein. Hunger haben ist einfach nur Schmerz. Und Schmerz ist echt uncool. Nice. Kam schon irgendwas shiny bei dem Run bei dir? Mein Tag war sehr arbeitsreich. Okay, okay. Ich hoffe, immerhin entspannt arbeitsreich. Und yes, wir haben eigentlich schon einen shiny gefunden. Und zwar diese kleine Maus. Wortwörtlich. Tada! Theoretisch waren wir erfolgreich. Zwar nicht das, was wir gesucht haben. Aber shiny, shiny. Ich beschwere mich da nicht. Und ich muss auch noch arbeitstechnisch einiges nachholen. Aber jetzt springen wir erstmal für Timo ein. Das ist das Wichtigste. Ja, seine Ruhe, wie schon gesagt, verdient. Und wo bleibt shiny Hefe, wenn man es braucht? Oh, ich dachte, wenn Tom weggeht, kommt er. Aber es war eine Lüge. Vielleicht muss Dave jetzt kommen. Dann kommt es safe. Oder gibt es sonst noch irgendjemandes shiny Glück bringen? Kein Plan. Ich habe nur noch Dave im Kopf. Bringt ihr mal alle shiny Glück. Ihr könnt das bestimmt. Ich glaube an euch. Ihr seid jetzt meine shiny Charms. Aber spezifisch für Hefe, bitte. Aha. Da sind Hefe gespawnt. Wie sieht es bei euch aus? Wie sieht es normal aus? Sehr cool. Dankeschön. Yes. Ich bin auch sehr, sehr happy damit. Man ist halt auch noch full lots, ne? Deswegen ist es nochmal crazier. Die Chance bei irgendwas 8.000 irgendwas. Ich glaube, es war 8.100 irgendwas. Aber kein Plan mehr. Deswegen, oder? Das ist schon crazy. Da nehme ich ehrlich gesagt alles. Timo, komm. Noch oder schlägt er durch? Ah, der dürfte gleich kommen. Wir haben jetzt 26. Also gucke ich noch, ob ich hier ein, zwei Hebel finde, die ich mitnehme. Und dann gehe ich gleich nochmal zu ihm und frage ihn. Wie gesagt, er hat gleich... Er hat eben gesagt, dass ich ihn jetzt gleich wecken soll. Also tun wir das. Beziehungsweise geben wir unser Bestes. Yes. Ohne Sandwich oder dergleichen. Yes, yes, yes. Weil ich bin mit dem Account noch nicht im Online-Modus. Und habe noch keine krassen Gewürze oder so. Das heißt, das ist komplett voll los. Mit keinerlei Vorteil. Bebeo. Okay. Meine Freunde. Ich gehe ganz kurz nach Timo gucken. Ihr könnt euch beide die Fluffluffs angucken. Sorry, ich bin echt schon ein bisschen K.O. Jedenfalls bis gleich, meine Lieben. Und wahrscheinlich bin ich denn sogar im Pack mit Timo. Timo, Mo, Mo. Ich gehe ganz kurz nach Timo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020